YouTube! Wir spielen heute gemeinsam Resident Evil 5 im Koop-Modus mit Mods, damit das Spiel unglaublich gut aussieht und mit dabei ist der gute Simon. Viele fragen immer, wer ist denn dieser Simon? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ihr kennt ihn vielleicht von Giga Games, Game One oder von den Rocket Beans. Eine wahre Legende, der Mann. Er hat mich gefragt, ob ich nochmal mit ihm Resident Evil 5 spielen möchte. Ich habe zwar schon Let's Blade, aber hey Leute, Resident Evil 5 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, deswegen Resi geht immer. Leider hat Simon irgendwie so ein bisschen Mikrofonprobleme. Hier und da wird er mal ein bisschen leise. Ich habe es versucht, so gut ich kann, zu korrigieren, aber keine Ahnung, was da los war. Wir teilen das Ganze in zwei Parts auf. Jetzt kommt Folge 1. Wenn ihr live dabei sein wollt, mitdiskutieren wollt über Games, über Resident Evil, Link dazu in der Videobeschreibung. Kommt auf Twitch. Wir werden kommentieren. Auf geht's! Ja, da wird schon bei mir diskutiert, ob der vierte oder der fünfte oder der sechste besser ist. Wir werden gleich noch drüber reden. So, jetzt erstmal Intro-Time. Psst, nein! Move, move! Psst! Kaptain Deschatte hier. We've secured the underground route to the coordinates. Ich sollte es sehen, es war nicht lange, nach dem Fall der Umbrella Corporation, für ihre Bioweapons zu enden in den Handen der Terroristen. Eine neue Ere von Bioterrorismus auf die Vulnerable Länder, die sich auf die Kraft des Regions verändern. Die Menschen in den Stabilisierten Bereichen haben sich in der Raccoon City geäußert, als Raccoon City zuvor. Als die Panik spiel, die Regionen der Welt auf den Global Pharmaceutical Consortium veröffentlicht die Anti-Terrorismus-Unit BSAA. Operativen der BSAA wurden veröffentlicht und neutralisieren Bioterrorismus-Hotspots, um die Sicherheit und Stabilität zu verschiedenen Regionen in der Welt. Willkommen in Afrika. Mein Name ist Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Psst. Hey! You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey! Hey! Uyo in Kenti. Alapanya nini hafa. You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do. And I'm gonna see it through. Ganz schön storylastig, ne? Der Anfang. Ja, fängt auch echt irgendwie ein bisschen anders an als die anderen Resident Evil. Ja, es ist so ein frisches Setting auch. Ja, ich find's auch eigentlich cool. Ich hab nur schlechte Erinnerungen. Aber ich bin gespannt, ob die sich bewahrheiten nochmal. Nee, ich mochte es total gerne. Und jetzt hier auch ohne diesen Grünschleier. Den haben wir jetzt übrigens weg, auch bei mir. Danke nochmal an deine Kompetenz, weil du hast mir davon erzählt, diesen Filter auszustellen, der ja doch ziemlich nervt. Es ist halt komplett anderes Feeling, ne? Jetzt mit den Farben, die eigentlich für das Spiel vorgesehen waren. Weil es zieht halt nur diesen Filter raus. Ich wünschte es gäbe noch eine Mod, wo man die Oberarme von Chris ein bisschen weniger akzentriert macht. Ich glaub, es gibt Mods, dass du sagen kannst, was du willst quasi. Ich hab lustigerweise auch Skins aktiviert. Die sind jetzt aber leider nicht aktiviert. Aber ich hatte Chris so eine richtig schöne BDSM Lederklamotte gegeben. Gott sei Dank sind die nicht aktiviert. Ist das... Guck mal, der sieht aber ein bisschen aus wie Saddam, oder? Ja, die sieht ganz schlimm aus. Aber hier geht... Ja, der, der Typ ein bisschen, ne? Aber ist zu groß. Die Augen sind zu irre. Der hat richtig irre Augen. Guck dir den mal an. Der hat so ein richtiges... Der sieht aus wie hier von den Goonies. Schokolade! Das ist meine Schokolade! Ja, die sind garantiert uns nicht sonderlich wohlgesonnen. Das Spiel hat ja... Das war ja eines so der ersten Spiele, die richtig viele Diskussionen ausgelöst hat. Auch weil weiße Menschen schießen auf Schwarze und sowas alles. Da gab es so viel Diskussion damals. Ich erinnere mich dran. Aber das war auch irgendwie... Ich glaub, die Diskussion war dann aber auch irgendwie Quatsch, oder? Ja, klar. Das war so das... Damals war es noch Trolling, heute ist es Realität. Ja, das ist wahr. Heute ist es auf jeden Fall nicht mehr so machbar. So leicht. Aber ich fand das Setting halt so gewagt und... War sowas ganz anderes. Ja, Hell und Weite. Eigentlich genau die zwei Dinge, die... Auch Afrika. Es gibt so wenig in Afrika. Far Cry 2 gibt es in Afrika, Resident Evil 5. Dabei bietet Afrika doch eigentlich viel Cooles, finde ich. Aber sie versuchen schon so ein bisschen auf die Story Beats von Teil 4 zu treffen. Naja, also der Teil hier war von den Verkaufszahlen erfolgreicher als Teil 4. Das heißt nichts. Der war erfolgreicher. Und der erfolgreicheste war damals Teil 6. Der hat alles getoppt. Ja. Leider hat er aber auch das Franchise fürs Erste beerdigt. Na, aber die hatten schon immer es drauf, auch einfach einen Bruch zu machen. Das haben sie einfach drauf, finde ich. Ja, das können sie. Da gebe ich dir recht. Und das ist gut. Das ist gut. Das hätte Silent Hill auch mal machen müssen. Okay, ich glaube wir müssen da den Wurst laden hier drüben. Es ist aber auch, finde ich, dass Silent Hill einfach weniger bietet als Resident Evil. Also, was ich damit meine ist, dass Silent Hill immer dieselbe Grundidee hat. Und das Spiel, das Ballern an sich ist ja nicht der Grund, warum du Silent Hill spielst. Und, äh, aber wie gruselig ist es... Okay, wir müssen zur Seitentür. Äh, okay, ich bin Silent Hill, irgendwie bin ich selbst schuld. Es ist so... Irgendwann ist der große Clou halt weg. Ja, aber Silent Hill hat wenigstens den Vorteil, sie können, was ihre, äh, Gegner-Varianz angeht und so, können sie halt viel machen. Absolut. Ich bin ja auch, äh, bin ja Fan, nur ich kann verstehen, dass sie es schwer haben, da viele Teile, die sinnvoll sind, rauszubringen. So, ich muss grad mal, du bist ein bisschen übersteuert bei mir. Muss dich gleich mal einstellen. Soll das. Aber vielleicht ist es wegen der neuen Regierung, die Leute hier sind sehr wenig auf der Seite. Du solltest, was du hierherst, um hier zu tun, und zurückkommen. Ja, sie haben wirklich die Räde Karpett für uns Amerikaner. Ich habe hier die Weapons für dich. alles gleiche gibt es waffen ich mache gerade pause und mach dich mal leiser weil du ein bisschen zu übersteuert ist bei mir muss eben reinkommen ich habe die steuerung nicht mehr drauf ja das ist hier aber relativ gut finde ich das ist auch der letzte teil wo man noch nicht gehen und feuern kann danach war das ja weg mit teil 6 aber hier geht das auch noch nicht und jetzt im remake von teil 4 kannst du wieder gehen und schießen schießen gehen und schießen meinte ich destination coordinates town squares up ahead go through there alpha teams waiting at the deal location good what do you know about what are boros mostly just rumors something about visions of a doomsday project doomsday sounds about right and apparently it is no rumor you're kidding right ich muss gerade mal gucken ich glaube ich habe bei mir den reshader immer noch nicht richtig angemacht also das ist anderen skin ja jetzt habe ich einen anderen skin und du solltest eigentlich ich glaube das geht nach dem spieler ja aber das geht nach dem nicht schade ich muss gerade die leute die mit gucken hier ist das reshade tool da habe ich mir aber schon alles auf die buttons gelegt und zwar auf f5 und da sieht man grob okay da gibt es schon eine grobe varianz so das bisschen weniger grün ja aber viel mehr kann ich aktuell nicht man es gibt ganz viele shader muss ich dazu sagen also ich habe wenn du mal bei mir rein guckst ich habe es richtig schick eingestellt so ja ich habe auch gesagt ich war einfach nur froh dass es lief weil ich hatte mega probleme mit den shadern es hat mir wirklich alles zerrissen ich musste das spiel neu installieren und alles und habe mich dann nicht mehr getraut so viel damit rum weg weißt du wie ich das gemacht habe ich habe mir gar keinen shader runtergeladen sondern ich habe mir schon quasi gemottete dateien besorgt ist also quasi dann schon optioniertes preset und dann läuft es halt nur noch so ich habe dazu halt nicht die option die du jetzt hast ich kann es nicht verändern aber das halt die für mich schönste optimierte variante ja also ich bin auch überrascht was man alles hier noch machen kann wenn man diesen reshade hat ich zeige es noch einmal kurz meinen leuten hier links habt ihr nämlich dann die ganzen das ist das was du gerade erzählt hast sieht man links die ganzen möglichen shader varianten und dann holt man sich eigentlich nur einstellungen lädt man sich runter für den shader und dann wird das automatisiert alles so willst du in die bude oder bist du schon drin oder ist schon drin ich dachte mir lass mal schön einsammeln du hast jetzt eine knarre ne ja nimm dir das kraut mit ich habe eine heilung das ist erstmal genug hier kannst du ja nimm dir auch gold mit oder ne es wird eh für beide das ist kein problem okay gold ist für beide ich nehme gerne alles weil du hast ja dann doch ein bisschen mehr als ich so ja ich nehme hier mal das kraut du weißt ja hier geht auch noch das ganze kombinieren dann kannst du auch noch kraut mit kraut du kannst auch den partner heilen wenn du was auswählst ist eigentlich auch ganz nützlich zu wissen schreien der ferne ich will die ganze zeit auf lb sprinten das waren die türen die man nur zusammen mit so einem coolen judo kick eintreten kann da muss sich zu dir kommst du ran ich sehe dich aber ich kann nicht drücken jetzt vielleicht wenn ich ein bisschen nähe ja ich weiß noch die haben immer früher die die türen so eingetreten und shiver ist auch so ein crush von mir ich weiß ich finde die fand die einfach hot war einer der attraktivsten kann ich mich kaum erinnern war einer der attraktivsten und liebevollsten resident evil figuren genau sie ist eine treue seele bis zum schluss war ich finde diese parasiten auch so ekelhaft ja und gewürmen was sie in den mund zwängen dann liebe der zombie bislang chris mit seinen elefanten ohren ich glaube sie lebt noch ne es war schon ja ne der ist weg ich hab dem nicht getraut ich weiß gar nicht mehr wie geht nochmal nachladen und alles das ist so ne ach stimmt auf rb ist ne ne karte auf y ist dein inventar ähm nachladen keine ahnung keine ahnung ah 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 ist nachladen gut jetzt bin ich drin ah echt ok also wenn du anvisierst a drückner litze nach auf y ist dein inventory und warte mal hier könnte ich jetzt zum beispiel dir geben ja siehst du jetzt hast du was und wenn ich jetzt eine waffe mitnehmen würde könnte ich dir die quasi rüber dealen du könntest jetzt auch diese beiden guck mal du könntest jetzt auch diese beiden kräuter jetzt nehmen und kannst die halt dann äh verbinden zu einem großen jaja also ich meine ich verstehe schon jetzt hast du aber uns geheilt ja ich wollte es natürlich ey die jetzt hier ist alles anders als man es gelernt hat ja ja es ist gewöhnungsbedürftig egal und jetzt kommt hier diese legendäre stelle hier kannst du äh pistolen munition mitnehmen jetzt kommt hier diese legendäre stelle wo du auch überleben kannst ne du kannst wirklich hier ewig lange den grind machen ok das ist mir nicht passiert du kannst auch einiges finden kannst ne uzi finden glaube ich und diverse schmuckstücke hier gab es ja irgendwie kulturraub ja du hast ja diamanten und alles mitgenommen oh oh amerikaner mögen die gar nicht wir sollten lieber abhauen ja 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 du hast ja gesagt man soll hier einfach nur rennen sonst verlieren wir nur unnötig munition komm hier schnell rein ich würde schon gerne ballern aber du hast recht äh kommt gleich kommt gleich hier ist ein rotes ja das kannst du jetzt mal verbinden mit dem grün ja ja ich also das kenne ich schon ne hab schon mal irgendwie gespielt ähm ok geil cool ich hab hier übrigens bei mir tearing allerdings seh ich das gar nicht nur die leute sagen ich hätte es hier und da also ich bei mir läuft's ne alles wie ist es bei dir bei dir auch gut ich hab bei mir jetzt äh vertical sync hab ich eigentlich an ja frequenz 60 ja vielleicht muss ich da was ändern ne also ich also chat was meint ihr läuft das hier gut sieht das gut aus was hast du für eine vertikalfrequenz eingestellt boah ich guck kurz rein für dich warte neun für ein options und system hast du das 60 oder anti-lasing ist bei mir aussehe ich gerade das mach ich nochmal ein äh variabel hab ich drin bildwiederholungsrate variabel 60 hertz ja motion blur nein schatten hoch texturen hoch gesamtqualität hoch moment aber vertikalfrequenz was hast du da äh 60 hm ok ja hab ich auch vielleicht ist bei mir die bildwiederholrate die hab ich jetzt auch mal umgestellt ok also chat sagt sieht gut aus so was müssen wir hier durch na das sind halt alte spiele ne wann kam es raus 2009 neun gott wie die zeit vergibt mir kommt es vor als was gestern gewesen ich hab überhaupt gar kein zeitgefühl mehr und wer schwingt so eine axt simon ich mein ganz im ernst wer macht denn so was das ist doch viel zu groß ist es nicht irgendwie schon ein bisschen kartonig ja ne ja guck mal was hier auch noch für klingen hängen siehst du das damit machen die ihre petersilie eine riesige axt ich glaube nicht dass sie zum fällen von bäumen benutzt wurde ja sicher dass das eine axt ist ja das ist eine axt ja da kannst du x drücken da kannst du genauere informationen dazu bekommen ja wir liegen auch überall kleine köpfe rum vielleicht brauchst du das zum konversieren oder wie um den oberarm von chris durchzukriegen brauchst du auf jeden fall so eine axt warte mal ich hab wieder zeug für dich moment gib mir das noch später oder musst du halt pistolen munition damit du halt gut versorgt bist ja ok die schätze kriegen wir glaube ich immer beides ist nicht so dass da egoismus herrscht du kannst auch das war ein bisschen tricky was die schätze angeht weil in vielen also später ist man auch in so einer minen ecke und dann hängen die irgendwo quasi im mauerwerk drin und die kannst du da so runterschießen aber die kann man auch super schnell übersehen diese schätze ok hier ist wieder ganz viel zeug für dich ich nehme auch mal hier ein kraut also pistolen munition solltest du haben ja also bei mir ist es wirklich nervig ich habe echt tearing ohne ende und ich raffe es nicht warum das so ist vielleicht die auflösung nochmal runterstellen ich weiß ja nicht genau woran das liegt vertical züng eliminieren sie tearing ach man ey einmal möchte ich so ein spiel spielen was dann auch läuft so ein alter shit also ich habe wirklich keine probleme hast du windows 11 oder 10 ich glaube 11 ich habe halt 10 vielleicht keine ahnung läuft da alles ein bisschen besser ich bin kein freund von windows 11 nö da läuft überhaupt nichts besser ja dann dann erst recht kein freund also bis jetzt habe ich immer jeden alten kram zum laufen gebracht was im moment ich let's play im moment silent hill homecoming was ich auch mag was auch niemand mag alle hassen silent hill homecoming ich finde das richtig gut das spiel und das ist dieses oft reboot oder remaster gewesen von den ersten das war so ein bisschen eigentlich ja man hat so ein bisschen mit dem hintergedanken jetzt ist ja der film so präsent gemacht ah ok da gibt es halt auch so ein bisschen querverweise man sieht den alten pyramiden kopf kurz vorbeischlendern und so und das haben halt viele nicht geworfen und so ja 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 das finden die alle richtig geil köpfung am nachmittag und jetzt wird geballert läuft es bei dir einigermaßen in ordnung oder ach es ist okay es halt es teert halt und ich muss jetzt irgendwie damit leben jetzt nochmal pistolen munition du kannst auch hier so ähm Schränke davor schieben damit die Tür nicht aufkriegen oder hier sich nicht durchs durch die lehmhütte kloppen mal guck die kommen jetzt hier durch ja sehr gut sehr gut wir müssen quasi erstmal nur durchhalten alles wegschuten was man wegschuten kann ja hier kannst du auch alles zerlegen auch immer dieses Obst kannst du runterpeitschen das auch nochmal kram oh shit naja eigentlich ist der Angriff die beste Verteidigung oder auf ich hab die Tür unter Kontrolle ja hier ist nochmal Shotgun und alles die haben nur Flaschen und sowas ey die drehen richtig durch später die schmeißen dir da alles entgegen im gesamten Gemüseladen ja ja ab von hinter dir ja ich hau die hier weg ach stimmt da gab es ja auch noch diese komischen Geschwüre die aus dem Schädel rausgekommen sind oh shit komm dran oh Brandgranate kannst du mal mitnehmen brauchst du Hilfe Achtung hinter dir wir haben das Ding aufgeschlagen Achtung der Große der Große oh Gott ich sterbe ich brauch Heilung ja ich heil dich Renn mal rein du musst rein rennen ja 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 aber ich muss auch die Pistolenmunition mitnehmen auch die Pistolen natürlich klar Gier vor Überleben Mist ich wollte unbedingt auf die brennenden Tonnen warte ich schieß dich frei den Sprecher töten der heizt die an Rücken an Rücken wir müssen den Dicken killen dann kriegen wir Geld dann kriegen wir richtig viel Geld wir können ihn auch zu den Tonnen lecken äh locken wir können auch die Tonnen ablecken ja oh mein Gott alter die entfalten ihre Münder der Predator das ist mir zu doof hier ich habe auch die Pistole oh oh ich bin da unten mit dem Big Boy ich nehme so ich nehme alles was ich an Pistolenmunition finden kann nämlich mit Achtung ich reloade wo ist der Typ ist der hinter mir er hält super viel aus er hält super viel aus er hält super viel aus er ist tot er ist tot er ist noch nicht mal eine gute Schrotflinte hier ich habe uns den den Ring des Papst habe ich uns hier organisiert hier war doch irgendwo noch ein Waffenkoffer ich bin mir sehr sicher dass es hier noch einen Waffenkoffer gab mit Naozzi ja wir können doch gleich hier rumlaufen oder ne ne wir werden evakuiert deswegen du musst loot du musst loot ja siehste wir müssen durchhalten bis Kirk kommt ich finde das Spiel sieht aber auch heute nicht hässlich aus so nö also beschweren kann man sich optisch nicht ich meine ich habe jetzt hier diesen grünen Filter halt bei mir ich mache ihn doch mal richtig an jetzt ist er weg also es ist schon ein Unterschied finde ich aber bei dir sieht es wenn ihr jetzt auf Kies in Stream geht dann seht ihr das nochmal in einer anderen Qualität du hast bei dir den Grünfilter glaube ich ganz raus ganz raus ja ich habe ihn bei mir nur ein bisschen geschwächt warte mal ich muss erstmal hier rüber springen Moment hier oben ist noch was zu tun wenn wir ein Problem haben mit dem fünften Teil ist dass er halt nicht so gruselig ist dass er halt merkt ja aber dieses Grusel funktioniert irgendwann in der Serie finde ich eh nicht mehr das ist dasselbe bei Dead Space alle so ja ist ja nicht mal so atmosphärisch wie Teil 1 ja natürlich ja natürlich ist das nicht mehr so atmosphärisch wie Teil 1 weil du jetzt alles weißt du weißt was die Necromorphs sind du hast sie gesehen du weißt wie sie sich verhalten und so weiter und so fort irgendwann ist natürlich das ist halt der Job der Entwickler sich dann was Neues auszudenken ja aber das geht nicht wenn du dann in der Serie bleiben willst das ist echt schwer das ist genauso deswegen funktioniert Evil Dead weil es einfach einen Bruch gemacht hat nochmal eine Hütte nochmal mit Necronomicon das wäre niemals so aufgegangen jetzt keine Munni mehr das ist ja krass dabei liegt ja so viel rum ich bin so in der Hütte da gibt es Kram also ich hab auch Granaten und so aber das wollen wir nicht du kannst gerne mit Granaten rumexperimentieren wenn du sagst das ist dein Ding wenn du sagst Granaten sind mein Stuff ich wirklich ne ne aber ich hab ja ganz nix warte komm mal zu mir renn mal zu mir wo bist du ich bin oben komm mal hoch dann kann ich nämlich Munition geben ich hab richtig dick Muni einfach zu mir laufen schnell gib mir mal bitte deine Shotgun Muni gib mir mal bitte deine Shotgun Muni ja lass erstmal hier aber ich geb sie dir gerne äh geben ok danke sehr Achtung da kommen Boys so jetzt muss man dringend Energie nehmen nein du musst immer mit mir zusammenhalten wir können uns nämlich immer mit so nem Ding zusammenhalten Moment wir können jetzt gleich also beide gleichzeitig schreiben aus das muss hin na der fünfte Teil ist wirklich für mich größtenteils verloren gegangen weil ich den ich nur einmal durchgespielt habe und okay zweimal das ist noch lange her oh wir schaffen es ja wir werden abgeholt das ist noch nicht wir haben Und kriegen wir ein S. Nee, du vielleicht. Na, wir waren ein bisschen zu langsam. Präzision S, besiegte Gegner S, gestorben S, benötigte Zeit B. Das ist auch sowas, das vermisse ich heutzutage. Früher gab es immer noch für alles irgendwie einen Rang. So Devil May Cry, Rang, Resident Evil. Eigentlich alles, was aus Japan kam, brauchte einen Rang. Die Japaner brauchen einen Rang. Sonst gehen die kaputt. Brauchen das. Die müssen überall zeigen, guck mal, ich bin der Beste. Sie wollen halt einfach gewertet werden. Sie wollen wissen, wo sie stehen. Soll ich dir was mitnehmen? Hast du irgendeinen Wunsch? Soll ich irgendwas aus meiner... M29F. Ach, ich guck halt nur gerade M29F. Hab ich ja schon. Okay, also viel mehr kann ich je nicht machen. Ich hab mir jetzt einfach einen Energiespray geholt. Das muss reichen. Ich kann dir auch immer gerne was aus meiner Krabbelkiste mitbringen, wenn du sagst, ey, ich hätte voll gerne einen Sniper. Oder ein gekochtes Ei hab ich hier auch. Ein braunes, du wirst ein gekochtes Ei. Nee, ich mag Eier nicht. Nee, magst du keine Eier? Nee, ich mag keine Eier. Mit Maggi, so ein Ei mit Maggi. Hast du ja Lust drauf? Ich bin eigentlich happy. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so schwer gewesen bisher. Nee, das stimmt. Hab ich die schon verbessert? Ich denk auch, deine Waffe ist doch schon relativ upgegradet. Da wirst du nicht mehr viel machen müssen. Kirk, wir haben dir einen. Du kannst mich später bedanken. Chris, Sheva, es ist fast Zeit für die Alpha-Team, um zu gehen. Hör auf die Begründungen. Begeleicht. Ich gehe vor. Wir werden da hin. Hier ist nochmal Pistolen-Money. Ich gebe dir die. Ah, okay, sehr gut. Naja, hast recht, ne. Dadurch, dass wir jetzt hier dich ein bisschen runterfahren, was Waffengewalt angeht, ist es natürlich auch viel spannender für uns. Weil wenn ich dich jetzt hier so OP machen würde mit deinen Skills, du würdest ja hier aufräumen, hätte ja gar nichts mehr zu tun. Machen wir uns nichts vor. Du bist Berufsspieler seit... Liebes, wenn du lügst. Nein, du bist ja Berufsspieler seit 40 Jahren. Ja, aber du versuchst jetzt nur hier einfach schönzureden, dass du schummelst. Ich schummel nicht. Das ist kein Schummeln. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das will. Ich nutze die gegebenen Möglichkeiten des Spiels. Ist ja ein Feature. Ja, ist ja auch völlig okay. Ich meine, wir spielen es ja auch nicht zum ersten Mal. Aber man merkt, du kennst den Weg. Oh, warte. Abbruch. Abbruch hier. Da gibt es noch was. Stimmt. Ganz vergessen, wir können noch hier ins Loch. Dann gibt es hier noch... Gold. Viel sogar. 400. Also du kannst dann auch, wenn wir immer zwischen den Missionen sind, kannst du auch deine Waffen verbessern. Dass du sagst, ja, ich mache meine Pistole fit, mehr Munition und so. Das geht auch alles hier. Mit dem Gold eben. Du hast dann auch so eine Schatzkammer und da sind dann diese Ringe und Diamanten und... Was wir so alles finden, ist da da drin. Das kannst du dann alles nur verkaufen. Das hat keine andere Funktion. Und da hast du ja eh gesagt, du willst ja so schnell wie möglich durch, ne? Du willst ja Gas geben. Ja, das klingt jetzt so, als ob ich gar keinen Bock hätte. Nö, aber ich brauche jetzt nicht die lange Tour. Ich kenne das Spiel ja. Und ich fand es cool, dass du dicke Waffen benutzt, weil wir dann halt schnell durchkommen. Aber es soll natürlich schon interessant werden für die Leute, die zugucken. Und ich habe auch Bock, das normale, authentische Resident Evil Gefühl zu haben. Also wenn jetzt mit dem Raketenwerfer rumlaufen würdest, wäre es halt auch irgendwie Quatsch. Aber es kommt später. Später haben wir Raketenwerfer. Ja, mehr auf. Oh, warte mal. Wir können hier hoch als Team. Das war auch ganz nice. Man kann nämlich so ein bisschen andere Wege einschlagen. Also ich kann dir Wege ermöglichen, die ich nicht betreten kann, weil ich bin natürlich ziemlich breit und stark und schwer. Du bist leicht und filigran. Eine Powerfrau. Du bist eine Powerfrau, ja. In einer sehr... Was ist denn hier mit dir los? Brauchst du Hilfe? Nee, nee, alles gut. Na gut, dann helfe ich dir. Die wollte ein bisschen schmusen. Aus irgendeinem Grund will ich die ganze Zeit auf LB rennen. In welchem Spiel rennt man auf LB? Ich glaube Dead Space 3. Da rennt man auf LB. Jetzt weißt du nicht, wir kommen ja gar nicht durch. Durch die Gitter. Du bist ja weiter unten auch. Nee, aber du kannst doch da irgendwie... einen Weg finden oder sowas, ne? Und man sieht nur, dass man von der Seite rein kann. Aber ich glaube, viel mehr kann man ja gar nicht machen. Okay, der wird da oben irgendwie abgemetzelt und verreckt. Oh, die Blondine. Die Blondine wird verschleppt. Das müssen wir natürlich behindern, ne? Team America. Also die Reddoll-Physik beim Schießen ist manchmal schon wirklich ganz lustig. Okay, wir haben ein Problem. Wir müssen da hoch, um den Schlüssel zu holen. Ja. Alle sind schon da drin. Gibt es einen Weg aufs Dach von hier? Ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Es muss auf jeden Fall einen geben. Ja, hier. Doch. Da. Komm mal her. Hier. Sollte es funktionieren. Wäre super. Okay. Komm mal. Gut. Dann hole ich mal oben den Schlüssel. Aber sei vorsichtig. Vorsichtig. Gefahr lauert überall. Ne, der rommelt leer. In den Gassen von Afrika. Ich weiß gar nicht, wo genau wir sind. Zentralkongo. Oh, da kommt ein Schwung neuer Leute auf mich zu. Ich würde mir mehr wünschen im Afrika-Setting. Auch was so diese Voodoo-Kulturen so alles ein bisschen beinhaltet. Weil ich finde das super interessant. Also ich finde auch, da bietet sich das eigentlich an, dass man da mal was drüber macht, ja. Wie hieß denn nochmal dieser Film mit Forrest Whitaker, wo er auch in Afrika spielt? Ich denke die ganze Zeit... Last Scotland oder so, meinst du den? Ne, 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 ne. Da war er ja der Diktator. Ne, so ein anderer, wo so ein Ermittler war, der in jungen Jahren seinen Penis verloren hat. Oh. Und dann war der so ein ganz verbissener Ermittler. Und es ging irgendwie so um eine Droge, die aber nur junge afrikanische Männer irgendwie beeinflusst hat oder sowas. So eine rassistische Droge war das. Aha. Mit Orlando Bloom. Moment. Hab ich nicht gesehen. Nice, danke. Bin ich nicht. Ne, nicht der letzte König von Schottland und auch nicht Blood Diamond. Das ist mit Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Zulu oder sowas. Zulu, glaube ich. Zulu, ja, das, ich glaube, das könnte sein, ja. Ja, aber irgend sowas war das. Aber ich hab ja jeder... Blood Diamond fand ich auch ziemlich cool. Eigentlich ist das echt ein schönes, unverbrauchtes Setting immer. Ja, Afrika ist echt... Es hat halt so diese Natur und auch sowas Rohes. Ja, ja, so auch ein bisschen was für uns, für uns, für uns westliche Menschen auch sowas Fernes, finde ich, ne? Genau, genau. Mit ganz anderer Kultur. Und da ist dieses, this is Africa, TIA und so, das ist nochmal eine ganz andere Mentalität. Da akzeptierst du einfach, wenn es keinen Strom gibt oder so. Das ist Wahnsinn für uns. Obwohl, Afrika hat ja diesen super krassen Solarbus, ne? Die sind ja eigentlich relativ weit, was so Sachen angeht mittlerweile. Ja, weil die halt, die Weite, ne? Die müssen das irgendwo hinbringen zu den Leuten immer. Was ich aber krass finde, ist, ähm, wie Afrika für uns diese ganzen Edelmetalle für unsere Computer und sowas da schürft. Das ist ja abartig brutal, ne? Wie da wirklich mit Plastikwannen und irgendwelchen Weltblechstücken, das kann quasi aus der Erde kratzen. Ja, das ist eine Sklaverei. Das ist fucking Sklaverei. Es ist so heftig. Wenn du dir, da gab's dieses, ähm, ja gut, das ist halt Joe Rogan, mögen halt nicht so viele, aber da war einer, ähm, auch nur ein Kenner zu Gast, der darüber gesprochen hat. Über die, ähm, ganzen seltenen Erden und den ganzen Kram, den wir da irgendwie von Kindern aus den Höhlen schaben lassen. Das ist alles eigentlich mega krass, das ist wirklich hart, dass das einfach ignoriert wird. Weißt du, wir ignorieren es einfach. Wir wissen es, jeder weiß das. Ich höre das seit zehn Jahren und es interessiert aber keinen, weil auch keiner weiß, was er machen soll. Soll ich jetzt auf mein Handy verzichten? Also, das war ganz ungesagt, ne? Auch Schokolade, ne? Ja, uns gibt keiner eine Möglichkeit. Schokolade ist auch so ein krasses Business, damit wir unsere Schoki hier in Deutschland haben. Ist ja auch eigentlich nur Kinderarbeit. Aber auch so eine Kinderarbeit, die so unausweichbar ist, weil man da gar keine Kontrolle einführen kann, weil Schokolade irgendwie aus, aus allen möglichen Familienbetrieben kommt. Ja, es ist alles richtig, äh, unangenehm, wenn man da drüber nachdenkt. Man muss wirklich was machen, aber viel mehr als Awareness kann man eigentlich auch nicht machen, ne? Als drüber reden und, äh, Links schicken oder so, kann man nicht viel mehr machen eigentlich. Was willst du machen? Du kannst ein gebrauchtes Handy kaufen, ja? Ja, ich finde es schon, dass wir ziemlich, äh, Handy-konsumsüchtig geworden sind. Dieses jedes Jahr neues Handy finde ich pervers. Aber es wäre ja nicht unmöglich, dass auf zivilisierte Art die Ressourcen abgebaut werden. Das stimmt, klar, aber das wäre dann teuer wieder. Und das wird nicht passiert, ne? Und der Preis wäre dann halt höher. Aber dann ist es halt so, ist der Preis halt höher. Naja, ich meine, wir Deutschen sind dafür zum Beispiel auch sehr bekannt, dass wir unsere Handys horten. Ja, dass wir irgendwie... Ich weiß, was du meinst genau. Ja, nee, es ist so. Man hat, ich glaube, durchschnittlich hat der deutsche Haushalt drei oder vier alte Handys in der Schublade. Und die verkaufen die Deutschland nicht oder geben die auch nicht ab. Und was da anders an Metallen drin ist, in Gesamtdeutschland, da könntest du einfach ein Jahr neue Handys herstellen mit. Ja, aber... Es ist ja diese Presummentalität, immer was Neues. Das Alte ist scheiße, das kann man wegwerfen. Diese Wegwerfmentalität ohnehin. Da könnte man ewig reden. Wir werden wahrscheinlich die Probleme heute nicht lösen. Aber ist ja ganz gut, dass man mal drüber redet. Chris ist natürlich wieder in seiner ritterlichen Pose, ne? Ja, wieder mal geschafft, eine Frau zu retten. Das liegt in den Armen, wenn du so Arme hast. Ist sie wirklich hübsch? Also ich finde Shever immer noch schöner. Naja, aber da würde ich jetzt sagen, wenn sie den Mund zu hat... Ne, ich bleib bei Shever. Ich bleib meiner Shever treu. Mein Favorites von den weiblichen Resident Evil Charakteren. Wenn ich auch noch mochte, war die Blonde mit diesem komischen Killerhaar aus Revelations. Weißt du, wer dich meinst? Ah, nö, keine Ahnung mehr, wer das ist. Revelations habe ich echt nur so durchgeguckt. Echt? Das war doch gar nicht so schlecht, Revelations 1 und 2. Ja, zu dem Zeitpunkt war der Zug für mich schon abgefahren. Das war so nach Teil 6, war das Interesse nicht mehr da. Und dann kamen die Spiele auch nur noch so halb gut an. Und dann ging es auch bei Revelations ja nur noch um die Story, die ich halt eh Banane finde. Ne, Revelations... Aber da müssen wir nachholen. Hat das nicht auch Koop? Ich glaube, der zweite auf jeden Fall. Ja, ja, es ist ja auch nicht scheiße. Nö, nur ich habe das einfach so durchgespielt und mir keine Gedanken mehr gemacht. Ich sehe schon, wir haben eine Menge aufzuarbeiten, Simon. Einfach nochmal drauf treten, ne? Ich will auch nochmal Resident Evil 6 spielen. Ich habe das auch noch einmal gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, weil es mir auch irgendwie zu viel war. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir... Warum nicht? Ich finde, die Action ist halt sehr, äh, opulent, ne? Da passiert halt viel... Da haben sie ja viel gesplittet. Also da gab es ja einmal Resident Evil mit, äh, Leon S. Kennedy. Dann mit Chris Redfield. Dann nochmal mit dem anderen Typen da. Connor, oder wie hieß der? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Blonde. Und, äh, jedes dieser drei Spiele... Ich glaube, Ada hatte auch noch einen Teil gehabt. Jeder dieser Spiele hatte ja dann ein ganz anderes Gameplay-Design. Ja, genau, aber es war schon in Action. Ach, ne, du meinst jetzt genau, stimmt. Es gab die Sneaking-Geschichte, wo Ada in New York war. Und dann gab es aber auch die typischen Action-Momente mit, äh, Barry. Oh, ich glaube, den habe ich. Ne, jetzt meinst du Revelations. Das war, ich meine, bei 6, da hatten wir ja auch diese Unterteilung. Ich meine eben 6. Ach, 6, ja, stimmt. Da hatten wir ja zum Beispiel die mit Leon S. Kennedy. Die war ja eher so traditionell gehalten. Und Chris-Sign, da war ja schon fast Gears of War. Das war ja wirklich... Ja, aber genau der Part, genau das hat mir ja auch nicht dran gefallen, dass es halt irgendwie jetzt wirklich nur noch eine Action-Baller-Farm ist für, äh... Ja, aber das ist halt so typisch dieses Dahin-Wollten-Sie-Sich-Entwickeln, weil das die Community irgendwie auf eine verschobene Art und Weise wollte. Also, ich freue mich ja, wenn Leute auch mit den späteren Teilen Spaß hatten, aber für mich sind die Highlights Resident Evil 1, 2 und 4. Und das bleibt... Ab, 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 äh, jetzt aber der Dreier. Nö. Echt nicht? Ist okay, aber es ist halt nö. Weder das Original noch das Remake ist über... übergut, sag ich mal. Es ist halt alles okay. Aber es ist halt auch Geschmackssache. Ich meine, ich meine ich ja. Das kann ja jeder... Findet schon was. Ich finde ja auch den Resident Evil 7er total geil. Aber der 8er ist dann wieder nur Schießbude. Na ja, geht. Da gruselig ist er nicht. Er ist vom Alpha Team. Ja, der 7er, okay, der war schon so ein bisschen... Ja, gut, da haben sie ein ruhigeres Tempo reingelegt. Ey, ich fand's toll. Ich meine, sie haben halt das, was von Outlast und Co. sich entwickelt hat, dass man von irgendeinem Monster verfolgt wird. Warte mal, ich gebe dir wieder Muni. Komm mal her. Haben sie da halt... Oh, sorry. Haben sie da halt, äh, finde ich, sehr gut umgesetzt, dass man immer verfolgt wird. Ja, sie haben halt wirklich sich gut bedient bei Outlast, weil das gerade auch so ein, so ein, sag ich mal, Trend-Highlight war, ne? Aber wir hatten's ja davon, dass Capcom auch immer neue Sachen probiert, was ich auch feiere, dass sie das versuchen, dass sie nicht dieselbe Formel endlos zermatschen, bis es nichts mehr ist. Ja, das ist halt geil. Aber es ist halt nicht alles dann ein Sieg. Also du kannst nicht immer alle begeistern damit. Aber es gibt ja immer Fans. Ja, wie gesagt, ich bin eh so jemand, ich bin total gnädig, was so Sachen angeht. Das sieht so viel besser aus ohne diesen Filter. Ich bin einfach begeistert. Mach ihn bei mir gerade nochmal an. Ich habe, glaube ich, bei mir einfach nur Blumenschäder oder sowas ausgemacht. Irgendwie sieht es einfach immer noch grün aus bei mir. Aber es ist nicht gut. Ich bin tot, wie gesagt, es ist ja auch immer noch nicht. Ich habe den Computer verstanden. Oh, ich habe es nicht verstanden. 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 Ich finde, Sherver sieht uns aus. Ich finde, Sherver sieht ohne Brille einfach besser aus. Ich kann gerne auch mal den Skin ändern. Hast du Rotkäppchen? Wie bitte? Hast du Rotkäppchen? Da gibt es glaube ich auch einen Rotkäppchen-Skin für Sie. Nee, ich habe nur die beiden Original-Skin und diesen Business-Skin. Aber wie gesagt, das Beste hat Chris. Also dessen Skin ist einfach der Hammer. Weil er so ein Gimp ist oder was? Ja, er sieht aus, als wäre er aus Mad Max, aber dem Einser Mad Max. Und ja, einfach geil. Da passen die Muskeln gleich viel besser dazu. Der Party-Gimp. Der Party-Gimp, genau. Und überall so Spikes. Ist auf jeden Fall ein guter Typ. Also mein Chat findet Revelation 1 und 2 auch cool. Ich fand es, wie gesagt, eigentlich schlecht. Aber für mich endete die Reihe erst mal. Simon, wir müssen es einfach nachholen, glaube ich. Wir müssen das nochmal aufarbeiten. Ich habe das schon mal mit Gregor lange gespielt. Aber ich kann es auch gerne nochmal aufarbeiten. Wir müssen es gemeinsam aufarbeiten. Ich weiß nicht, Resident Evil-Spiele gehen immer. Ich spiele eigentlich immer gerne durch. Also wenn du sagst, ich brauche jemanden für Resident Evil, klar. Ja, das ist gut. Du bist auch immer da, wenn sowas ist. Ich spiele gerade den 7er-Teil mit VR-Brille und Herzschlagsensor. Das ist auch cool. Warte mal, hier brauchen wir einen Schlüssel, genau. Und das ist jetzt, glaube ich, der im Verbrennungsofen. Den man da so durchlotsen muss. Den habe ich genutzt, den ich eingesegelt habe. Doch, den habe ich genutzt. Wir nutzen Schlüssel und so, den nutzt man immer zusammen. Da war nur ein bisschen Loot oder so. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes. So, jetzt haben wir gleich einen ekelhaften, schleimigen Gegner. Ich muss auch mal sagen, ich hatte riesen Probleme beim Start, weil der sich am Anfang mit diesem Windows-Xbox-Online-Modus verbinden will. Und bei mir hat das für echte Probleme gesorgt. Ich musste wirklich ein oder zwei Stunden lang Probleme wälzen und gucken, wie ich sie laufen will. Ja, hättest du mir nicht gestern Nacht geschrieben, hätte ich das alles noch rübergeschickt. Aber ich war leider schon zu Hause und ich habe zu Hause keinen Rechner. Ja, ich denke, du hast das Problem aber auch schon hinter dir, weil ich hatte es einfach noch nie probiert. Also ich hatte es nie auf Steam gestartet. Und dann merkst du halt, okay, ich habe diesen Windows-Bug. Und wie man den löst, ist komplett confused. Also ich kann das niemandem empfehlen. Wo muss ich hier mit dem Schlüssel oder die? Wir müssen jetzt einfach nur zurück, dann kommt das Vieh. Also jeder, der sich das Spiel holt, gewöhnt euch dran, dass ihr da am Anfang ein bisschen in der Community rumsurfen müsst, um die Probleme zu finden und zu beheben. Was ist das? Würdest du dir so einen Wurm reinpflanzen lassen, wenn du dafür Superkräfte kriegst? Ja. Aber du bist auch irgendwie... Aber ab und zu hast du auch so groteske Auswucherungen aus dem Gesicht. Das ist ja echt alt. Ich dachte, wie der Mensch ist denn, wenn du solche kosmetischen Änderungen einfach leben. Also für Übermacht und Sterblichkeit, du siehst auch gerne aus wie ein grotesker Nudelmann. Ja, naja, du hast nicht gesagt, dass ich aussehe wie der Nudelmann hier. Naja, nicht der Nudelmann. Aber ab und zu passieren eben Dinge, wo man sagen würde, ups, ja. So, jetzt müssen wir den da in den Verbrennungsofenraum locken. Und da sind ja so Gastanks, die kann er mal abkriegen. Und dann müssen wir den hier einsperren, so Timing-mäßig. Dann muss er einen aufsaugen. Ich dachte, wir müssen die Euterpläne. Ja, ja, auch, aber... Hier drauf. Wer nimmt das jetzt? Also man muss ihn quasi so hier durchziehen. Zu zweit geht das super easy. Du bleibst so ein bisschen im Ofen drin. Und ich gehe dann schon mal außen rum, dass er halt bei dir bleibt. Und dann baller ich den da... Jetzt kommt er, jetzt kommt er, okay. Ja, lass ihn rein. So, jetzt geh aus dem Ofen raus. Raus aus dem Ofen. Raus, komm raus. Oh, ich mach die Klappe zu. Zu zweit ist das halt viel, viel leichter. Oh nein, der kommt ja nochmal raus. Ja, er lebe ihn aus. Okay. Das hat uns den Gewicht her vollgebracht. Aber er sieht wirklich aus, wie er dir hinterher wird. Oh, oh, jetzt hat er sich aufgelöst. Und dann kommt er wieder... Ich zieh ihn nochmal rein. Du loggst ihn rein. Du gehst schon mal außen rum, so an der Kante des Käfigs. Ja, jetzt geh ran. Geh ran. Am Eingang, oder was? Ja, da vorne ist so ein Automat, der leuchtet. Ist der tot? Ich drücke. Ich glaube, der kommt wieder. Ah, Mist, das dauert ja ewig. Komm, geh zu. Ja, aber jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, ja. Ja, endlich. Ja, das ist doch ganz schön. Das hat doch Spaß gemacht. Aber ich glaube, der hält das aus, oder? Muss man nicht eins, zweimal backen? Nee. Es gibt natürlich keinen Schatz, weil wir dem das Feuer getötet haben. Aber damit kann ich auch leben. Ach, stimmt. Stimmt, da gab es wirklich einen Schatz, wenn du den nicht mit Feuer tötest. Stimmt. Habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es so kleine Tricks gab. Den kannst du auch so töten. So, jetzt müssen wir da hinten hin. Ofenschlüssel benutzen. Und Freiheit, mein Freund. Ruhigkeit, Moment. Wo bist denn du? Aber wieder den Gang dadurch. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Gang war. Gibt ja quasi nur einen. Einfach wieder den Weg zurück. Hm, ja dann. Ja, ja, da jetzt geradeaus. Ja. Runter. Und dann. Du siehst mich. Wenn du RB drückst, siehst du eine Karte. Hast du die? Ja, hast du gesagt. Okay. Guck mal, hier gibt es ganz viel Munition für dich. Ganz viel Pistolen-Munition. Top versorgt. Nee, du hast ja auch echt kräftig Muni jetzt, ne? Muni habe ich genug, aber halt nur Pistole. Ja, aber die würde ich ausbauen. Die habe ich auch damals ausgebaut. Das ist eigentlich immer gut, die Pistole. Weil die findest du auch immer die Munition für die Pistole. Weißt du, so die Basic-Waffe lohnt sich immer. Let's go. Weißt du, so die Pistole ist. Was war das Ding? B.O.W. Das Schum-Bag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ. Do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe we may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. Do you want us to go in there alone? Delta Team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait. We can't. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane. Do you ever get the feeling you're dispatched? Und wird es diesmal ein S? Mal sehen. Ja. Ein S. Nice. Ja, schön für dich. Ich hab immerhin ein C bei besiegte Gegner. Warum? Das passt. Wenn du einfach schneller bist. Schneller und härter. Schneller und härter. Präziser. Wie man bei der Präzision siehst. Wie ein Laser schneide ich mich durch die untoten Massen. Naja, mit einer Schrotflinte musst du nicht allzu präzise sein. Das stimmt, ja. Okay, ich mach hier grad mal ein bisschen Platz. Ich hab Maschinengewehrmunition. Ich geb die dir mal. Du brauchst also... Joa, ich lage es jetzt mal zwischen. Ich lage es jetzt mal zwischen. Ich kann auch dann immer was mitnehmen. Was ganz nice ist, ist natürlich später später hier die Mags. Die sind eigentlich auch ganz cool. Was cool ist... Ich geb dir mal... Ich bring dir mal ein gekochtes Ei mit. Das musst du mal erlebt haben. Ist eigentlich ganz witzig. Gibt es nicht nur Energie? Ja, aber wie er es halt macht. Er schlägt einfach dieses Ei auf und jagt es sich rein. Irgendwie find ich das nice. Man hört es halt auch richtig knacken, das Ei. So, ich wär durch. Also kannst du vielleicht auch deine Waffe verbessern? Waffen und Waffen verbessern. Ach ja, es gibt ja auch noch die Embleme hier, ne? Die kennst du auch? BSAA-Embleme. Genau, das ist aber auch nur so... Ja, Sammelkram. Optionaler Sammelkram. Jetzt hab ich die NG gerade gefunden. Jetzt hättest du die Munition gebraucht. Jetzt hab ich die Munition gebraucht. Hast du die Linie noch dabei? Nee, ich hab die nicht dabei, aber wir finden, wir finden. Ich glaub, in dem Level bekommen wir auch die Sniper. Hier ist schon die erste Munition. Ich hab das Gefühl, ich hab zu viele Waffen dabei jetzt. Jetzt hab ich drei Waffen. Wir sollten jetzt die Shotgun ablegen. Wir sollten eigentlich immer so ein bisschen aufteilen, dass wir nicht dasselbe Munitions- Typus dabei haben. Weißt du? Kann ich denn jetzt noch was abgeben? Nee, nee, nee. Jetzt musst du durchspielen. Du kannst aber auch so eine Shotgun verkaufen. Das ist auch möglich. Ah, mal gucken. Also man kann auch immer alles ein bisschen wegdrücken. Ja, es ist so krass, was dieser Filter ausmacht. Das ist schon wirklich auch eine Zensur gewesen, weil du merkst richtig, wenn der Filter drauf ist, das Blut ist halt nicht so knallig, ne? Oh, oh, oh. Achtung, Sprengpfeile. Kabams. Hat der quasi eine Dimax-U-Pfeil seinen Sturz versucht zu bremsen? Genau, ja. Der hat, nee, der war eine Claymore. Der war eine Claymore. Der ist auf die Claymore gedroppt. Ach, der ist ja auch okay. Das ist gut. Aber ja, durch diesen Filter sieht das halt alles nicht so drastisch aus, finde ich. Hier siehst du halt richtig schön dieses rote Blut, wie es spritzt. und sifft. Wegen Leuten wie dir haben sie es überhaupt erst geändert. Wahrscheinlich, ja. Ja, wie der sipscht und sapscht und ja, geil. Geil, Mann. Schön rot, dunkelrot. Warst du eigentlich so jemand, der es mochte, Gewalt in ein Video spielen oder sagst du ja nö, du sagst ja nö, nö. Muss nicht. Ach, ich hab überhaupt kein Problem mit Gewalt in Spielen. Ich hab ein Problem, wenn Spiele halt realistisch sind und dann Gewalt gegen Menschen zelebrieren. Also ich, zum Beispiel bei Call of Duty. Ja. Wenn du dann irgendwelchen Leuten von hinten das Messer ganz langsam in den, in den Vorderbauch irgendwie rammst oder so, sowas finde ich total eklig. Aber Kalisto-Protokoll, wurde da nicht auch Gewalt zelebriert? Kalisto-Protokoll? Bei Call of Duty ist schon sehr viel Feierei dabei. Sehr viel Alpha-Mann-Feierei von Gewalt. Die finde ich da nicht so geil. Aber gegen Monster finde ich es fast lustig. Also da kann es gar nicht brutal genug sein. Bleib mal stehen, komm mal her. Gib dir mal noch ein Ei. Ach nee, du bist voll. Ich kann ja gar kein Ei geben. Ei, 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 der Mann ist voll. So viel Pistolen-Munition. Hast du Kalisto-Protokoll, hast du wahrscheinlich gespielt, ne? Kalisto-Protokoll. Ja, ja. Hier ist ein Erste-Hilfe-Spray. Ich kann den gar nicht nehmen. Oh, Hunde, 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 Hunde. Die sind hier richtig ekelhaft, ne? Hier. African Dogs. Boah. Hunde sind eh immer Krebs in Spielen. Ganz furchtbar. Ja, die Resident Evil-Hunde sind immer anstrengend. Ja, aber auch die Silent Hill-Hunde sind auch furchtbar. Also ich finde die Hunde eigentlich gut im Universum, aber sie nerven halt auch immer. Ja, und Kalisto-Protokoll hat dir nicht gefallen? Äh, na, ich fand's nicht so geil, nö, aber ich, ähm, äh, ich, ich schätze die Brutalität und die, äh, Zwischensequenzen. Hier ist, äh, Gewehr-Munition. Also wenn da was passiert, dann sieht das echt krass aus. Und das fand ich schon echt hart. Das ist halt eine 7 von 10. Kein besonders tolles Spiel. Ah, also ich, ich muss sagen, ähm... Äh, ich mach, mach nicht viel so verkehrt. Man, also, man merkt, äh, dass die ne ganz, ganz... Da hinten ist Munition, Simon. Maschinenpistolen-Munition, die brauchst du ja, ne? Komm mal mit. Also man merkt, dass die da ganz viel Ambition dahinter hatten. Dass sie sich sehr, sehr viel Mühe mit der Technik gegeben haben, aber man merkt auch, dass es nicht fertig ist. Also, man weiß ja, die wollten das unbedingt jetzt vor dem Dead Space Remake rausbringen. Das Dead Space Remake war dir noch ein richtiger Dorn im Auge. Hier, hier. Und das hat, glaube ich, viel versaut. Also ich glaube, es ist genügend Platz für ein Dead Space Remake und für ein Kalisto-Protokoll. Ich hab leider keine, keinen Platz für Muni. Kombinier deine Highloot-Dinger zusammen. Dann hast du wieder einen Platz. Ah, okay. Das geht einmal, ja. Einmal kann ich das noch machen. Ja, ach, ich weiß nicht. Kalisto hat ganz viele Sachen falsch gemacht. Das Timing war falsch vom Release. Die hätten das Ding noch ein halbes Jahr lang entwickeln sollen. Aber ich meine, die Grafik ist schön. Die ist richtig gut. Und das hat auch gute Seiten, aber es ist einfach zu durchschnittlich. Aber ich hab trotzdem Spaß mit. Und ich finde, in letzter Zeit, wir bekommen wenig so Spiele. Achtung. Der große, schwabelige Mann da drüben ist gefährlich. Vorsicht. Boah, er ist immer noch ein Hund. Okay. Den Kollegen hab ich gekillt und gleich beklaut. So, hier ist noch mal Munition für dein Maschinengewehr. Achtung, Hund. Nicht nur der. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Also im Großen und Ganzen bin ich froh über ein Kalisterprotokoll. Ich hoffe, es hat sich anscheinend ja auch ganz gut verkauft. Ich hoffe, sie machen weiter. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass es stark werden könnte, wenn sie jetzt daraus lernen. Moment, wie schiebe ich das denn jetzt, was Lydia macht? Nee, du musst warten, bis ich da bin. Ach so, weil die arme Frau das nicht alleine kann. Die arme Frau kann das nicht. Nein, das ist 2009. Da waren Frauen noch nicht so weit wie heute. Aber hör mal auf, brich mal ab, weil hier liegt noch Maschinenpistolen-Munition wert, Herr Simon. Okay, ich... Hier. Ja. Cool. Und was war dein Spiel des Jahres 2023? Ähm, na, es kann nur Elden Ring sein. Ähm... Nicht mal God of War? Nee? Doch, God of War wäre jetzt meine zweite Wahl. Elden Ring, God of War, ähm... Ich fand auch, Cult of the Lamb war für mich, äh, eine Offenbarung. Und hat mir so viel Spaß gemacht, dass das wahrscheinlich auch drin wäre in meiner Liste. Ähm, willst du mir das Rote rübergeben oder Granaten? Hast du wieder ein bisschen Platz? Klar, klar, kannst du alles haben. Das Rote, du meinst die Brandgranate, kann ich dir geben? Ja. Oder das Rote Ding, das kann ich dir auch geben. Das kannst du mir auch geben, ja. Wenn was ist, dann gebe ich's dir wieder. Achtung, jetzt wird's ein bisschen tricky. Saddam am Steuer. Natürlich für Chris Redfield kein Problem. Gestandener Mann. Ah, ne, Tonne, 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 Tonne. Geil. Alle tot. Nur noch Klump. Alter, nur ein paar Bröckchen übrig. So. Oh, da kommt noch einer mit einer Schaufel. Der Gärtner war's. Und wir werden's ja heute nicht durchschaffen, aber ich denk, in zwei Tagen kriegt man das schon fertig. Ach ja, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Hast du eigentlich schon den Seamless-Koop-Modus bei Elden Ring probiert? Ne. Ich bin durch mit Elden Ring, 190 Stunden habe ich vor kurzem gesehen. Also für dich jetzt, so spiele ich nicht wieder. Äh, doch, aber ich bin jetzt nicht, äh, ich muss das jetzt nicht, äh, ein Jahr lang spielen oder so. Ich spiele das halt, wenn der DLC rauskommt nochmal und dann werde ich da auch wieder drin hängen, aber ich muss jetzt, wir könnten das halt beim Koop-Modus spielen, sogar irgendwie zu viert oder so. Das wäre mal ganz witzig. Äh, würde ich total gerne mal ausprobieren. Ja, klar. Also, wenn du dabei bist, ich finde sicherlich mit Nils und Ede oder so nochmal jemanden. Ich hab auch noch, also ich weiß gar nicht, das kann man so richtig vielen Leuten spielen. Das wäre echt mal witzig, das so als Gang durchzuspielen, ne? Natürlich, zu viert Elden Ring fände ich schon sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass es zu viert geht. Ja, das ist ne Mod halt. Und zwar ne Mod, wo dann auch wirklich durchgehen kannst du Elden Ring spielen. Also, da musst du nicht irgendwie bei den Bossen jemanden anrufen, sondern das ist halt so ein richtiger Koop-Mod. Uh! Shit! Hau ihn weg, hau ihn weg! Ja, hau ihn weg, ey. Komm, ich muss Munition sparen. Ich hab keine Muni, Mann, schieß doch mal! Ich muss Munition sparen, ich hab auch nicht mehr so viel. Das ist dein Ernst? Ja, wirklich! Du lässt mein schönes Gesicht von der Toll-Troller, die wie so toll findest, lässt du anbeißen. Aber nur für den höheren, äh, Zweck. Vor allen Dingen, du bist Amerikaner. Munition ist für dich wie Luft und Wasser. Ne, nicht mehr in der heutigen Zeit, das ist schwierig. Ey, schwieriger an Muni zu kommen, ja. Weil die ganzen, äh, äh, Jugendlichen einem die Munition weg, wegklauen. Das ist alles auf der Straße. So, okay. Hat ja nicht lang gedauert, bis wir wieder in der Kanalisation waren. Hier, bitte? Das ist auch so ein typisches Resident Evil-Ding. Das ist eigentlich allgemein Horror. Also auch jetzt hier in Silent Hill Homecoming ist auch der schlimmste Part die Kanalisation. Aber das ist auch so ein Spiel. Ähm, ist schwer zum Laufen zu kriegen. Und dass es dann auch rund funktioniert und so. Also da kotze ich schon ein paar Mal ab. Und ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ein verdammt guter Bastler, was so alte Spiele angeht. Aber Silent Hill ist eine echte Herausforderung. So, hier nochmal ein bisschen Schmuck. Oh nein. Dead Space lässt du rüsen. Oh, geil, oder? Ja, ist ein bisschen Dead Space-ig, ne? Wie die sich so rausschälen aus dem Rücktrade. Oh Mann, oh Mann. Nicht bewundern, lieber killen. Den machst du, den musst du übernehmen. Shever! Klingt ein bisschen wie so Katzenfutter. Was, immer noch? Ja, ja, die sind richtig robust. Oh, das ist für dich. Moment, ich gebe es dir. Warte, stehenbleiben. Wieben. Ich heil dich mal. Warte, bleib. Hör mal, du hast solche schlimmen Popeye-Unterarme. Ja. Also das haben die... Ich hab eine schwere Krankheit. Es ist eine schwere Krankheit. Ich find's nicht cool, sich dazu irgendwie drüber lustig zu machen. Es gibt tatsächlich diese Krankheit. Ja, gibt es. Deswegen. Vielleicht ist Chris Redfield auch krank. Deswegen sieht er auch immer anders aus. Weil durch die ganzen Medikamente, die er nehmen muss, weißt du, hier Cortisol und sowas, das verändert halt auch dein Gesicht. Leg ihn auf, ne? Geht ihm die Arme. Der ist ein bisschen wie Zac Efron. Hat sich einen Kiefer gebrochen, es sieht plötzlich aus wie Ken. Ja klar, wie kann man sich da nicht drauf freuen. Glaubst du, es wird aber gut, dieses Origins, Origins, Silent Hill? Das ist ja so ein bisschen der Ursprung, woher kommt Silent Hill. Ich find das ein bisschen doof, weil es raubt doch auch den Mythos, oder nicht? Ja, ich finde halt, der Mythos ist durch. Also ich find die Reihe toll und die Story auch relevant, aber man weiß ja schon, was es ist. Also ich finde, Silent Hill braucht keine weitere Erklärung. Aber ich hätt gern neue Charaktere, die dann auch eine neue Hintergrundgeschichte mitbringen. Weißt du, weil dadurch verändert sich ja auch die Stadt. Also ich könnte voll damit leben, wenn sie einfach zurück zu den Wurzeln, aber mit einem neuen Setting oder so, mit einer neuen Figur. Weißt du... Aber was ich nicht brauche, ist ein Prequel, was mir erklärt, wie es zu Silent Hill überhaupt kam oder so. Das ist doch irgendwie... Das ist ja wie Silent Hill 3. Das haben sie ja noch nicht aufgebröselt komplett. Ja, aber sie haben im Grunde Silent Hill 3 schon viel erklärt. Also ich hab gar nicht das Bedürfnis, noch mehr zu erfahren. Ja, das meine ich ja. Das ruiniert dann so ein bisschen auch diesen leichten Mythos, der halt noch da ist. Ja, naja. Die werden schon wissen, was sie machen. Ich hoffe es zumindest und ich würde es ihnen gönnen. Also Silent Hill wünsche ich einen tosenden Erfolg. So, wir müssen hier irgendwie rüber, weil da ist eine Kiste. Dafür brauchen wir aber einen Schlüssel. Moment. Nein, nein. Ich meine nicht die... Ich meine hier. Wo meinst du? Da drüben, siehst du das? Da ist eine Kiste. Aber wie kommen wir denn da hin? Äh, sehr gut. Äh, von oben. Von oben war das. Oh, du kannst hier rauf und irgendwie rüberspringen, glaube ich. Ich meine, es ging von oben. Ach komm, ist mir jetzt auch egal. Obwohl, da ist bestimmt eine geile Waffe drin. Ähm... Ich glaube nicht, dass da eine Waffe drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Er überkommt hier aber nicht rüber. Ja gut, dann lassen wir es halt. So, hier ist nochmal Pistolen-Munition. Aber hier oben war der Schlüssel. Ich warte noch, bis du da bist. Wo bist du denn jetzt da reingekommen? Außen rumlaufen. Durch diese kleine Seitengasse. Ah doch, warte mal. Hier ist eine Leiter. Ich glaube, da hinten ist ein Leitersymbol. Doch, das ging irgendwie von oben. Für dich hole ich das jetzt. Das soll wohl eh nur ein Edelstein sein. Aber den nehmen wir natürlich gerne zum Leveln. Siehst du, hier... Kommst du nach oben? Ah, da hängen auch Schlüssel hier in dem... In der Hütte. Ich glaube, die haben wir gerade vergessen. Nee, nee, den habe ich extra hängen lassen für dich. Ah. Wie ging das denn nochmal hier rüber? War das so komplex? Ja, jetzt müssen wir zu diesem Hafentor. Oder konnte man das sprengen? Jemand sagt, man könnte es sprengen, ja. Ja, das kann auch sein. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Oh, Achtung. Ich bin doch in dem Raum. Und hier kommen sie zu mir. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ja, ich habe das früher mal auf den höchsten Schwierigkeitsgraden für die Gamerscore und so auch alles auf S und so durchgespielt. Da habe ich dann voll Schiss gehabt wegen meiner Präzision. Weil einmal daneben schießen war dann schon wieder versaut und so. Ach, es waren noch Zeiten, wo ich dafür Zeit hatte. Ja, also ich bin ja kein Fan von Gamerscore. Ich finde, das war... Nee, das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Ich habe Spiele durchgespielt, die mich eigentlich null interessiert haben. Nur weil ich Tausender drin wollte. Ja, merkst du was? Ich habe Jagdrieber durchgespielt, weil es ein einfacher Tausender war. Ja, aber was bringen dir diese Punkte? Gar nichts. Damals Prestige. Ich war damals so richtig in so einer Szene im Gamerscore-Forum. Und ich war einer der Ersten in Deutschland, die die Millionen geknackt haben. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich will dich ja nicht beleidigen jetzt. Ich habe damals auch hier so Leitfäden geschrieben, wenn man in die Gamerscore kommt. Da war das schon ziemlich deep drin in der Materie. Und weißt du, was mein stolzester Tausender ist? Devil May Cry 4. Weil das war so unglaublich schwer, das auf allen Schwierigkeitsgraden durchzuspielen. Ohne Schaden zu nehmen und so Sachen. Ich musste das Spiel quasi auswendig lernen. Und Devil May Cry 4 ist brutal schwer. Also da, da bin ich so stolz drauf, dass ich den, hab diesen Erfolg. Alle Gamerscore und Devil May Cry. Das erzähle ich irgendwann mal meinen Enkeln. Ich kenne nur ein einziges Spiel, wo ich tausend habe. Und das auch nur, weil ich so, äh, so mega Fan von dem Spiel war. Äh, und das war Mercenaries. So eine Art GTA in einem Kriegsgeweak. Kenn ich, ja, kenn ich. War auch bei uns indiziert, ne? Das war irgendwann mal indiziert, ja. Nee, es war eine schöne Zeit. Devil May Cry, geatmet. Ah, jetzt kommen im Chat, kommen King Kong. Ja genau, King Kong hatte doch diese ganz leichten... Ja, ja, King Kong, Jagdfieber. Ganz leichten Score. Wir hatten damals... Wir hatten damals, ähm... Earth Defense Force hatte, glaube ich, 10 Erfolge oder sowas. Für die Schwierigkeitsgrade, ne? Und da dachten wir, wenn wir auf ganz, ganz schwer durchspielen, haben wir alle darunterliebende. Weil das war bei anderen Spielen so. Aber es war nicht so. Und wir mussten das halt wirklich zwölfmal durchspielen. Wir waren nochmal auf leicht und alles. Und das war so die Hölle. Weil wir haben das auf schwer, haben wir uns durchgequält. Earth Defense Force auf, auf super schwer war echt super schwer. Ich, ich kenne... Ich hab Earth Defense Force auch eine ganze Weile gespielt. Und das ist ja wirklich... Du musst halt immer und immer und immer wieder spielen, oder? Ja, 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 ja. Also, es dauert vor allen Dingen auch lange. Ja, ja. Und am nächsten Tag mussten wir arbeiten. Wir waren wie Zombies. Oh, es hat Spaß gemacht. Allgemein Xbox 360, eine meiner liebsten Konsolen. So, toll. Die war schon cool. 360 war cool. Ich finde aber Dreamcast hat mir auch sehr viel Freude gebracht. Obelistisches Meier auch. Aber die 360 hat auch Spaß gemacht. Ich hatte damals meine Xbox 1 so umgebaut, dass das so eine von diesen Media Center Platten war. Wo du dann auch Filme und Serien und alles drauf hattest. Natürlich nur die Sicherheitskopien. Ja, natürlich. Aber du hattest alles mit so einem Server sozusagen. Konntest du plötzlich am Fernseher alles einfach gucken. Ach, das war schön. Ja, Mil... Oh, Raketen. Ja, wo schießt jemand Raketen? Das war unser Mate. Komm mal bitte zu mir. Ich habe ganz viel Zeug für dich. Saddam. Der muss hat es. Jetzt du nach. Du so Batroller. Nimm doch einfach eine andere Waffe. Ich habe keine andere. Ich meine dich nicht. Ich meine Shiva. Shiva. Ach, Shiva ist ein indischer Gott, ne? Okay. Ja. Knapp daneben. Shiva ist die Göttin des Todes. Ich bin ja mal gespannt, was das nächste God of War für ein Szenario hat. Angeblich ja Ägypten. Gab es auch irgendwie so... Ich denke... Ja. Ich hätte mir... Also, wenn sie Hindu-Gottheit nehmen, haben sie ja unendlich viel, ne? Die haben ja für alles einen Gott. Alles. Die ganze asiatische Kultur ist voller Götter. Kannst du eigentlich alles nehmen. Okay. Ich... Hier ist Gewehrmunition, die ich nicht befreien kann. Ich brauche unbedingt ein Gewehr, ja. Damit würde ich gerne spielen. Ich liebe nämlich das Gewehr. Und da ist das Gewehr. Was für eine Überraschung. Agugado. Das S-75. Eine echt geile Waffe. Aber du hast doch schon eine dreiläufige Sprungflinte. Was willst du denn? Noch mehr. Ja, das werde ich auch verkaufen, das Gewehr. Und werde dann mein anderes Gewehr nehmen. Aber das Scharfschützengewehr ist super wichtig in dem Spiel. Das ist, glaube ich, das Beste, was du spielen kannst. Also, kann ich jedem nur empfehlen... Moment, 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 Moment. Bleib mal still. So. Alright. Ach, du hattest irgendwas. Ne, Xbox 360 war eine schöne Zeit, ja. Allgemein vermisse ich so ein bisschen das Feierabendzocken. Weil jetzt, wo ich Berufsspieler bin... Feierabend mehr hast du, ne? Ja, auch, weil ich Berufsspieler bin. Das wäre ja auch irgendwie absurd. Ich komme vom Zocken ins Zocken. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Das stimmt. Ja, ich habe mir mittlerweile Dinge angewöhnt, die einfach nichts mit Gaming oder meinem Schreibtisch zu tun haben. So was wie Kochen oder mit dem Hund rausgehen oder Sport. Einfach nur, um auch was anderes mal zu machen. Oh, Shotgun, Moni. Die hätte ich gebraucht. Das ist schon verlockend, einfach den ganzen Tag nur irgendwie zu zocken. Aber, ne. Ja, aber machst du ja, oder? Eigentlich zocken wir ja den ganzen Tag. Guck mal, die Doppelketten-Säge. Ja, aber ist ja nicht so. Wir spielen jetzt vier Stunden. Dann, dann höre ich auf. Dann gehe ich raus. Das passt schon. Ich bräuchte die Shotgun-Munition, Simon. Ja, Moment. Was kann ich dir dafür geben? Gar nichts. Gar nichts. Ich hätte eine Heilung entsorgen müssen. Nö, alles gut. So kriegst du... Moment, kann ich es dir einfach geben? Ja. Und dann haben wir nochmal... Ne, Maschinengewehr behalte ich. Ja, hier drüben liegt auch noch Maschinengewehr. Du hast geklappt. Ne, ich bin voll, ich bin voll. Ich kann nichts mehr mit... hier rumtragen. Ich bin leider voll. Ich leg noch mal Pistolen-Munition. Weißt du, was ich auch gerne gespielt habe? Damals auf der Xbox 360. Viva Piñatas. Hab ich auch irgendwie geil. Doch, hab ich gerne gespielt. Brauchte das. Also, ich hab das nie so ganz... Ich hab's schon lustig gefunden, aber ich hab's nie so ganz verstanden, was jetzt den Spielspaß dabei ausmacht. Naja, du züchtest halt deine Piñatas in einem Garten. Das hat halt so was Meditatives. Ja, unter dem Aspekt kann ich's auch verstehen. Also, das war aus so einer Zeit, wo ich sehr viel Gears of War gespielt hab damals. Das hab ich nämlich verschlungen im Multiplayer. Da war ich richtig süchtig. Und was ich an der Zeit so richtig schön fand, du bist in so eine Gears of War Lobby gekommen und jeder hatte dieses Xbox-Headset. Und das hatte echt eine richtig solide Qualität, das Ding. Absolut, das hat enorm viel ausgemacht für die Community, das von bei Xbox... Genau. Und dann bist du da rein und hast einfach nur gesagt, From. Und dann kamen schon die ersten Deutschen und dann hattest du die in deiner Friendlist. Ich hatte so viele Leute in meiner Friendlist. Das war echt schön. Das war eine sehr soziale Konsole. Ja, stimme ich voll zu. Ich hatte auch schon mit der ersten Xbox-Kamil auch schöne Momente online. Das war einfach dadurch, dass jeder ein Headset hatte, hat sich da eine ganz eigene Gruppe gebildet immer. Ich feiere das auch sehr. Heute ist es ja eher negativ, dass so viele Leute reden können. Leider, ne? Das war noch ein ganz anderer Schlag irgendwie, den man da angebrochen hat. Ja, es ist wie das Internet-Premierell. Wenn es jeder kann, dann können es halt auch Idioten. Leider, ja. Und wenn du sagst, das ist nur was für wenige, dann achten die auch drauf, dass sie aus dieser Gruppe nicht rausfliegen. Ne, das war echt eine ganz tolle Zeit mit der 360. Ganz, ganz toll. Oh, ah, Flieger. Flieger, 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 Flieger. Ah, 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 ah. So. Oh, der schmeißt eine Axt. Oder auch nicht. Also der Fliegelud ist weg, ne? Okay. Ja. Es gab soziale Konsolen. Ja, die Xbox 360 war eine sehr soziale Konsole. Es war eine sehr, sehr nette Zeit, wo dann auch direkt eine Party aufgemacht wurde und dann hat man die Leute eingeladen. Ich hab da wirklich tolle Freunde kennengelernt. Ja, genau. Ich hab teilweise mit Leuten Freundschaften abgebaut, die ich nie gesehen habe, was ich so nie machen würde. Aber da hat man's gemacht, weil man dachte, ey, mit dem hab ich gut irgendwie Halo gespielt, Halo Wars. Also, also werd ich mit den Leuten spielen. Wir haben uns da quasi so Feierabendzeiten haben wir uns getroffen, haben uns da reingesetzt in die, weil diese, diese Chat- und Partyfunktion, die lief so unglaublich glatt, ne? Du hast ja deine Party aufgemacht, da konnten irgendwie zehn Mann rein und selbst wenn wir unterschiedliche Spiele gezockt haben, waren wir trotzdem einer Party und dann hat jeder halt so seine Erfolge gedaddelt oder irgendwie was in seinem Spiel gemacht, so Multiplayer gedöhnt. Haben wir einfach gequatscht. Das war so ein bisschen wie Discord heute. Das war richtig schön. Ja, es ist halt komisch, dass sie eigentlich schon alles gecheckt hatten, äh, Microsoft, aber es dann trotzdem ein bisschen gecheckt hatten. Ja, ne? Ja! Ähm, ja. Das ist aber immer so. Das verstehe ich auch nicht. Die hatten alle Zutaten und haben's dann versaut am Ende. Ich glaub, sie haben nicht gecheckt, was eigentlich das Gute ist. Die haben das dann kaputt gemacht mit ihrem scheiß Interface. Dann, damit fing's an. Ja, Interface, always on, dann der ganze Media-Kram, den keiner wollte, außer vielleicht in den USA. Dann Kinect. Oh Gott, hör mir auf mit Kinect. Zum Glück haben sie da zurückgeguckt. Ja, aber die haben einfach ne scheiß Entscheidung getroffen und alles, was sie aufgebaut haben, mit dem Arsch wieder eingerissen. Ähm, sehr traurig. Sollten wir gleich Energie brauchen, da unten liegt noch was. Ja, aber ich hab so viel. Ich bin randvoll. Ich hab auch. Wir haben eher über, über viel. Aber daran melden sich bei mir auch viele Leute im Chat. Also da gibt's schon einige, die solche Erfahrungen auch gemacht haben. Ja, ja. Das war auch, also tatsächlich, waren das für mich die schönsten Jahre. Ja, ja, waren sie auch. Die Xbox 360 war, mit der alten Xbox zusammen, waren meine schönsten Jahre. Vielleicht noch Dreamcast, aber da hatte man halt, ja, hatte man nichts. Wieder anders, ne? Ja, aber wieder anders. Ja, es war anders geil. Also, da war die Optik geil und das war so. Gut, die Playstation 2 fand ich auch großartig, weil da waren ja auch tolle Spiele drauf. Auch Suffering. War so ein geiles Spiel. Aber es fehlt halt wirklich diese Kommunikation. Die ist, finde ich, essentiell für die nächste Generation des Gamings gewesen. Okay, Moment. Hier ist auch noch ein, wollen wir das Kraut noch nehmen? Ich kann nicht. Dann gib mir mal ein Kraut. Äh, du bist voll. Ich kann dir nix. Gib mir mal die, äh, Schottenkampunition. Okay. Wir können noch ein bisschen tauschen. Das ist gut. Dann gebe ich dir mal, nee, dann sammle das doch ein. Sammle das doch einfach mal ein, das Kraut. Wir haben zu viel. Wir müssen mehr verkaufen. Oder mehr einfach zwischenlagern. Du kannst ja auch alles zwischenlagern und in spätere Missionen mitnehmen, wenn es mal enger wird. So, rübergeschleudert. Uiuiui, ich habe dein Höschen gesehen, ne? Ich habe dein Höschen gesehen. Das machen die immer bei diesen, ähm, bei diesen Zusatzklamotten, da machen die immer so ein bisschen Fanservice rein. Ist das Fanservice, ja? Ja. Aber, also, ich würde sagen, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber damals, ja. Aber das gibt es auch nur noch in der, in der japanischen Kultur, ne? Heutzutage ein westlicher Hersteller, der so ein bisschen, äh, kinky durchblitzen lässt, der wird gesteinigt. Äh, wenn du dir mal diese ganze, ähm, Anime-Manga-Kultur anguckst, das ist purer Sexismus. Ja, allein... Also, ich bin kein Fan von diesem, von diesem, von dieser Manga-Anime-Kultur, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie immer schäbig, weil das auch immer aussehen wie junge Schülerinnen oder so, das hat immer einen ganz... Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Aber im Fenster, das ist ja auch einfach nur, dass man eine Brust sieht oder so, oder ein Höschen. Aber, das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich meine, wenn ich Pornos gucken will, dann gucke ich Pornos. Also, ich brauche doch kein Videospiel. Ne, das habe ich auch nie verstanden. Klar. Wenn ich Pornos gucken will, gucke ich Pornos. Aber wir gucken natürlich keine Pornos. Nein, das habe ich auch nie geguckt. Aber wenn... Wenn ich das mal irgendwann... Ja, wenn ich alt bin. Dann gucke ich die alle nach. Dann, ja, dann gucke ich die alle nach. Genau, ich habe schon eine Liste. Ja, aber das finde ich immer so krass, weißt du, in dieser ganzen Anime-Manga-Kultur, da ist Sexismus einfach so da und so präsent und es wird auch regelrecht zelebriert. Und in der westlichen sind wir total übervorsichtig geworden. Oh, Sniper-Munition, die könnte ich gut brauchen, wenn du die mitnimmst. Nimm sie durch, ja. Die ist auch nicht schlecht. Man muss mir, glaube ich, unten dann das Gitter aufmachen oder sowas, ne? Weil ich auch raus kann. Oh, nee, so viel Kamm. Ich kann den teilweise gar nicht mehr mitnehmen. Ist echt traurig. Ähm, kann man auch... Moment, man kann Sachen auch kurzzeitig ablegen. Weißt du, wer gerade hier ist? Unser geliebter Freund Sterzig. Wo ist der? In meinem Chat. Nee! Ja, klar! Das ist ja lustig. Grüße. Na, Sohn, wie geht's dir? Mein Sohnemann. So, ich bin gleich... Bin ich bei dir. Ich muss jetzt nur ganz nach unten und dann mich da irgendwie rausholen. Ja, dann lass uns einfach gleich nochmal reingehen, weil hier ist echt viel Kram zum Einsammeln. Aufschießen? Nope. Ah, doch. Ja, doch, doch, das geht. Ja, hier ist nochmal Kraut. Was spielst du hier für alte Schinken? Ich spiele etwas, wo du noch flüssig warst, mein Sohn. Und zwar Resident Evil 5. Das ist Kultur. Das ist Kultur, ja. Ja, Kultur. Oh mein Gott! Wo warst denn du? Warte mal. Oh Gott, du. Ich muss dich heilen. Ja, aber wenn ich jetzt irgendeinen Kraut finde, wird das schon laufen. Nee, nee, warte mal. Ich hab so viel. Partner heilen. Hier, bitte. Nein. Da draußen rennt noch eine ganze Armee rum. Ah, da kommt schon der erste. Muss mir auf jeden Fall dann die Ding geben, die Munition für die Sniper. So. Ich teile meine Chats, regen sich auf über unseren oberflächlichen Anime-Talk, aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Anime-Unter. Naja, oberflächlich. Das ist ja Fakt, dass... Naja, das hat ja nichts mit oberflächlich zu tun, sondern es ist ja Fakt, dass in der Anime-Kultur das alles einfach sehr präsent ist. Das kannst du ja nicht von der Hand weisen. Aber es hat sich auch ein bisschen geändert und ich verstehe auch, dass die Leute nicht immer nur reduziert werden wollen auf diese Klischees, für die sie ja auch nichts können. Moment, hier gebe ich dir Kram. Ähm, nochmal. Aber es gibt halt schon einige von diesen Anime-Serien und so, aber... Ach, Golden Boy fand ich super. Ich hab damit überhaupt gar kein Problem. Bisschen kinky ist schon in Ordnung. Ja, ich brauche es nicht, aber es stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Ähm, was ich... Ähm, Moment. Ah, scheiße, ich kann es nicht nehmen. Echt? Warte mal. Äh... Gib mir mal... Oh, äh, zufälligerweise Chainsaw Man. Hä? Guckst du Chainsaw Man? Ne, ne. Aber ich kenn's, aber ich guck's nicht. Das würdest du vielleicht gefallen. Ja, glaub ich auch. Aber ich hab keine Zeit irgendwie. Es ist bei mir so schwierig mit der Zeit. Die Liste ist so lang. Und dann bin ich auch immer so jemand, ich schau Filme gerne immer wieder an. Zum Beispiel letztens hab ich mal wieder Colors Farben der Gewalt geguckt mit Sean Penn. Einfach so ein großartiger Film. Äh, ne. Hab ich, glaub ich, Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wüsste ich gar nicht mehr genau, was das ist. Ja, Sean Penn spielte halt einen jungen Bullen. Streife in L.A. Ghetto. Der Alte muss den Jungen einweisen. Er ist natürlich total... Ah, so ein bisschen Training Day? Ja, so ein bisschen. Genau, so ein bisschen. Dennis Hopper hat Regie geführt. Tief in diese ganze Gang-Mentalität und sowas alles eingearbeitet. Ist ein interessanter Film. Ich hab vor kurzem was gesehen, da musste ich an dich denken. Und zwar war das der Film Death Stream. Kennst du den vielleicht? Death Stream. Das ist ein YouTuber, ein gecancelter YouTuber, der dann einen Livestream aus einem Haunted House macht. Nee, kenn ich nicht. Ey, ich will jetzt nicht spoilern, aber wie die diesen Livestreamer inszeniert haben, die Art, wie er seine Streams macht und die Technik dahinter, das ist voll gut. Also, das hat mir voll gut gefallen. Weil das relativ authentisch ist. Also, die haben direkt Gedanken gemacht, wie man das alles umsetzen könnte. Und ich fand das beeindruckend unterhaltsam. Wird mir auch gefallen. Da muss ich mal gucken, ja? Also, Todes-Stream, weil die Leute schon wieder fragen. Death Stream. Okay. Oh, was geht hier ab? Ins Auge. Du musst ihm ins Auge schießen. Sein Sackauge. Ich sehe ihn über Kettensäge. Wo ist er denn? Hier drüben. Achtung. Ah, das war gut. Aber nicht gut genug. Guck, der mag's gar nicht, wenn man... Genau, dieses eine Sackauge. Das mag er gar nicht, wenn du ihm da reinschießt. Der macht auch dich mit einem Hit tot, ne? Weil Kettensäge, der zerteilt dich in zwei Heften. Ich hab noch ne Granate. Hinten ist doch ein Fass. Hinten ist doch ein Fass. Da hinten war ein Fass. Scheiße. Nein! Oh, oh, oh. Simon, ich komm, aber du musst da raus. Hör weg. Ich krieg die. Ich krieg die. Keine Sorge. Oh, jetzt kommt das Fass auch noch. Was hält der aus, bitte? Der hält viel aus, ja. Der ist so ein kleiner Zwischenboss. Später kommt der aber... Ah, warte, jetzt liegt er auf den Knien und dann kannst du den hier machen. Bam. Kannst du noch schlagen. Ach, wir haben ein Problem hinter uns. Ab ihn. Der Kettensäge-Dude ist tot. Jawohl. Das ist Teamplay. Der Schlüssel, wie er aussieht, auch noch mit irgendwie... Boah, nein, es gibt zwei? Nee, der ist einfach wieder aufgestanden, oder? Echt? Also eben habe ich gesehen, wie aufgestanden ist. Scheiße. Ja, aber ich habe nur seinen Schlüssel. Ja. Ja, komm, dann gehen wir. Sammle hier noch die Munition ein. Vielleicht muss man jetzt gar nicht mehr mit dem Kämpfen. Der hört ja gar nicht mehr auf. Nee, nee, der ist total im Blutrausch. Der Blutbelast. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat dich erwischt mit der... Danke, danke, das war ein stiller Heilig. Komm, dann lass uns abholen. Hier, nimm der noch die... Hast du die Munition und so? Granate liegt hier noch rum. Da hinten liegt nochmal Munition. Einfach mehr nach. Aber das war jetzt schon ein bisschen wie Kettensägen, Mann. Japanische Regierung hat aktuell eine Kampagne, dass junge Japaner mehr Alkohol konsumieren sollen, damit mehr Kinder entstehen, weil die Geburtenrate immer mehr absäuft. Weil die Demografie ist bei denen kaputt. Also ich kann sagen, während Corona so in meinem Freundeskreis, wie alle so in meinem Alter sind, sind viele Kinder entstanden. Corona-Babys haben reingekickt. Nee, also während Corona hab ich eher den Glauben an die Gesellschaft verloren. Und das wäre für mich eher ein Grund, keine Kinder zu zeugen. Ich lebe in einer anderen Bubble als du, glaube ich. Das glaube ich auch. Na gut, nein, Moment. Um mich herum kriegen alle Kinder. Aber ich selbst denke mir, schön blöd. Naja. Ja, viel Spaß, wenn du die dann bei der Klimaflucht auf die Fähre werfen musst. Ja, aber... Ja, aber... Das ist Leben. Das ist Leben. Kinder und Frauen werden mitgenommen. Ja, aber wir haben... Freude ich schon mal. Ja, aber wir haben Resilienz. Das heißt, irgendwie kommt der Mensch durch. Der Mensch, ja. Aber nicht der Kies. Vielleicht. Der Kies. Vielleicht, weißt du es. Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich, keine Ahnung, so ein Charakter aus dem Steven Spielberg-Film. Oder vielleicht bin ich auch ein Roland Emmerich, Dad. Vielleicht bist du einfach nur Leiche Nummer zwei. Oder so. Irgendwo einfach bald rumliegen. Das wäre doch ein bisschen Illusion. Du Pessimist. Ah, ist doch... Also, ich rede mit Leuten, die Kinder haben, eh nicht gerne über meinen Fatalismus. Also, das bringt ja nichts. Dystopien kannst du nur besprechen mit Leuten, die keine Kinder haben. Nee, kannst du schon mit mir. Doch. Ich bin hart im Leben. Nein, aber ich meine... Also, ich glaube halt wirklich, dass wir auf einem absteigenden Ast sind. Und mir tun alle Kinder leid, die in dieser Dreckswelt aufwachsen müssen. Das ist halt leider so. Ich finde die Welt gar nicht so scheiße eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das ist doch eine gute Einstellung. Deswegen hast du wahrscheinlich Kinder. Das ist doch eine Einstellung. Das ist doch eine Einstellung. Oh. Du hast ausreichen müssen, ja? Oh, oh. Oh, oh. Jetzt, jetzt... Konzentration, Quicktime-Events. Jetzt geht's rund. Jeder muss da seine eigenen machen. Okay. Oh mein Gott. Mein Gott, ist die hundertste Leiche. Wen kümmert's? Aber der Barbecue halt mit den eigenen Leuten, das ist halt schon ein bisschen... Ja, mit den Piloten, ne? Die einen eigentlich abholen sollten. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. Schlechtes Timing. Achtung, jetzt Quicktimes. B. Ich stehe keinen Quicktimer. Du, Alter, der hat's nur du. Also du bist der Quicktimer. Ne, ne, du musst da auch. Zieh aber nix. Okay, bitte. Scherball, rette mich. Nein! Der Torherpurt hat mit33. Das ist der Hintergrund. Geh! Bye! 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 Ach scheiße ich bin doch ausgewischt ich doch auch xa habe ich auch gedrückt Wurde auch angezeigt you hit the button my friend Okay jetzt wissen wir wie es geht Ich weiß nicht ob ich weiß was geht Kann man das überspringen? Ja Ja? Ja Gut Achtung Ah diesmal Jetzt bist du dran Genau X Au Och komm Es tut mir so leid Das tat richtig Ne du willst mich doch leiden sehen Die letztes Mal was B Ha Es tut mir echt leid das war voll dumm von mir Ich hab einfach ohne Hirn einfach B gedrückt Es sind immer andere Aber es war ich Es ist random Ja ja du musst gucken Mann ich hasse Cuties ey Fucking Shenmue So überspringen Okay jetzt pass ich ganz genau auf Okay jetzt pass ich ganz genau auf Look out Rette meinen Sack So und jetzt zwei Tasten gleich Ich hab sie eben wirklich gedrückt bekommen Vielleicht ein Millisekundes Nee Also sowas hat mit Goldmude wirklich gar nichts mehr zu kriegen Das ist der Grund warum ich das mache Dieser Quatsch hier Ich werde das mit Möge Es tut mir yeah Ja Ich werde das mit Ich werde das mit Es tut mir No Ich werde das mit Plötzlich nicht mehr alleine. Das ist eigentlich ganz schön. Ich finde, es hat schon noch was mit Resident Evil zu tun. Es gibt in vier gab es ja auch Cuties, aber ich finde, das ist wirklich eine Seuche, die keiner braucht. Sie hat mir alles, was ich weiß. Das sind biologische Waffen. Jill? Und wird das auch ein S, werden viele Tode. Nee, das wird nur ein A, mein Freund. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen... In Ungnade gefallen. Ja, was auch immer alle so kritisieren ist, dieses, ja, wo sind die Zombies, wo sind die Zombies. Ich finde, Resident Evil war halt auch noch nie wirklich ein Zombiespiel, oder? Es war doch schon immer biologische Waffen. Oder liege ich da falsch? Ja, du sagst das natürlich, aber am Ende erwarten die Leute halt das, was sie aus Teil 1, 2 und auch 3 kennen. Ich finde, sie haben sich ja schon aufgeregt, als es in vier dann diese neue, da ist es ja kein Virus, sondern da sind es ja die, wie heißt die, Las Plagas oder so? Ja. Diese komischen Plasiten. So, warte mal, entfernen. Vielleicht muss ich auf jeden Fall erstmal ganz viel Kram wegmachen. Boah, die ist schon so krass verbessert. Nice. Ja, aber guck mal, auch schon im ersten Teil von Resident Evil ging es ja eigentlich um biologische Kampfwaffenentwicklung. Ne? Und Zombie war halt quasi die mildeste Stufe. Aber Hunter und sowas und Licker gibt es ja auch schon ewig. Ich finde das ja auch nicht schlecht. Ich sage ja nicht, dass ich das doof finde. Nur, also wir reden jetzt, worüber reden wir jetzt gerade? Weil hier gibt es ja auch diese Zombies, aber es sind halt jetzt, fahren sie halt Motorrad. Naja gut, das ist ja auch wieder das, Ouroboros ist ja auch so Las Plagas mäßig in die Richtung. Und das ist halt ein Virus, der, also das Ziel war ja eigentlich immer mehr Kontrolle über den Wirt zu bekommen, ohne dass er halt auch seine Intelligenz verliert und seine Fähigkeit. Du hast halt nichts davon, wenn du nur wabelnde Wurmmonster hast. Du brauchst halt auch humanoide Menschen, die wirklich verbessert werden dadurch. Und das hier in Afrika, die haben ja da diesen Ableger gefunden, der ja so eine verwandte Gattung ist. Später erfahren wir dazu ein bisschen mehr. Dann sieht man auch diese Blume und sowas alles. Ich will jetzt niemanden spoilern. Und ja, es ist halt auch wieder nur so ein biologischer Kampfstoff, was wir hier haben. Also, das ist der Level 5, macht schon Sinn von der Story. Also, ja, sorry, ey, wir haben da einfach eine völlig andere, ich halte die Story in der Lüge für saudumm. Die ist fast beleidigend blöd. Na, echt jetzt jeden Teil, so durch die ganze Serie. Jeder, jeder, jeder Teil hat eine dumme Story. Meine Anschein, ich spiele das Spiel wegen Atmo, wegen Grafik und wegen dem B-Movie-Flair. Gerade bei den Original-Teilen. Aber ich spiele es nicht wegen der Story. Hast du mal diese ganzen Mods für den Original 2 gespielt? Da gibt es ja so viele krasse Mods, so Storys und alles, die so B-Movie-mäßig, äh, so B-Side-mäßig sind. Nö, hab ich nicht tatsächlich, ich kenne nur die, ich kenne halt nur Vanilla und ich kenne die, äh, Virtual-Reality-Variante. Ich habe es in First-Person mal durchgespielt. Boah, hier. Und ich speedrunner das ja auch ganz gern mal. Aber, nö, andere Mods. Ja, muss ich ja mal ein paar Sachen zeigen, da gibt es echt geile Sachen. Ja, gerne, ey. Ich habe irgendwie, ich habe diese Mod-Szene früher sehr, sehr kontrolliert immer angeguckt, aber mittlerweile schon lange nicht mehr. Hier zu Giga-Zeiten auch noch, ne? Genau, und dann auch ein bisschen später, das war auch eine tolle Szene. Nur irgendwie, es sind auch so schon genug Spiele, die man erstmal alle spielen muss. Ja, ich bin ein ganz großer Fan halt auch von diesen ganzen grafischen Veränderungen. Das liebe ich einfach, an einem Spiel rumzubasteln. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn. Wer sich hier zum Beispiel dein Bild anguckt, sieht es sich deutlich besser aus. Es ist halt einfach so. Ich habe irgendwie von den Mods, die ich mir runtergeladen habe, habe ich dann irgendwie die falschen Mods genommen, habe ich das Gefühl. Shit. Okay, ich bin gleich tot. Zwei von die Fische. Dicke Häufen. Müssten beide tot sein. Ja, das war richtig hilfreich. Ich sage dir, die Sniper ist einfach mit eine der besten Waffen, die du spielen kannst. Selbst die Standard-Sniper, die ich hier habe, das ist jetzt nicht mehr irgendeine high fancy besondere. Das ist einfach geil, die Sniper. Nee, die Mod-Kultur hat mir schon immer gut gefallen. Ich finde es schade, dass die Spiele heutzutage alle so verschlossen sind. Ich finde es auch schade, dass Publisher sich so ein bisschen vehement dagegen wehren. Weil ich finde, Mods sind immer eine gute Sache für ein Spiel. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Call-of-Duty-Zombie-Modus. Und der dritte Call-of-Duty-Teil ist einfach für mich der langlebigste, weil sie halt da einen Game-Workshop auf Steam zugelassen haben. Und dadurch gibt es von der Community so unfassbar geile Maps und so. Es wäre schon längst tot, wenn die Community nicht da halt so viel machen kann. Und ich kenne so viele Leute, die haben sich das dann nur nachträglich nochmal für PC geholt, weil sie halt die Mods spielen wollen. Und am Ende braucht jeder halt ein Basisspiel. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Und so kannst du ja eigentlich nur Gewinn machen, oder? Ich bin da voll bei dir. Ich verstehe das ja auch nicht. Oder auch ein Half-Life, ne? Hätte kein Counter-Strike ohne eine Mod-Community. Oder ein Team Fortress und was es alles gab. Oh, da liegt eine Kiste Gold. Oh nein! Ich kann jedes Tages nur eine Kuhle machen. Und das ist alles, was sie interessiert. Aber gerade deshalb verstehe ich nicht, was du erwähnt hast, dass sie nicht den Nutzen sehen. Warte mal, bleib mal stehen. Ich halte dich. Oh ja, sehr gut. Stimmt. Du musst auch okay. Ach, schön. Also als Koop-Spiel funktioniert Resident Evil 5 schon richtig gut, muss ich sagen. Ja? Ich glaube, das Problem ist, dass man eben auch diese KI-Geschichten hat, wenn man alleine spielt. Das ist dann vielleicht gar nicht so geil. Nee, als Koop-Spiel war das großartig. Ah, stimmt. Da musste einer leuchten. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Kein GPS-Vertrück. Ja, war auch eine schöne Idee. Willst du leuchten? Das ist eigentlich egal. Nee, du machst das schon nicht. Ich meine nur, wenn gleich die dicken Gegnermassen kommen. Dann schrei ich. Dann schreist du. Ja. Hier musst du mal so ein bisschen an die Deckenwände und so alles gucken, weil da können ab und zu Diamanten drin hängen. Die kannst du aus der Fassung schießen. Ja gut, Koop wertet eh alles nochmal auf, weil jetzt auch hier heißt, selbst der Sechste ist dem Koop ja ganz nahe. Das stimmt halt auch. Koop wertet immer alles nochmal ein bisschen auf. Mit einem Kumpel quatschen und zocken geht halt immer, ne? Ja. Weißt du, was ich auch gerne mal wieder spielen würde? Army of Two. Das habe ich auch gerne gespielt. Ich habe es ein bisschen gespielt, ja. Und gerade so diese High-Five-Momente und so. Das ist schon lustig, dass die so ein Spiel entwickelt haben. Es ist ein geiles Spiel, ja. Das ist schon irgendwie komisch, dass es das gibt. Ja, soll ich jetzt auch mal drauf schießen? Nee, ich schieße auch mal drauf. Bleib drauf. Aber hast du ja gesehen, was der schluckt? Der hat einfach ein komplettes Magazin geschluckt. Aha, ich sehe schon. Der hat das abgelegt. Der will ja nicht mehr. Ja, ein bisschen schießen will ich halt auch, ne? Oh, da kommt einer von hinten. Ja. Moment, ich leuchte. Achtung, das ist halt ekelhaft, ne? Das ist der vollentwickelte Parasit. Den Schädel da oben kann man auch zerschießen, aber da war nichts drin. Nee. Irgendwo, ich weiß, ich weiß noch, in diesen Tunneln hängen quasi an den Wänden Edelsteine. Da findet man auch nochmal diverse Diamanten und so. Später gibt's auch noch eine AK und alles. Da kann man dann ganz gut, äh, mit auch die Massen wegholen. Also, das ist lo... Ah, guck, hier oben. Siehst du es? Hier oben. Ah, ja, stimmt, jetzt sehe ich es, ja. Kannst du dann so runterschießen? Oh, bitte schön. Gott, das hab ich nie gemacht. Ey, da gibt's richtig viele Secret-Kramen. Ach so, das ist eigentlich auch so ein typisches Resident Evil-Ding, dass man auch im Vierer... Kannst ja so viel Kram finden. Wenn du das auch richtig gründlich machst. Ich hab auch den Vierer nochmal mit sehr vielen coolen Mods durchgespielt. Äh, vor Resident Evil 5, damals auf YouTube. Mit diesem HD-Projekt und so, das ist ja auch richtig schick. Da gab's auch richtig viele schöne Sachen für einen Vierer. Da kannst du so viel machen und so viel rausholen. Ganz großartige Spiele. Aber das kriegst du auch nur bei japanischen Spielen, finde ich. Das ist so typisch Japan. Dieses Easter Eggs lösen und... Und wenn man sauber spielt, wird man OP. Boah, Schlange. Mist. Oh, Gewehrmunition, Moment. Oh, die kannst du mir mal rüber dealen. Danke. Vorsicht, da ist eine Schlange. Warte. Schlangen können Eier geben. Aber die nicht. Na ja, das ist eine Pistole. Stimmt, das ist das Lüger. Äh, hier ist noch eine Pistole-Munition. Ich glaub sogar, das war eine der anstrengendsten Missionen hier damals. Der Tonne. Weil der hat sich ganz schön gezogen. Also ich krieg auf jeden Fall grad auch so einige Flashbacks. Oh, hier ist noch ein kleiner Geheimgang. Mit einer Kiste. Oh, Schlange. Ja, die lebt weiter. Achtung. Unten kriecht sie. Äh, du läufst grad drüber. Ich will dich, die hat sich irgendwie auf dich. Warte. Ja, wenn sie smart ist, lässt sie uns einfach in Frieden. Hat die Schlange das Recht zu leben? Ja, meiner Ansicht nach schon. Aber wenn sie beißt, hat sie ihr Leben verwirkt. Das muss ja auch klar sein. Aber ich will sie, ja, wenn sie ein Ei gibt. Sogar ein braunes. Das glaub ich, esse ich jetzt auch direkt. Ich find's einfach witzig. Er zerschlägt dieses Ei an seiner Arbeiterhose, ne? Und ballert es sich in den Mund. Ja, schön hier, Rocky. Rocky 1. Autogrammkarten von mir. Hast du Autogrammkarten, Simon? Das ist ja jetzt Merch, ne? Aber es gab jetzt bei dir... Oh, okay, ich gestehe. Ja, ich hab Merch, aber doch keine Autogrammkarten. Naja, da gibt's ja Leute, die legen ja eine dazu. Ja, ich mein, ich hab natürlich schon häufiger in meinem Leben Autogrammkarten. Deswegen hab ich noch ein paar alte. Oh, hinter diesen Leuten. Ja, aber wie soll ich denn da durchkommen? Ach, du musst von drüben. Ich glaub, du musst von drüben wahrscheinlich. Ja. Okay, wir haben... Ab jetzt kann ich... Ist hier drüben ein Hebel bei mir auf der Seite. Muss irgendwie, oder? Da drin ist ein... Ne, wie ging das denn nochmal? Normalerweise müsste es so durchkommen. Mal nochmal, drüben nochmal auf. Ich mach nochmal. Oder war... Ist das der... Warte mal, hier ist dann dieser Raum. Das ist auch nochmal ein Hebel, aber das ist doch nicht der für... Ah doch, das ist der. Ja? Kommst du durch? Ich lass mal los. Okay, ich lass los. Ja. Ja. Cool. Krass, dass die so weit weg ist. Ja, ich find Autogrammkarten auch irgendwie so skurril, ne? Das sind für mich typische so 90er, 2000er Sachen, Autogrammkarten. Ja, aber ich denk immer, bin ich überhaupt, äh, es würdig, eine Autogrammkarte zu machen? So, weißt du? Ein Deutscher, kein Deutscher Prominenter braucht eine Autogrammkarte. Bin ich, ich bin doch nicht mal ein Deutscher Prominenter. Ich bin doch nicht auf dem Level von dem Till Schweiger. Ja, aber auch der braucht keine Autogrammkarte. Dann unterschreib mir deinen Namen und gut ist, Alter. Hat Scherzig Autogrammkarten? Bei denen könnte ich es mir vorstellen. Kann man deinen Merch noch bekommen, Simon? Was meinst du? Dein Merch. Ist das noch, ist das limitiert oder ist das? Ne, mein Merch ist weg. Es gibt kein Merch mehr. Alles weg oder wie? Alles verkauft. Echt? Ja, wir haben, also es gibt keins mehr. Aber es kommt Neues. Es wird irgendwann Neues kommen, ja. Aber die Leute haben im Moment eh kein Geld, also. Moment, Moment, ich muss... Es gibt Leute, die Freunde... Da, Scherzig, ist noch eiskalt da. Ja, hab ich, du Kek. Fanservice. Siehst du, Scherzig hat Autogrammkarten. Wusste ich, dass er welche hat. Das war mir so klar. Wie gesagt, ich habe nicht Autogrammkarten in meinem Leben gehabt. Bestimmt zehn verschiedene. Irgendwann ist gut. Aber ich verstehe, wenn jemand, für den das neu ist, dass der da begeistert von ist. So. Okay. Da habe ich die Lampe. Ich glaube, die Lampe ist... Ist die durch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die kann man jetzt getrost vergessen. Ich glaube, die ist egal. Ja, ja. Ich glaube, ja. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Autogrammkarte anbieten würde, dass Scherzig sich einen in sein Regal stellt. Ja, doch. Davon bin ich überzeugt. Scherzig ist schon so ein Fan. Das ist normal. Ich habe auch von all meinen Freunden und Kollegen habe ich die Autogrammkarten irgendwie gesammelt. Auf jeden Fall. Das ist eine ganz normale Sache. Ich wäre auch schon echt enttäuscht, wenn Scherzig es nicht machen würde. Also, ich finde, das sollte man irgendwie vielleicht auch in seinem Studio sehen. Weißt du, im Hintergrund so ein Foto von mir, wie ich lächle. Eine Karte von dir. Ja. Würde auf jeden Fall sein Streaming-Setup... Ja, verbessern. Klar. Ja, klar. Okay. Leider. Oh, ich hasse es, wenn die wegblubbern und nichts ausspüchen. Ja, aber wenigstens blubbern die irgendwas raus. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn du Spiele hast, wie zum Beispiel auch bei Silent Hill gibt es keinen Loot durch Gegner. Und dann ignorierst du halt auch ganz viele Gegner, weil du denkst, warum? Warum sollte ich den jetzt bekämpfen? Ja, bei Silent Hill gehört es aber auch der Zufall. Also, dass du eigentlich gar nicht gegen die Kämpfe... Nee, eigentlich... Nee, du gehst einfach weg. Genau, die sollen dich einfach nur... ...Mürbe machen. Aber ich finde auch, Silent Hill ist deutlich schwerer als in Resident Evil. Also, da ist echt viel Bock-Schweres. Auch hier, in diesem riesigen, ähm... Ja, Grabungsgebilde gibt es auch irgendwie an den Wänden nochmal Steine und so. Die nehmen wir jetzt nicht mit, aber da kannst du auch wirklich die Wände an... ...absuchen. Wenn es denn irgendwo funkelt, kannst du an Steine runterschießen. Das ist auch nochmal einige Möglichkeiten, an Steinen zu kommen. Also, ich kriege auf jeden Fall keine... ...keinen S beim Zielen heute. Dabei ist es eigentlich echt gut gelöst hier, finde ich. Aber der Vierer hat... Doch, der hat auch Ränge, ne? Der Vierer. Ja, ja doch, klar. Ja, es läuft eigentlich auch beim Ballern ganz gut. Man hat schon gut Kontrolle über die Waffe, ja. Aber es zuckelt ja auch immer so ein bisschen, weil die auch zittern. Na, die Sniper, die ist schon relativ... ...die ist relativ ruhig. Ja, da... Ja. Da hast du wahrscheinlich einfach ein statisches Bild, oder? Und zooms einfach nur hin und her. Ja. Ich glaube, ich habe die Sniper nie wirklich benutzt. Ähm, okay. So. Ey, das ist voll doof. Mann, ey. Dass man ein rotes Kraut im Inventory hat, aber kein grünes nehmen kann, was dann auf dem Boden liegt. Das sind solche kleinen... Ja, das macht halt den... ...mach einen Wahnsinn. ...Ressourceneffekt aus. Oh, shit. So, du musst dir Irving sein. Wow, perceptiv, nicht wahr? Du denkst, das ist ein Schuss? Oder wie alle anderen Schuss-Terroristen? Auf jeden Fall wie einer der Skars-Gards, ja. Ja, es sind zwei Waffen gegen eine. Ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. War das Ada? Am Ende ist alles Ada. Nein, 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 das war nicht Ada. Echt nicht? Okay. Das ist ja eigentlich relativ offensichtlich, aber ich will es nicht spoilern. Wir erfahren es ja bald. Aber es ist doch sehr, sehr offensichtlich. Achso, dann ist das natürlich für Valentine, weil die ja auch verschwunden ist. Und da hat das gespoilert. Das ist ein Spoiler. 2008 kam das Spiel raus. Es muss hier sein, was er nicht wollte, uns zu sehen. Was ist es? Schau an das. Das Ölfeld. Das ist in den Marschlands. Die Ölfeld. Ich muss ganz kurz mal jemandem aus meinem Chat helfen. Nämlich Kasradude. Frag nämlich auch, wie haben die Resident 5 auf dem PC zum Laufen gebracht. Guck dich am besten mal in der Community um. Da gibt es ja ein Forum auf Steam. Da werden diese Sachen genauer erklärt. Alter, hier ist die Waffen. Gib einfach ein in Google Resident Evil 5 won't work Steam. Und dann findest du, glaube ich, schon das erste schon die Antwort. Da gibt es super viel. Also es gibt auch echte Probleme. Also es ist gar nicht so, als ob das nur wenige Leute trifft. Ich hatte die selben Probleme auch. Es trifft eigentlich alle, weil das liegt an dem Windows-Ding. Das Problem hat eigentlich jeder. Es scheint nämlich auch anders zu sein. Ich habe auch Leute im Chat, die gesagt haben, die haben das nicht. Es ist super schwer zu sagen. Die haben vielleicht aber ein Spiel vielleicht schon mal auf dem Rechner gehabt. Deswegen hatte ich es auch nicht, was schon mal über Windows live lief. Weißt du, wenn du zum Beispiel mal vor ein paar Monaten irgendein anderes Spiel mal drauf hattest, hast du diese ganzen Hintergrundkomponente drauf. Weißt du, die da wieder verwendet werden. Die greifen da wieder. Ich habe jetzt auch eine Sniper. Ja, die Folge ist Sniper. So, ich mache es ja mal weg. Ich war eben gerade da unten looten. Unten ist einer. Was? Wo? Hier ist was bei uns? Hilfe. Achtung. Müsste tot sein. Okay, ich schaue mal, ob noch welche kommen. Aktuell nicht. Der Sniper ist einfach so geil. Wo ist der wieder an dem Geschütz da dran? Aber das ist gar kein Problem. Du schießt über 500 Meter auf eine arme Socke ohne T-Shirt mit einer Schaufel in der Hand. Das ist halt nicht wirklich fair. Ja, das ist Afrika. TIA. Ja, okay. Ist ja überschuld, wenn er sich nur eine Schaufel geholt hat. Ah, shit. Mann, das war mein Kopf. Achtung, ich da unste, glaube ich, oder? Der klang so, als würde er gleich von hinten kommen. Irgendwie schon. Nö, unten ist nix. Doch, einer. Einer ist unten. Okay, der ist da unten, oder? Nee. Jetzt. Far Cry 2 war auch Afrika. Ja, aber ich finde, Far Cry 2 war auch gar nicht so schlecht, wie sein Ruf war. Ich fand's nicht so gut. Ich bin echt Far Cry Fan, aber der zweite war irgendwann langweilig. Allein, dass diese Straßensperren immer wieder aufgetaucht sind, Ja, gut, das verstehe ich schon. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie spielenswert. Alleine die Möglichkeit, Felder anzuzünden. Das war halt zu der Zeit schon krass. Ja, das mit den Feldern, das sieht auch heute noch gut aus. Da gibt's auch eine echt krasse Mod-Community. Guck mal, hier bei der Leiter hängt ein Diamant. Ah, Moment. Habe ich noch. Da hängt auch wieder ein Diamant. Bei der Leiter. Weißt du, was einer meiner absoluten... Bei der da vorne. Siehst du die Leiter? Da oben blinkt einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Na, ich schieße ihn mal ab. Weißt du, was einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist? Vielleicht sogar wirklich mein Lieblingsspiel. Das ist Metal Gear Solid 3. Es war für mich das perfekte Spiel. Also ich gebe zu, der dritte ist verdammt schön. Aber mir macht irgendwie der zweite hat für mich einfach mehr Aussage. Aber der dritte ist schöner. Aber ich mag einfach Der dritte ist vom Gameplay einfach Perfektion gewesen. Ja, es wirkt so. Also was Metal Gear Solid angeht, ist der dritte mit das Beste. Aber mein Herz schlägt für den zweiten Teil. Ja, ich find den zweiten auch... Ich find auch den vierten gut. Aber ich hasse den fünften. Ja, nee. Also im Moment der vierte... Ja, nee, der vierte... Den fünften hasse ich auch. Der... Gell? Oder? Der Anfang... Oh mein Gott. Ich dachte so, geil, Mann. Geil, geil, geil. Und dann ist es dieses komische Grind-System mit diesen endlos gleichen Missionen in diesem riesigen Areal. Und... Ich hab gedacht, was soll der Scheiß? Ich hab schöne Ideen, aber das reicht einfach nicht. Ja, man merkt halt, das war ja ein Bruch. Kojima hat das ja gar nicht fertig gemacht. Man merkt's irgendwie. Genau. Man merkt, dass diese ganzen geilen Momente von ihm sind. Und irgendeine arme Praktikantensau hat ein Open World mit Endlos-Level da noch eingebunden. Ja, man merkt wirklich den Moment, wo Kojima gesagt hat, wisst ihr was? Fickt euch alle, ich geh jetzt weg. Und man merkt das irgendwie gefühlt. Aber ja. Es bringt ja nix. So ist das Leben. Aber Metal Gear Solid 3, ach, liebe ich. Das kann ich auch wirklich auswendig. Da hab ich auch ein Let's Play zu gemacht. Hier kannst du hoch. Komm mal her. Ja, Moment. Weil die schmeißen Dynamit auf dich, ne? Deswegen sollten wir hochgehen. Vorsicht. Ach, ich verstehe. Da können wir zusammen hoch. Ne, ne, da kannst nur du hoch. Aber du kannst dann von oben die schon wegsäubern. Heil dich. Ich bin eh voll. Du kannst ruhig ne Heilung verwenden. Ja, für Metal Gear Solid 3 brauche ich kein Remake. Das ist heute noch schön. Boah, kacke. Hast du noch Energie? Ja, aber ich komm nicht an dich ran. Du kannst noch was... Hast du nix? Ja, ne, das ist noch Granaten. Das ist ein Pink, ey. Das gibt's nicht. Was ist denn das für ein Shit? Jetzt häng ich hier oben fest. Komm nicht runter. Yikes. Und sterbe mit ner halben Energie. Ich hab gedacht, du hättest noch was. Jetzt hätt ich dir was mitgegeben. Ne. Ne. Ne, ich finde Metal Gear, da brauch ich kein Remake vom Dreier. Das sieht so gut heute noch aus. Und top. Ah, schmeiß mal Sachen raus. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Da ist wieder hartlich einiges angesammelt. Ah, ne, Moment. Das geht so nicht. Ja, jetzt hab ich halt irgendwie drei Waffen. Das ist halt irgendwie blöd. Ja, dann, was du halt nicht willst. Ja, dann geb ich. Ja, eigentlich find ich die Dragunov geil. Dann spiel sie. Aber dann lass ich sie jetzt in Liebe. Okay, dann machen wir's so. Ich hab halt zwei Waffen. Aber du hast jetzt noch drei Slots. Brauch ich halt nur noch Munition. Ich kann dir da gerne was lassen. So, warte. Ich geb dir dann gleich eine Heilung rüber. Ich werd mal stehen. Moment. So. Okay, jetzt bist du ja auch hier oben. Lustig. Hier war... Hier lag noch eben... Ja, hier ist der Diamant. Guck, der blinkt da hinten noch. Naja, dann lass kurz nochmal hochgehen und das Kistall runterschießen. Zumindest da. Ich weiß, dass Embleme auf dem Dach sind, aber ich sammle die nicht. Okay. Gehen wir runter? Ja. Willst du Embleme schießen? Weil ich mach's nicht. Nee. Das ist die Emissionsverschwendung. Hier drüben ist eins. Ich brauch das alles nicht. Mir bedeutet das nichts. Ich hab's ja eh schon alle. Also von daher. Für mich ist eh nicht mehr interessant. So, jetzt machen wir's richtig. So, du gehst jetzt hier hoch. Genau, schnell hoch. Kannst du die von oben aufräumen. Mit doch nochmal Munition für dich rum. Autsch. Ich konnte mich eben nicht bewegen, weil ich da eine Kamera an sich hatte. Ich hab erstmal voll die Granate gepresst. Okay, heil dich. Ey, es ist auch wirklich ein Abfuck hier manchmal. Ja, die Dynamit ist halt übel, weil die können dich quasi one-shotten, die Dinger. Ja, aber du musst ja auch irgendwie erstmal hochkommen. Dann musst du mal vielleicht nachladen. Okay, einen hab ich. Ich hab auch schon zwei. Wie kann ich dir jetzt helfen? Einfach weiter hoch. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh Mann, ey. Erstmal die ganzen Dudes killen. Okay, den lass ich dir. Der hat ja nur... Da, jetzt. Haha. Alter. Das ist schon echt hart. So, Achtung, hier kommt noch welche. Ankommen. Und sonst auch nochmal Dynamit. Oh, in der Luft hab ich ihn weggeholt. Das war schon... Das war schon Style. Von da auch nochmal. Ah, es kommen nochmal welche. Achtung, Dynamit, Dynamit, Dynamit. Direkt vor deinen Füßen. Simon, nein. Oh Gott. Ich hol dich. Ich hab das wieder mir gewesen sein. Vor meinen Füßen war nix. Ähm, nee, nee. Sehr gut. Seitlich so. Achtung, hinter uns. Ah, jetzt dodgt der auch noch. Die kleine Sau. Trendy Fire gibt's hier nicht, oder? Achtung, da kommen zwei von hinten. Sind das Menschen oder Zombies? Es sind mehr Menschen. Die sind... Shit, keinem. ...parasitär infiziert. Boah, da kommt aber echt nochmal viel. Unten liegt Muni. Ja, unten liegt nochmal diverse Munition. Oh, da oben ist noch ein Dynamit-Mann. So, der ist tot. Warte, ich hab auch noch was für dich. Moment. Moment, hier liegt auch noch was. Oh, nee, ich hab nix. Ich hab gedacht, hier hat noch Pistolen-Munition. Gut, wir können weiter. Jetzt kommt, glaube ich, die Fledermaus schon. Hier ist nochmal Muni für dich. Das müssen wir wegschieben, oder was? Genau, ja. Was für mich ein total verkanntes Horrorspiel ist, auch was so in die Nische Silent Hill und Resident Evil geht, ist das Suffering. Das war echt ein geiles Spiel. Ja, das scheint dir viel zu bedeuten. Das bedeutet mir viel, ja, ja. Weil die Leute ja so nach Spielen die Richtung suchen. Das ist echt... Naja, ist das ein Geheimtipp? Wahrscheinlich nicht, aber... Naja, also für Leute wie uns vielleicht nicht, aber für Leute, die nicht so alt sind wie wir... Dann definitiv, gut. ...die es kennen, kann es schon ein Geheimtipp sein, ja. Es gab ja auch nie Remakes davon. Nee, nee, das ist auch von Midway und die hatten ja früher alles. Midway war ja richtig geil, was so Erwachsenen-Spiele angeht. Ja. Ich glaube, die hatten auch Mortal Kombat damals, oder? Ja, ja. Ja, ja. Da ist sie! Widerlich, ne? Gab's das den nicht auch in irgendeinem Railgun-Shooter von denen? Oder lieg ich da falsch? Ja, also ich komm da in Japan ein. Ja, in seinen Fleischsack da vorne reinballern. Alles andere ist egal. Was er nicht mag, sind Telamine, die kann man hier finden. Nehme ich jetzt mal und bloziere sie. Und dann muss er halt immer wieder in seinen Sack da reinschuten. Oh nein, jetzt habe ich ein Problem. Er hat mich hier gecatcht. Kannst du auf ihn schießen? Oh, du hast das Ding kaputt gemacht. Ja, er hat es kaputt gemacht, aber du kannst hier ausweichen. Ich habe jetzt erstmal eine Mine platziert. Ja, ich platziere auch eine. Jawoll. Jetzt kannst du seitlich ihm reinschießen. Guck, jetzt gehst du hin und schießt ihm da seitlich in seinen Dotterbeutel rein. Okay, ich kann eine Mine legen, ich lege sie einfach hier. Und dann hau ich ab. Geh weg! Mann, Mädel! Wow! Achtung, da liegen die Minen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie die auch triggern kann. Reload! So, jetzt läuft. Jetzt. Hey, was? Was? Da war doch eine Mine. Ja. Schon wieder. Und jetzt liegt er seitlich, dann kannst du nämlich seitlich reinschießen. Genau, jetzt schießt du da volle Möhre rein. Volle Möhre rein, dann hast du keine Mine. Tod. Meine Waffen sind so stark, der ist schon erledigt. Da hat grad noch ein Granete rein, ja. sahajaja. die Ende. Ende. Und gib mir ein S. Na also. Ich habe immerhin A. Ich verbessere mich auch. Die Anwesenheit von dir. Guck mal, 68% Präzision. Du färbst ein bisschen ab. 88. Okay, ich spiele auch noch Sniper. Wollte ich gerade sagen. Du weißt schon, dass du triffst, bevor du drückst. So. Haben wir gerade abgebrochen? Ne. Hab ich abgebrochen? Das hast du abgebrochen. Ich bin im Menü. Dann komm schnell über die Spielsuche rein. Ist ja ein öffentliches Spiel, weil ging ja irgendwie nicht anders. Das ist ja weird. Da muss ich eben auswählen. Abgebrochen. Aber ich dachte nicht, dass das so einfach geht. Ich wüsste auch nicht wie. Joy. Beitreten. Müsste ich jetzt eigentlich wieder kommen. Scheint zu laufen. Noch sehe ich dich nicht. Kommt. Noch passiert gar nicht. Mon. Na easy. Keine Sorge. It's Mon. It's Mon time. Aber schön, wie das auch alles mitgenommen wird. Hier wird alles gespeichert. Ja, ja, ja. Das haben die schon durchdacht gemacht. Okay, dann nehme ich die Drago noch nicht. Sehr durchdacht gemacht. Konnte man eigentlich Munition kaufen? Ich schaue gerade. Ne, man konnte Erste Hilfe kaufen. Stickstoffgranaten. Langbogen. Der ist auch ganz witzig. Der ist auch ganz witzig. Elektroschockgerät. Raketenwerfer. Granatwerfer. SNW. LHawk. Warte, ich bin sofort ready. Ich nehme noch. Ich nehme noch einen packen Sniper-Munition mit. So. Leider konnte man Munition nicht kaufen. Sehr schade. Okay, let's go. Ja, ich glaube, ich bin auch. Ich habe die Waffe sogar fast bis nach oben verbessert mittlerweile. Ich muss gerade noch alles in die andere stecken. Ja, später kommt ja noch mehr dazu. Du kannst ja auch Waffen kaufen. Indem du rausgehst, dann auf Kaufe. Ich bin aber eher so. Ich bin eher der Typ, ich habe immer eine Sache und die mache ich dann bis zum Ende. Und dann habe ich lieber noch eine Zweit- und Drittwaffe. Aber so fünf Waffen und alle nur so halb, das irritiert mich. Da kann ich nicht mit arbeiten. Ich habe über Irving gehört. Tiefes Freude. Ja, aber es werden andere Möglichkeiten. Schäuze zur Hauptquartier. Das ist die Hauptquartier. Was ist deine Situation? Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Irving auf seinem Weg zu einem Ölfeld in den Marschlanden. Ja, jetzt können wir hier ein bisschen ballern. Obwohl sich das Ding überhitzt. Ich mochte die Mission echt gerne, weil später, Achtung, X- Weil später gibt es hier einen ganz coolen Bossfight. Der macht echt Fun. Andere Seite auch, ne? Am besten, wir machen links, rechts. Was willst du? Nehme ich die rechte Seite, ja. Okay, dann bitte nicht links. Was ergibt für eine Motorradverschwendung. Naja, das sind alles Motorräder aus dem Westen, die wir weggeschmissen haben. Stimmt. Alle Jungs. Passt schon. Es gibt ja auch riesige Autolandschaften, wo die ganzen alten Autos, die ganzen alten Toyotas rumstehen in Afrika. Ja klar, weil wir den ganzen alten Scheiß da nochmal hin, ist auch überhaupt nicht ökonomisch, ne? Dass wir unseren alten Schrott einmal nochmal in die Welt schicken. Und dann wird er da auf irgendeiner Halle. Ey, wenn du jemand bist, der Kleiderspenden macht, ne? Dann bist du auch ein Monster. Kleiderspende ist auch sowas total, äh, furchtbares Schreckliches. Wir dachten immer, es wäre was Gutes. Aber gar nicht. Die ertrinken in Textil, ne? Die machen da wirklich so riesige Textilpacken auf, fischen da zwei, drei Stücke raus, die für ein paar Euro verkauft werden können. Und dann, der Rest ist nur höheres. Vergift, damit ihr die ganze Welt verboten werden solltet. Aber da sind wir wieder bei meinen, die fokischen Gedanken, die Welt ist einfach dem Ende gebacken. Ja, mal schauen. Die Pädchen fallen und steigen wieder auf. Ja, ich hoffe, es ist gebeten. Stimmt, was jetzt ist. Okay. Ey, uns geht's nicht gut, was die Gesundheit angeht. Also ich balle auf die Blöds, aber die haben schon ein paar Mal getroffen. So, durch die, ja. Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Genau, jetzt musst du hier Gas geben. Auf die Pässe hinten auf den Truck. Ja. Du kannst auch, ähm, Flaschen und sowas in der Luft zerschießen. Oder eine Axt, wenn die die werfen. Du kannst sie in der Luft wegballern. Ja, das Schönste ist ja, wenn sie gerade die angezündete Dynamikstange werfen wollen und du ballerst sie ihnen aus der Hand und sie explodieren. Dadurch ist, äh, ich mein, die fängt gut. Da, wie das zum Beispiel. Nice! Nice! Hat so ein bisschen was von Time Crisis, ne? Ja. Gab's denn nicht auch einen Film mit Sean Clark Van Damme, Time Crisis, wo du das nicht auch verfilmst? Nein, das kann, äh, also du meinst Time Cop. Ey! Time Cop, stimmt, aber gab's nicht auch einen Time Crisis Film? Also Street Fighter hat er gemacht, ne? Aber es gab keinen Time Crisis Film. Also zumindest hätte ich das damals mitgekriegt, glaube ich. Gab's, gab's nicht, okay. Ich glaube, du meinst halt Time Cop. Time Cop, ja, klar, den kenne ich auch. Ich weiß, er hat auch nur Street Fighter gemacht. Das Lustige oder das eigentlich Bedrückende, aber es ist auch eine schöne Geschichte am Beißen von Street Fighter ist ja, dass er, das ist ja voll der gute Schauspieler gewesen. Der hat nur mitgemacht, weil ich glaube, sein Sohn war ein Streetfighter-Fan. Der war auch so krank. Er wollte noch mal was machen, was seinem Sohn gefällt. Dann hat er den Streetfighter-Beluden gemacht. Aber naja, es ist ein guter Mien-Streetfighter. Ja, die Cut-Scenes sind ziemlich laut. Da gehen wir ganz schön unter. Es gibt immer einen, der es zu spät macht. Immer einer, der es nicht mehr schafft zu bremsen. Der irgendwo reinfährt, irgendwo explodiert. Hui, alle niedergemetzelt. Und jetzt kommen noch mal so Liebesgrüße von Resident Evil 4 gleich. Ach, jetzt kommt der Golem. Oder Troll, oder was es sein soll. Oga. Oh, wie geil, dass der an seinem Gürtel schon so ein paar Leute hängen hat. So ein kleines Snack, so ein Mitternachtssnack. Ja. Ja, ich meine, was glaubst du, was der für Kalorien verbrennt? 2.000, 3.000 Kalorien, wenn der einmal nur um sich rumläuft. Oh. Da musst du zwischendurch ein paar Manneken snacken. Und Ziegen, da hat auch eine Ziege hängt da. Ja, siehst du, ihm ist egal was. Hauptsache essbar. Da rasselt schon die Minigun. Auf den Kopf. Und dann auf die Füße. Ja, also immer, wenn er treten will, auf die Füße. Auch auf den Kopf und auf den Brustbereich. Irgendwann kommen da noch so Würmer raus. Das ist ein Name. Ah, guck, jetzt. Später kommen wir noch hier so ein paar Schergen. Alter, das ist aber auch geil. Jep. Ich nehme mal den linken Dumpen. Ah. Ah! Leiners Down. Fuß. Habe ich. Ah! 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 Das ist auch nur so eine Ansammlung von Würmern, ne? Es ist einfach nicht schön. Das kann niemand gut finden. Boah, B. Da müssen wir uns stoppen. Halt. Oh, wow, 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 wow. Warte mal. Die Hände schießt alle Typen auf uns. Ach so, was jetzt wieder? Ja, einfach auf die Brust. Einfach auf so Brusthöhe. Mal wieder die Schergen weg. Achtung. Fuß. Ja. X. Der reißt auch irgendwann hier den Strommast raus. Ja, jetzt will er das machen, genau. B. Ja, da musst du irgendwie draufhalten. Ich weiß gar nicht, wie man den dodge. B. 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 Ja, ja, ja. Da hinten. Gott, der ist aber auch im Brocken, du, ne? Ja, das ist ja auch. Der ist aber auch blöd, ne? Aber ich meine, der macht ihn wirklich immer wieder das Säure. Naja, er hat nicht wirklich viele Optionen anscheinend. So, das ist jetzt die letzte Welle, alle guten Dinge sind rein, ne? Leider überhinkst. Was? Oh nein! Der hätte man schießen müssen. Ja, wie, ich war gerade in der Minute. Du musst immer ein bisschen gucken. Dass du nicht überhitzt. Oh, ne, wir sind wieder bei Null. Ja. Das Fass da hinten würde ich mir sparen, bis er diesen Mast greift. Weißt du? Dadurch kannst du es unterbinden. Also nicht aufs Fass schießen. Okay. Guck, jetzt will er diesen Mast greifen. Und dann machst du hier drauf. Oh, er holt einen Stein. Stein! Oh! Das ist aber auch kein Problem. Damit kannst du ihn halt wirklich einmal so richtig unterbinden. Ich bin hier rechts ist weg. Nein! Ich bin hier rechts ist weg. Ich bin hier rechts ist weg. Und dann kann ich das au Grund hast es weg. Das ist weg. Oh! Boah, wie er immer wieder hier punch! Mann! 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 Der macht es aber auch recht anschränkt! Ha, wie verwies machen wir es? Halleluja! Ja, wir haben deutlich mehr Leben. Oh, okay, aber wir ballern. Da einmal auf den Kopf, ja, einmal auf den Kopf gehen. Oh, ich kann nicht. Einmal wieder überheben. Gut, gut gerettet von dir. Warte, ich mach dir an der Seite weg. So. So, warte, warte, jetzt schieße ich gleich aufs Fass. Ja. Ah, Mist, kicken es mal weg. Ja. So, noch einen. Das Ding, das Ding muss weg. So, und jetzt voll drauf. Also, der Chat sagt, dass wir auf professional, auf furchtbarer Kursen gehen, ne? Wahrscheinlich, weil der dann halt so viel Energie hat und sich endlos zieht. Der ist richtig übel, ja. Ja, ich mach, genau, den wollte ich auch ganz weg machen. Achtung, Fuß. Achtung, Faust. Mach dir an der Seite wieder weg. Ja, auf Hören, Schwierigkeitsgraden hat der halt echt super viel Energie. Achtung, ich mach dir an der Seite weg. Wow, 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 Vorsicht. Hopp, hopp. Ja. Einer noch. Kann ich ballern. Ah. So, jetzt, das Ding, den Parasiter nochmal. Ja. Endlich. Ja. Aber es ist immer noch ein cooler Boss, halt. Ich mein, so wie der aussieht, mit diesen Leichen, mit den Leichenhosen. Ist nicht komplett falsch. War nur ein bisschen lame, der Kampf. Ach, ich mochte den. Oh nein. Ihr Lover ist tot. Jetzt hab ich Chancen, Simon. Wo bist du, Josh? Sheva, du musst nicht tun, du kannst noch zurückkommen. Was für dich? Ich habe eine persönliche Stärke in das. Eine persönliche Stärke? Chris, schau mal. Wir sollten beide rauskommen. Ich bin nicht hier nur für die Mission. Was bist du? Einmal vorhin habe ich ein paar Intel bekommen, dass mein altes Partner noch alive war. Ich weiß nicht, was ich zu denken. Aber wenn ich die Datenfile von Delta Team habe, weiß ich sicher, dass Jill still alive ist. Das Frau in die Datenfile? Du bist gar nicht sicher, dass es die gleiche Person ist? Wir waren Partner. Ich bin sicher. So eine treue Seele, oder? Ich bin sicher. Das läuft. Aha, siehst du? Plötzlich sind wir gleich schlecht. Ja, das stimmt, ja. Ich färbe auf dich ab. Ja, jetzt ziehst du mich runter. Es muss nicht immer S sein. Ah, reicht doch auch. Ist doch Hauptsache, dass du bestehst. Ja, ja. Bei Japaner spielen? Schwierig. Sensei, der butscht mir ins Knick. So, brauchst du irgendwas? Munition oder so? Ich habe wieder mal so viel... Ich nehme dir mal Maschinenpistolen-Medition mit. Energie kann ich immer gebrauchen, aber ansonsten... Ich nehme dir mal... Doch, doch. Ich nehme dir mal ein bisschen was für deine Maschinenpistole mit. Oh, stimmt. Okay. Da habe ich keine Muni. So. Ich bin ready. Ich habe auch gar kein Geld mehr. Wir müssen mal ein paar Schätze sammeln. Wir müssen Schätze sammeln, ja. Wir müssen uns besser umsehen. Ja, das kennst du ja noch. Es war ein Top-Official mit Umbrella, und der Leiter unserer Starz-Unit. Ich habe ihn wieder nach dem Raccoon City-Incident auf Rockford-Island. Seitdem, wir haben ihn versucht, zu schrauben. Dann ein paar Jahre später, wir haben einen Tipp von einem Reliabel-Source. Die whereabouts der Umbrella-Founder, Oswald E. Spencer. Also, wir haben ihn eine Bescheid, hoffen, dass er uns in Wesker führt. Was? Was? No! No! Let's finish this. No! Jill! Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I... have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together... We can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. ... Ach, Mann. Wesker und seine Matrix-Moves, ey. Er macht mich fertig. So ein Schurke der 90er, ne? Dieses zurückgegelte blonde Haar, die Aukeley-Sonnenbrille... Ederklamotten, ei, 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 das waren Zeiten. Aber ich finde, der hat einfach so eine ikonische Vertonung, die ist in meinem Gehirn gebrannt worden für immer. Dieses, ah, there you are. Das sagt er nämlich später, wenn er dich entdeckt. Das ist für immer drin. Also das haben die echt geschafft, ne? Diese Sounds waren so markant. Das ist ab für die Ewigkeit. So, das ist jetzt meine Hassstelle im Spiel. Die mag ich gar nicht. Auch der Fanboy mag einige Dinge nicht. Aber hier machst du ziemlich viel Geld, die du schon siehst. Hier ist auch noch so ein Käfer. Kann man den nicht runterschlagen? So, muss man wirklich runterschießen, das Ding. Der geht auch nicht. Doch, doch, warte. Okay, jetzt bin ich, nee, geht nicht. What? Kann man den einfach looten? Kann man einfach nehmen, du musst mal gar nicht runterschießen. Das arme Tier. Okay, gut. So, jetzt müssen wir halt hier mit dem Boot verschiedene Stationen abklappern. Das war irgendwie nicht so meins. Also das fand ich nicht so gut. Ja, das gab es ja aber auch in Resident Evil 4. Ja. Also, ja, man kann es schon machen, aber es ist halt, also es ist halt ein bisschen Abwechslung. So schlecht finde ich es nicht. Aber, ja. Man merkt, dass die Engine nicht unbedingt für das Fahren gedacht ist. Ich weiß gar nicht, haben sie da dieselbe Engine verwendet wie im vierten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht, aber es könnte schon sein. So ein bisschen aufgebohrt. Ich weiß gar nicht, wann der große Engine-Wechsel kam. Also auf jeden Fall für den siebten haben sie ihre Re-Engine da verwendet, wo sie ganz stolz sind, die auch eigentlich ganz schick ist. Ja, bist ja auch. Die ist echt schick, ja. Die ist verdammt gut. Aber ich glaube sogar noch der sechste könnte in dieser Engine vom fünfer sein. Na, es sieht auch ähnlich aus, der sechste. Ja, deswegen. Es hat alles auch so die ähnliche Perspektive und so alles. Aber ich kann es nicht jetzt zu 100% sagen. Also hier gibt es halt, wie gesagt, jede Menge Kram. Wir müssen jetzt Teile von so einem Emblem finden. Das können wir dann in der Mitte zusammensetzen. Und wenn man Secrets suchen will, hat man hier auch am meisten. Und interessant ist, man kämpft halt gegen diese Stammesbrüder. Die ziemlich ekelhaft sind. Und die sehen auch mit dem Filter deutlich, deutlich weniger schlimm aus als ohne Filter. Also da merkt man auch, wenn das so ein großer Unterschied, was einfach diese Darstellung angeht, nur durch diesen Grünschimmer. Weil hier sehen die halt nicht ekelhaft blutig aus. Also man sieht es bei mir durchaus schon. Aber ich glaube, du hast halt immer noch eine bessere, andere Mod. Die Shader bei dir sind nochmal besser. Aber man kann es auf jeden Fall bei mir auch erkennen, wenn ich die An habe und wenn ich es ausmache. Wie jetzt. Also ja, bei mir sieht es allgemein nochmal ein bisschen knackiger aus. Und die Farben sind halt sattig. Ich würde mal gucken, bis zur nächsten Session werde ich mir dann auch nochmal eine andere. Ich schicke dir eine Zip und dann hast du alles fertig. Da musst du eigentlich nur noch einfügen. Das ist nur noch Copy-Pass. Ja, ich weiß, du hast mir so die Einstellung so eine Code-Linie geschickt. Ja. Da weiß ich aber, wo hin das soll. Das kann ich dir zeigen. Das ist kein Problem. So, aufgeräumt. Ja, hättest du dich gestern Abend nicht so spät gemeldet, dann hätte ich das noch gemacht. Aber wie gesagt, leider war ich da schon drüben. Ja, nö. Okay. Ich habe es ja gestern, ich habe ja noch bis zwei gesessen und den Kram installiert. Ja, bist ja auch so eine Nachtäule, ne? Während ich schon wieder um sechs wach bin. Ja, ja, das stimmt natürlich. Also sechs Uhr ist für mich manchmal erst Schlafenszeit. Das ist Wahnsinn. Nee, aber ich habe jetzt in echt gesessen und habe so viel von diesem Schiff installiert. Komm mal her, lock mal zu mir. So. Ja, jetzt hast du richtig dick. Sehr schön. Das ist aber echt mal eine Menge. Umso enttäuschter bin ich, dass es trotz der Mühe scheinbar immer noch besser geht. Weil ich habe schon echt, ich habe sechs oder acht, Shader habe ich an. Vielleicht ist es zu viel. Vielleicht ist es auch zu viel. Ja, weil du kannst das auch, das kann natürlich sein, ja. Ich, ich habe echt, das sind so viele Möglichkeiten zur Auswahl. Ich habe einfach nur die genommen, die empfohlen wurden. Ja. Aber diese Re-Shader an sich finde ich sehr interessant, weil die haben auch GTA. Ich spiele ja gerade GTA 4. Ey, GTA 4, das kann ich hier so modden. Das sieht aus wie, es sieht wahnsinnig gut aus. Fotorealismus RTX kann ich hier rein modden. Also da können wir nochmal drüber reden, weil das spielte ich wie gesagt gerade und es macht mir sehr viel Bock. GTA 4 ist geil, da habe ich auch Bock drauf, weil das wieder durchzuspielen. Ey, das habe ich nochmal wieder, ich bin überrascht, wie gut das ist. Das ist eigentlich mit meinen Lieblings-GTA. Ist auch richtig gut. Ist auch richtig, richtig gut. So, wir haben zwei Teile und wie viel brauchen wir, weißt du auch nicht, ne? Brauchen wir wahrscheinlich auch noch an anderen... Vier, glaube ich, sind es. Aber wir müssen zu jedem Ort, so oder so. Aber doch, diese Mods, speziell welche davon für GTA, kannst du mir echt mal geben. Ja, da gibt es so viel, also... Oh, GTA kannst du ja fotorealistisch machen. Ja, alles rüber, nehme ich alles gerne. Ich habe schon meinen eigenen Radiosender mit 70 Tracks. Oh. Ey, berühmter ein Spiel, umso mehr Mods halt, ne? Und GTA war ja schon immer sehr Mod-lastig. So, die ignorieren wir oder müssen wir die... Ne, die müssen wir töten, stimmt. Ah, die musste man töten. Da habe ich immer früher in Bonn die killen lassen. Ja, die musste wegballern. Nicht fahren, nicht fahren, bitte. Oder wir tauschen. Wenn du es hinkriegst, weil sonst hätte ich gesagt, ich snipe es dir alle schnell weg. Mach doch gerade. Ja, wir müssen ja nur stehen bleiben. Ich muss ein bisschen fahren, sonst werden wir zerbombt. Okay. Dann müssen wir uns einigen, wann wir fahren. Guck mal, da vorne hängt was. Siehst du das? So, Moment, hängen. Das ist einsammeln? Direkt vor dir. Also, na... Ja. Da steckt Quermunition auf dem Ding, ja. Ha! So, noch irgendwo einer. Ja, da vorne. Oh Gott. Jetzt, ich habe keine Energie mehr. Schieß ihn weg. Ja. Bei der nächsten Station heilen wir dich. Da vorne ist auch nochmal Muni. Achtung. Ich glaube, die kann ich sogar überfahren. Ja. Spar dir die Muni. Naja, macht aber auch Bock. Ja, aber... Da oben gibt es noch so viel zum wegmetzeln. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Da oben hängen auch wieder welche. Ich habe damals der KI eine Sniper gegeben und die hat alles weggerotzt. Also, die KI hat ja ganz gut funktioniert. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da sind wir. So, warte, ich halte dich. Bleib mal hier. You okay? Ich glaube, das war die Stelle mit den Krokodilen. Vorsicht, die sind ätzend. Die machen ganz schön böse Damage. Ja. Erinnert so ein bisschen an... Wie hieß es nochmal mit dem... Äh, mit dem Zoe-DLC. Weißt du, was ich meine? Wo du den Bruder gespielt hast. Oh, oh, hinter mir. Wo du die Nichte Zoe retten musst. Der Typ hat alles mit den Fäusten gemanscht. Und Resident Evil 7. Ach, das meinst du. Okay, hier leuchtet was. Das nehme ich mal mit. Ich glaube, das kannst du so holen. Ja. Ja, musst du auch. Koko. Ja, ich meine Resident Evil ohne Krokodile wäre auch komisch. Und Spinnen. Spinnen müssen eigentlich auch immer da sein. Hier? Ich glaube nicht, nee. Gut. Magst du keine Spinnen? Nein. Im echten Leben auch nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Echt? Ich finde Spinnen eigentlich irgendwie ganz cool. Das geht, Leute, nicht. Die das irgendwie so wie du sagen. Meine Freundin will die mal töten. Aber ich habe ihr gesagt, nein, töte sie nicht. Und seitdem ist sie auch jetzt ein bisschen liebevoller zu spenden. Weil wir haben im Haus halt immer so Sie haben den Tod verdient? Nein. Nein. Och, doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Oh, mein Mensch. Nee, nee, ist schon da. Wir haben im Haus immer diese fetten Keller Spinnen. Ne? Diese großen, dicken, schwarzen. Mal sage ich immer am Leben lassen, raustragen. Ja. So, ich habe wieder Money für dich. Ergeben. Und hier war noch ein Vierstückseil, mein Freund. Ich sehe gerade, ich habe wie viel Geld? 109.000. 670. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Aber jetzt glaube ich auch mein achter Run. ein Wunder, dass du jede Ecke kennst, ja. Naja, jede, ich kannte mal jede Ecke eigentlich ganz gut, aber jetzt, also so Emblem-Hunting und so habe ich auch natürlich gemacht. Und die ganzen Schmuckstücke und so, die man finden kann. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich habe mal einen Speedrun gesehen bei uns, äh, bei Woffice. Ich weiß nur nicht, ob es vier oder fünf war. Oder beide. Aber da bist du gut dabei, glaube ich. Wenn du das schon so lange gespielt hast, kannst du irgendwann ja, aber die spielen ja wieder ganz anders. Also da müsste ich schon trainieren für. Ja, trainieren muss man, aber ich, als jemand, der ja auch ein paar Speedruns macht, das ist nicht so schwer. Ne, so schwer ist es nicht, klar, aber... Verweißt du dich eigentlich auf Diablo? Ach, du fährst ja. Ich? Ne, ich bin überhaupt kein Diablo-Spieler. Ne, willst du gar nicht spielen? Oh, muss ich lang, weil ich habe... Äh, nach oben. Da hast du die Karte offen? Dann nach Norden, da ist da... Ja, da... Norden, da oben. Genau da. Und da leuchtet es aber im... Das ist die Abgabestation, wenn wir alle Siegel haben, da müssen wir nicht hin. Genau. So müssen wir... Moment. Da in die Ecke rein. Ne, ich freue mich schon aufs neue Diablo. Habe ich richtig Bock drauf. Ich werde spielen, aber ich bin kein Fan der Reihe, wobei ich mit dem dritten jetzt eine Weile Spaß hatte, aber das ist einfach gar nicht meine Reihe. Ich werde aber mitspielen. Ich habe so Bock auf Diablo 1. Das ist so ein tolles Spiel. Diablo 1 ist immer noch der beste Teil für mich. Diese Atmosphäre einfach und alles. Es war einfach die perfekte Dosis. Das kann man jetzt auch wieder spielen im Multiplayer. Ohne irgendwelche großen Tricks herein übers Battle.net. Weißt du, da müssen wir alle Diablo-Teile nochmal durchspielen. Road 2, Diablo 4. Alle nochmal durchspielen. Hier konnte man Hühner töten. Die geben Eier. Ja gut, das ist ja auch der Klassiker, ne? Aber komm, dieses Huhn, lass es leben. Was soll mit dem Huhn jetzt hier? Ja gut, gut. Für dich. Ja, das finde ich gut. Hühner mag ich. Die haben einem nichts getan. Die machen den ganzen Tag nur ihr Eierkram. Aber sie schmecken lecker. Sie sind sogar happy, so wie du dir entdeckst. Sie schmecken lecker, wenn du unbedingt musst. Ah doch, Chicken esse ich schon ganz gerne. Ente esse ich halt gerne. Schön, Ente beim Chinesen. Buffet beim Chinesen. Ach da. So, wenn wir das jetzt looten, geht es gleich natürlich wieder ab. So, wir haben vier. Yes. Ah, hier oben bräuchtest du jetzt eigentlich den Platz, ne? Mit dem Schatzschutz wieder. Ah, da kommt richtig viel, hast du irgendwas granatenmäßiges? Ich habe ein, zwei Granaten. Vier. Vier Granaten, jawohl. Na toll. Ja doch, die hat gesessen. Oh, woher kommt der denn jetzt? Ey, die haben sich die Augenlider entfernt mit den Lippen. Das sieht richtig ekelhaft aus, ne? Wenn du mal so gerne eine Aufnahme hast. Doch, geht es mir gut. Ja, siehste, ich habe ihn in deine Schüsse nicht umgefallen. Du hast ihn gelähmt. Da hinten, äh, blinkt übrigens was, ganz schattierig. Äh, du musst, du musst auf jeden Fall nochmal auf die andere Seite, in den anderen hochsitz da rein. Da hinten funkelt, in dieser Maske ein Edelstein, ja. Da ist noch einer. Ich habe dich nicht verballert. Okay. Wie die auch in echt die Deckung gehen. Richtig, richtig asozial hier. Ey, sind smarter als jeder Söldner in Modern Warfare 2. Was hast du gegen Modern Warfare? Das neue. Ich weiß es. Ne, ich mag CRD. Die Kali ist so doof. Alles ist so doof. Das mag ich so daran. Ey, du magst einfach schießen, ich mag schießen, du sagst du eigentlich schießen doch dazu. nee, tu ich. Ich habe letztens erst House of the Dead wieder durchgespielt. Gibt noch nichts Schöneres, als einfach alles wegzuballern. Stimmt, aber House of the Dead, deswegen ist das ehrlich. Ist Call of Duty doch auch. Ist Call of Duty doch auch. Wo hat Call of Duty sich jemals verändert in all den Jahren? Immer wieder America First. Guck mal, was wir alles können. Ja, das ist so langweilig. Hier ist noch ein dicker Schatz, wenn du nochmal zurückkommst. Willst du noch? Ach, da ist noch eine zweite. Ich dachte, auf der anderen Seite ist das Ding. Ich finde an COD das Tolle, dass ich da auch nicht mal irgendwie mit irgendeinem nervigen Moralscheiß zugeballert werde. Er wird einfach getötet. Der fiese Russe, weg. Der fiese Afghane, weg. So, das ist einfach so klischeehaft und überzogen und eindimensionales regelrecht erfrischen in unserer modernen Welt. Ich würde fast genau dasselbe sagen wie du, nur wäre es für mich eher ein Nachteil. Nee, du verkaufst es gerade so, als wäre das gut. Ja, ja, ne, ich, ist voll geil, du musst nicht nachgehen. Ja, nein. Jetzt ist ein Tag nur Baller. Ja, ja, ey, mich nervt, also, zwischen mir und meiner Freundin liegen ein paar Jahre, ja, sie ist zwölf Jahre jünger als ich. Und, ähm, dadurch haben wir natürlich ganz andere, ganz andere Medien konsumiert und ich sag immer zu ihr, ich bin total genervt, wenn ich eine blöde Komödie angucke und dann kommt irgendeine scheiß politische Meinung oder so ein Kram. Das will ich nicht. Das ist ja klapp. Ich will, in Serien will ich auch nicht. Nee, zum Beispiel Brooklyn Nine-Nine fand ich super und wir haben jetzt die letzte Staffel geguckt und die erste Folge hat mich angekotzt. Hab ich gesagt, geht doch weg mit dem Scheißdreck. Wir müssen auch nach oben, glaube ich, da wäre auch nochmal was. Das ist jetzt halt die letzte Staffel. Es ist eine Polizeiserie, in der sie diese Themen nie angesprochen haben. Insofern finde ich es gut, dass sie es zumindest mal ansprechen. Ich brauche es aber halt nicht. So, jetzt sind wir aber mal ernst. Und das passt dann halt nicht. Nee, es hat mich einfach nur genervt. Das sind alles wichtige Themen. Es ist nicht so, dass ich diese Themen nicht für wichtig empfinde. Aber ich brauche es nicht überall. Ich brauche es auch nicht in Fantasy-Serien. Ich brauche es nicht in der Welt. Warte mal, wir wollen doch nach oben. Komm mit. Da gibt es auch nochmal ein paar Sachen. Es lohnt sich da auch nochmal hinzugehen. Verstehe ich noch mal, ich will auch nicht von Medien erzogen werden. Nee, will ich nicht. Ja, genau. Ich kann mich selbst aufblicken. Aber was soll ich denn machen? Jetzt einsteigen doch? Ja, nochmal einsteigen. Nee, da oben ist noch eins, wo wir noch nicht waren. Krass, okay. Du hast ja gesagt, du willst den vollen Umfang des Meisterwerks genießen. Ja, aber nur die storyrelevanten Sachen. Na, das ist storyrelevant. Da ist ein Huhn, das noch abgeschlachtet werden will. Da gibt es halt auch nochmal so einen kleinen Leckerli. das ist auch nö. Das befindet eine heilige Vase. Sehe wie die da steht. Ja, da oben ist halt nochmal eine Kiste. Fische sehen schon wieder irgendwie ganz lecker aus. Und zack, hier noch ein bisschen kulturelle Stammesplünderung. Ich wollte gerade sagen, das gehört in ein Museum. Oh, warte mal, du kannst ja hier ins Wasser und da unten ist noch ein Käfer, den kann ich auch noch holen. Den hole ich ja auch noch. Süchtig. Klar, also wenn schon, dann richtig. Ich vermisse allgemein auch die Blödel-Komödie. Die fehlt mir einfach. So ein Chevy Chase oder sowas. Oder ein Liam Neeson. Äh, ne, nicht Liam Neeson, Leslie Neeson. So rum. Die Reise in einem total verrückten Flugzeug. Warum gibt es sowas nicht mehr? Ja, ich meine, das sind aber halt auch die Klassiker. Das sind die Zuckerfilme und, ähm, und die ganze Zeit. aber auch so ein Scary Movie 1, das finde ich immer noch witzig. Scary Movie 1 funktioniert noch. das ist schon lange her. Ich weiß, ich finde sogar, ich kann sogar alle Scary Movies gucken. Ja, kann ich auch, kann ich auch. Der erste ist noch am besten, aber ich gucke die gerne, aber das ist halt einfach, dieser Humor ist heute einfach nicht mehr populär. Das ist echt schade. Sagte der alte weiße Mann. Na, das hat also Bits of Scary Movies, nicht alte weiße Männerhumor. Ne, 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 da ist gut. Nein, ich meine nur, wir sind halt einfach nicht die Zielgruppe der Medien heute. Die letzte Komödie, die ich so richtig, richtig Evergreen-mäßig geil fand, war Vacation. Ähm, die, die Neuauflage da mit Ed Helms, die war echt witzig. Du meinst hier, der den Sohn bei Chevy Chase genau, äh, früher. Genau. Ah, okay. Der, der ist echt gut. Der ist echt richtig gut. Den hab ich schon zehnmal gesehen. Evergreen. Oder Stichtakt fand ich auch noch ganz witzig. Mann, ey. Alle auf einmal. Aber taktisch ganz gut aus deren Sicht. Klar, die wissen Bescheid, die Jungs. In den Bastrock. Die Griswörter. Die Griswörter. Die Griswörter. Dieser nackte Kanone-Humor funktioniert aber auch, finde ich, heute noch. Zum Beispiel, ich hab letztens was mit John Candy gesehen, das war einfach nicht mehr so witzig wie früher. Shit, shit, shit. Ja, die Filme werden einfach auch anders gemacht. Das kann man nicht. Heute ist, Alter, ich häng hier voll fest. Ich hab hier auch grad einen großen, dicken, stammes Mann. Der hält eine Menge aus. Ja, ja. Die hier sind richtig übel. Da musst du wirklich Raum gewinnen. Ach, komm schon. Warum stirbt denn der nicht? Könnte man doch durch Bodyshots. Immer schnell zu dir. Achtung, der hier, der ist richtig übel. Run. Den könnte man eigentlich erschießen. Sag mal Bescheid, wenn du irgendwo stehen bleibst. Jetzt? Okay, geil. Jetzt ist er glaube ich weg, oder? Einen Schuss hab ich. Ähm, wir müssen, Achtung, ja, ja, frei rennen. Okay, letzte Granate. Letztes, was ich hab. Alter, was für ein geiler. Das war mal sinnvoll genutzt. So, jetzt. Sehr gut. Robin Hood hält den Strumpfhosen. Ja, auch. Witzig. Ey, wirklich. Ganz viele. Ich mein, vor allen Dingen alles von Mel Brooks. Mel Brooks, super. Ganz viele Sachen sind wahnsinnig gut gewesen damals. Dracula, lieb ich. Ich feiere ich immer noch, äh, einer meiner Lieblingsfilme. Es gibt so viel. Dracula ist auch einer der witzigsten Filme überhaupt, ne? Er muss immer das letzte Wort haben. Oh Mann, kann ich heute noch nicht tot drüber lachen? Hast du deine Schwurzflinte noch dabei? Ja. Okay, dann. Ja, und die gehe ich nicht aus dem Haus. Alter, sie macht ja sogar so'n Überkick. So'n Drehkick, wenn sie jemanden umhaut. Das ist ja Sport und Gewalt. Sport und Mord. Ja. Der Zumba-Kurs, der hat sich ausgezahlt. Oh, shit. Oh, ohne Kopf rennt er hier noch weiter und teilt aus. Ich bringe ein Riesen-Ono mit. Ich muss mich heilen. Ich brauche eine kleine Heilung. So, kannst du heilen. Hinter dir, ja. Warte. So. Oh oh. Ja, noch ist alles gut. Kommt der Dicke. Der musste da auf seine Fleischwunde am Bauch schießen. Ich glaube, das ist ein Weak-Spot. Die Leute waren halt irgendwie früher auch alle ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja, leichter. Ja. Ungeschwärtsam. Ja, gut, aber die waren halt bei allem leichter. Auch bei Sexismus, Rassismus und so. Das ist halt das Problem. Man hat so'n bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man wollte natürlich Dinge verändern, aber das sorgt dann halt dafür, dass sich keiner mehr was traut. Aber, ja. Ah, das, das ändert sich bald wieder. Das wird sich, das wird kippen. Es ist auf jeden Fall so. Klar, der Pendel ist ja schon am rumschwingen. Und ich find's immer schade, dass das irgendwie immer so sein muss. Dass man da nicht durch... Und ich sag dir, wir haben, am Ende haben wir daraus nichts gelernt, sag ich dir jetzt schon. Nee, kann ich auch absolut nix. Am Ende sagen, noh, so gut das wieder jetzt so ist. Und niemand hat was gelernt. Und dann fängt vielleicht alles wieder von vorne an. Ist das Menschsein einfach? Ist das einfach wirklich Menschsein? Bedeutet das Menschsein? Nichts daraus lernen und irgendwie immer dieselbe Kacke zu machen? Der ewige Wiederholungstäter? Alle 100 Jahre macht die Menschheit kollektiv dieselben Fehler. Das ist ja irgendwo auffällig. Aber warum denkst du, ist das so? Das heißt, bald die Leute weggestorben sind, die Zeitzeugen werden einfach, äh, dann ist Krieg plötzlich doch wieder eine gute Sache eigentlich. Das ist verrückt, ne? Das ist genauso wie diese Leugner von Zweite-Welt-Kriegs-Aktivitäten, wo ich mir auch denke, dieses Argument, naja, ich war ja nicht da in so einem Lager. Also kann ich ja nicht sagen, dass es wahr ist. Für mich ist das nur... Also über sowas brauchen wir ja gar nicht reden, aber auch alleine, dass Leute so tun, als wäre Krieg ein legitimes Mittel, um seinen Willen durchzukriegen. Und das ist halt einfach, meiner Ansicht nach, nicht korrekt. Und wir haben, ich meine, es hieß immer, nie wieder Krieg und so. Und das ist halt einfach alles nur Bullshit nach einer Weile dann. Okay, shit. Ey, ich krieg den, den großen Mann hier nicht kaputt. Der ist unsterblich. Jetzt. Großer Gott, hat der viel gefressen. Ey, die halten aber auch aus. Sag mal, das ist das ganze Dorf, oder? Ja, wir rotten hier gerade ein ganzes Dorf aus. Aber dazu muss man sagen, die waren vorher schon, äh, durch. Die waren durch, ja. Weiß nicht mehr viel. Wir tun eben, was gut ist. Die haben sich ihre Augen, Lider und Lippen entfernt. Also von daher... Ja, weiß nicht, wozu es gut ist. Vielleicht, äh, können sie dann länger Wache halten. Du bist länger wach und, äh, rauchen kannst du auch nicht mehr. Ja, also wenn du aufhören willst mit dem Rauchen, ohne Lippen, bist du automatisch zum Nichtraucher. Das ist nicht verkehrt. Ist halt schon radikal, ne? Der radikale Verband, der Nichtraucher, ist schon extrem. Äh, brauchst du... Wollen wir irgendwas tauschen, irgendwas machen? Ich hab noch Gewehrmunition. Genau, die geb ich dir. Hm, ich hab hier noch Kram. Also ich könnte auf jeden Fall ein Kraut noch kombinieren. In die Maschinengewehrmunition. Die hätte ich gerne von dir. Hab ich welche? Ja, geb ich dir alles gleich. Hat er jetzt wirklich die Leiter weggetreten, okay? Aber ich kann das hier nehmen, dann könnte ich es auch kombinieren. Aber ich hab noch ein... Oder... ...kleines. Nur deine NG-Munition. So, aber ich hab noch was für dich. So. Ja. Okay. Komm schon! Okay, komm schon! Spätestens jetzt würde ich doch mal alles hinterfragen, ob ich nicht vielleicht doch lieber nach Hause gehen soll. Wir sind doch gar nicht richtig ausbrüßt. Aber du bist doch am Point of no return. Ja, das ist auch wahr. Helikopter. Jetpack. Eigentlich sollte jeder von den Stars-Mitgliedern so ein Jetpack dabei haben. Tja, aber sie können irgendwelche krassen Bio-Waffen machen, aber Jetpack ist halt schwierig. Physikalisch sehr schwierig. Ja, hier wird noch gekurbelt. Das war auch so eine Mechanik, die war zu der Zeit so beliebt, ne? Auch Screenshaking. Das hassen heute alle. Oh, da muss ich halten. Okay. Ja, ich bin aber auch kein Fan von. Also hier ist es ja häufig benutzt. Ich mag es nicht. Nee, Screenshaking hasse ich allgemein. Auch in den Zwischensequenzen. Diese Shaky Cam des Kameramanns. Nee, ist hässlich. Aber ich frage mich auch immer, welche Spieler stellen nicht Bewegungsschärfe in Videospielen ab? Ist natürlich auch furchtbar hässlich. Findest du es geil? Ich kann verstehen, dass es... Nee, nee. Aber ich kann verstehen, dass es am Anfang einen Reiz hatte. Weil es einem das Gefühl gibt, es sieht jetzt noch geiler, filmischer aus. Aber man hat ganz schnell... Also, ich weiß nicht. Nee, ich geht ja vom Anfang, als das aufkam. Ähm, und insofern kann ich es verstehen, dass Leute das gut finden. Alter, deren größte Schätze waren Schlangen. Was für ein Dreck. Klar. Heilige Tiere. Nicht für mich. So, kannst du da drüben irgendwas kurbeln? Ach so, Entschuldigung. Du wartest ja auf mich, ne? Ich suche aber gerade... Ja, ich suche gerade nach einer Kurbel. Aber... Vielleicht oben. Oh, was? Oh, irgendwas ist mit dir passiert, ne? Oh nein, man kann sich nicht heilen. Man kann sich nicht heilen. Ich bin tot. Ja, shit, aber ich hab die Kur... Mann. Ah! Ich hab die große Tür, die Doppeltür. Ach, du stirbst langsam. Scheiße, jetzt raff ich... Ich hab zwar gesehen, dass da Bodenfallen sind, aber wir sind da davor auch drüber gelaufen. Ich dachte, die werden deaktiviert. Jetzt waren die Dinger scharf. Aber das ist gar nicht so dumm, weil jetzt wissen wir nämlich, wo wir hin müssen. Zu dieser Doppeltür. Das müssen wir alle Gegner nochmal töten. Ne, Quatsch. Das wäre sehr schlimm. Erlicht zu sein, weiß ich es nicht. Bist du sicher, dass es nicht so ist? Ne, 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 da gibt es einen Kontrollpunkt. Du musst nur noch bereit drücken. Ja, Moment, Moment. Moment, das ist dein ganzes Metall geleert? Okay, jetzt. Naja, ich hab ja eben auch so viele Probleme gehabt mit Munition. Jetzt muss ich mal genauer gucken, was ich mal mitnehme. Nimm auf jeden Fall eine Heilung mit. Ja. Ah, wir stehen Gott sei Dank hier oben. Gehe ich nicht. Ne, ne, du musst ja eh über die Brücke. Also dann gehe ich jetzt direkt zu der Doppeltür. Du kannst jetzt auch gleich schon direkt da hingehen. Du musst jetzt nicht warten und dich angreifen lassen. Na, da hinten ist doch so ein bisschen Geld und so, aber. Ja, das können wir alles gleich holen, aber ich mach dir erstmal auf. Jetzt nicht auf, doch. Oh. Ja, guck mal, ein bisschen was gibt es hier. Ja, unten sind auch noch zwei Schlangen für dich, wenn du die handelst, mit Eiern. Oh, Eier. Tagebuch eines Jugendlichen. Okay, also auch wieder dasselbe wie immer. Was steht da so drin? Langsame Veränderung. Menschen dokumentiert in Tagebüchern. Ja, ist halt immer dasselbe, ne? Die Menschen verändern sich langsam, werden aggressiv, hasserfüllt. Und ich kann es halt auch offengesagt nicht mehr lesen. Mich nervt es nur noch. Weil es irgendwie, halt dann findet was Neues. Immer denselben Kram wie hashen. Hast du den Film Man gesehen? Man? Ja. Nö. Man. Äh, der ist eigentlich ganz interessant gewesen. Es ist, vielleicht hast du mal den Trailer gesehen, wo so eine Frau in so ein kleines, englisches, äh, Feriendorf geht und jeder Mann hat halt die Gesicht, ein Gesicht so auf die Art. Es hat auch viele, viele getriggert. Es hat so viele getriggert, weil es halt so ein bisschen wieder so eine, ja, Männer sind nicht alle gleich Debatte ist. Ja, aber in dem Fall ist es ja so, oder? Ja, das ist eigentlich nur die, die obere Schicht des Films. Ich fand den eigentlich richtig gut. Okay, ich finde die Idee sehr interessant, doch. Okay, wo gehen wir lang? Runter? Und das, ne, ne, wir müssen oben lang. Und das Ende ist halt auch richtig durch. Also musst du angucken. Ja, ich mag, äh, durchaus Filme, die einem auch zum Nachdenken bringen und ein bisschen Weirdness transportieren. Geht immer. Man, okay, merkt euch das mal. Hier ist noch Pistolenmunition. Und ich gebe ihr noch Gewehr. Use this! Scherber! Ich lasse mir gar nichts erzählen. Vielleicht nehme ich sie, vielleicht nehme ich sie nicht. Ich bin eine starke, unabhängige Frau. Ja. Außer jetzt. Wenn du meine Hilfe brauchst. Ne, ich fand den gut, den Film. Weil ich mag halt so Filme, wo, wo nicht alles so, ähm, offensichtlich immer ist. Wo man so ein bisschen wirklich dann auch rumrätseln kann. Was habe ich da jetzt angeguckt? Was will man mir damit sagen? Und so. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Shit, ey. Du, ich komm, ich versuche immer so ein bisschen an dich ranzukommen. Aber es ist nicht so einfach. Ne, es ist nicht so einfach. Wäre jetzt nicht gestorben, hätte ich da auch S geholt. Na, hätte ich ein S wahrscheinlich. Wie viele Kapitel sind es denn? Wir haben jetzt Kapitel 3. Boah, wir sind jetzt vielleicht gerade so knapp bei der Hälfte. Aber das passt ja zeitlich, ne? Ungefähr. Ungefähr so. Du hattest ja gesagt, so 8 Stunden. Und jetzt sind wir bei 3. Das passt doch ungefähr. Okay. Ja. Was habe ich denn noch für einen Film vor ein paar Wochen gesehen, wo ich auch gedacht habe, hm, interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hier. Was anderes. Ich habe von Instinct gehört, dass du ja einen Podcast machen willst oder einen Videopodcast im Stream über Filme und sowas. Ja, genau, ja. Und da wollte ich direkt bewerben, weil wir hatten ja eh schon mal drüber gesprochen. Und ich bin ja nicht mehr bei Kino Plus. Deswegen hätte ich auch voll Bock, meine Meinung über Filme und Serien woanders loszuwerden. Ja, Instinct hat ja so ein bisschen Kontakt auch zu Netflix und in die Film-Ecke. Und die wollen das auch so ein bisschen ausbauen. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich sage es nur schon mal. Ich suche gerade jemanden für so eine Art Film-Podcast und wir unterhalten uns ja immer ganz gerne. Und wir kennen ja auch sehr viele Filme. Also zumindest könnte man sich ganz gut vorher welche angucken, über die man dann redet. Und dann haben wir die auch gesehen, beide und so. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Das könnten wir schon machen, ja. Wir können auch zu Premieren gehen. Wir können gemeinsam zu Premieren gehen, ja. Also das würde ich echt gerne, weil bisher bin ich nicht drin in dieser Liste an, ähm, ja, an, an, wie heißt das, an Presse. Nee, ich auch nicht, aber da will ich mich reinarbeiten. Ja, ohne will ich. Da muss ich mir ein paar Tipps von Sterzek holen, der ja Ryan Gosling und Chris Evans, äh, getroffen hat. Ja, die habe ich auch getroffen, aber diese Dinger will ich eigentlich gar nicht. Dann bist du eher in dem Deep Shit. Ja, wir haben, ey, wir haben 90 Minuten vorher, warst du schon drin in dem, in dem, äh, Kino. Da fängt es schon an, dass der, 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 schon mal, die Hälfte der Zeit verbringst du damit zu warten. Und dann haben die, die Typen noch 40 Minuten interviewt. Ich mag Chris Evans und Co. Das war auch lustig, aber ich gehe doch hin, um den Film zu gucken. Also ich gehe hin, um Chris Evans zu gucken. Nee, das ist mir, ich bin überhaupt kein Starstruck. Bin ich auch nicht, aber ich bin neugierig, weißt du? Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich muss herausfinden, wie Chris Evans riecht. Wahrscheinlich gut, aber... Das hättest du auf die Entfernung auch gar nicht rauskriegen können. Also ich gehe gerne in eine Pressevorführung morgens um 10, wo dann die Leute schon mit ihren Notizzetteln sitzen und sich Notizen machen. Das, das habe ich gerne. Aber so Premieren, äh... Ah, doch, ich, also ich mag, also ich würde mich freuen über so ein bisschen auf roter Teppich. Würde ich auch machen. Ja, genau, das ist mein Albtraum. Wir hatten da einen und können aber so rübergehen, weil halt keiner relevant genug ist für den roten Teppich. Ach, da schnapp ich mir... Ich hatte mal die Gelegenheit, da ärgere ich mich immer noch. Ich hatte mal die Gelegenheit, äh, äh, Jack Black. Wo ich mich total... Da ärgere ich mich immer noch, dass ich damals gedacht habe, ah, nee und so. Und dachte ich mir, was war in deinem Kopf? Du hättest, dass du wirklich den treffen können, die Hand schütteln und... Hi Jack, wie geht's? So. Also, nee. Jack Black ist ein bisschen auch bei mir ein weicher, weicher Punkt. Da würde ich dann auch wahrscheinlich, äh, den mal treffen wollen. Aber ich, dann gehe ich ja lieber zu Tenacious D und, und gucke mir einfach ein gutes Konzert an. Ja, aber, weil so auf der Filmpremiere die Gelegenheit haben, mit den zwei, drei Worte zu wechseln, ist ja auch schon irgendwie nice to have. Also, es ist okay. Ich hab da mal mit dem Regisseur von, äh, von den beiden S-Teilen, hab ich, äh, getroffen und auch mit dem eine Weile reden können. Das war ganz cool. Weil, weil ich finde, den Regisseur, finde ich, interessanter als der Schauspieler. Joa, kommt immer drauf an, was für ein Schauspieler es ist. Also, Tom Hardy war auch auf meiner Liste. Mit dem würde ich auch gerne mal einfach, ich weiß nicht, einfach mal heilen. Geil sagen. Da ist wahrscheinlich dann doch der Fanboy einfach in mir. Ein bisschen musst du das schon, glaube ich, zugeben, bist du ein Fanboy. Ich, 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 ja, ich stehe da einfach irgendwie drüber. Ich meine, schon bei Giga war jeden Tag irgendein Promi drüben. Und die sind dann auch immer alle hingelaufen. Ja gut, du bist da, du bist da einfach schon anders als ich, was das angeht. Ich hab ja diese ganze Erfahrung nicht, weißt du? Ich guck mein ganzes Leben lang Filme. Fand's auch früher schon nie cool, das wollte ich sagen. Ich, das ist einfach nicht mein Ding, so. Ich, äh, ich möchte Leuten nicht am Arsch hängen. Du bist ja eigentlich auch mehr ein Fernsehmensch schon, kann man sagen. Kann man, kann man sagen. Doch, ja. Kann man sagen. Oh, stimmt. Da muss ich dich, glaube ich, rüberziehen. Und du musst dann da so weiden. Ja, ich zieh dich. Ah ja, die auf der anderen Seite ist die Kurbel. Und ich muss ja erst jetzt irgendwas, ich, ich, ich denke, ich denke mal, ich stelle mir halt auch immer die Frage, wie lange mache ich das jetzt noch? Ich werde ja auch nicht jünger, ne? Und, ähm, ich mache jetzt schon, wo ist denn diese verdammte Kurbel? Oh, die ist hinter dir, ich seh sie, hinter dir am Ende. Ah, ich seh sie auch, ja. Ich werde ja auch nicht jünger, ne? Und jetzt, wo ich damit schon eine Familie ernähren muss und alles, ich denke halt immer so, wo geht's hin? Weil ich sollte dich auch so ein bisschen, ein bisschen mein Repertoire erweitern. Ja, mach doch. Auch so ein bisschen, ein bisschen von Simon lernen. Mein großer Bruder Simon, der bringt mir noch ein bisschen was bei. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas Sinnvolles von lernen kannst. Ah, doch, doch, doch. Ey, guck. Wie das aussah. Das ist, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Gut, das passiert bei mir auch wieder, aber das ist doch wirklich eine Frechheit. Wie du da runtergezogen wurdest, zack, weg. Einfach so weg. Warte mal hier, dann gebe ich dir die Gewehrmunition immerhin und ja, gut, reicht. Jetzt, jetzt schreibt der Chat auch, aufpassen, die Stelle wird lustig. Das kam leider nicht rechtzeitig an. So, dann müssen wir jetzt wieder aufs Floß. Ich bin gespannt. Ja, siehst du, von mir kann ich halt einiges lernen. Du bist halt ein alter Hase im Business. Okay, das ist QTE. Ja, aber lass uns wirklich mal gerne, wenn du Bock hast, drüber reden. Ja, nee, sollten wir wirklich, nee, sollten wir wirklich machen. Ich sag ja, der Monkey ist allein schon als Name. Da haben wir schon gewonnen. Ich bin immer noch für das andere. Es fehlt frischer Wind in der Filmszene. Es gibt zwar, wenn man wirklich sucht, tonnenweise, ne, auch abseits des Mainstreams, aber so die ganz großen sind eigentlich nur David Hine, DVD-Kritik, Robert, ne. Ja. Und dann war es das irgendwie schon so. Und dann gibt es halt noch diese ganzen Movie-Pilot und so, die aber eher so, die sind ja eher so in der Comic- und Star-Wars- und Nerdy-Sektion. Aber so wirklich Filme, abseits vom Mainstream, gibt es fast gar nichts. Das liegt ja auch daran, dass es so viele von diesen Comic- und Marvel- und alles Filmen gibt, ne. Ja, aber die müssen wir ja nicht gucken. Ja, ja, ich sag nur, das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele sich darauf konzentrieren. Das ist halt, es gibt ja kaum noch was. Okay, soll ich das hier drücken? Ich glaub, ja. Oder treten? Ah. Treten ist das neue Drücken. Wolfgang Schmidt, ja, ne, Wolfgang Schmidt ist nicht meins. Der redet mehr. Ich bin nicht ganz gut mit Wolfgang Schmidt, aber ich verstehe auch, dass das eine andere Form der Filmkritik ist, als... Ab und zu redet ihr mir zu viel Kram, wo ich denke, ey, das ist jetzt auch so, ne, da wird wieder so viel reingesteckt und das ist mir am Thema vorbei. Sehr oft leider am Thema vorbei. Ja, aber das ist halt auch sein Ding. Er analysiert das halt auf seine Wolfgang Schmidt-Art und ich feier das, aber ich verstehe völlig, was du sagst. Es gibt ein paar Sachen, da bin ich fairerweise, wo ich sag, ja, die waren nicht schlecht, ja. Ist nicht so, dass ich jetzt eine komplette Ablehnung dagegen hab, aber viel ist auch einfach Nonsens, wo dann aber von seiner Community gelobt wird, wo ich mir denke, hat er das jetzt verdient? Ja, aber zum Beispiel, ich glaub, sein erster Podcast, äh, in seinem, äh, Film-Podcast, der, der das erste Thema war, glaub ich, äh, Paw Patrol. Und da muss ich schon sagen, Respekt für das Thema und er hat's dann auch wirklich auch ernsthaft, hat er Paw Patrol, äh, quasi analysiert und das fand ich schon sehr unterhaltsam, weil, weil das halt sonst keiner machen würde. Na, gib mir noch drei, vier Jahre, dann muss ich, dann muss ich zwangsläufig Paw Patrol analysieren. Ja, aber er hat's dann natürlich analysiert, was die Gesellschaft, wie die aufgebaut ist in dieser Welt, was das aussagt, was es den Kindern beibringt und es war so, auf so einer intellektuellen Ebene, die, äh, wir wahrscheinlich einfach gar nicht bedienen würden, wollen. Ja, aber guck mal, ich mein, ich bin, ich bin, zum Beispiel, kennst du noch Alfred Judokus Quack? Ja, klar. Und, äh, das ist ja auch richtig eigentlich heftiges Material und so, ne? Und ich finde heutzutage, ähm, das Problem ist, dass die Kinderserien heutzutage einfach zu sehr schonen. Ja, früher war das alles, früher hat man, hat man mehr Konsequenzen gelernt. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, Andreas, sein Pferdchen versinkt im Moor. Das hat mich als Kind traumatisiert. Und das, das gibt's heute nicht mehr. Ja, aber was lernt man daraus? Nicht ins Moor reiten. Nein, 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 man lernt nicht daraus, ja, okay, das lernt man auch, was auch, glaube ich, ein ganz guter Tipp ist, reitet nicht ins Moor, Kinder. Ja. Sondern man lernt eher daraus, dass das Leben vergänglich und fragile ist. Und dass, äh, dass man auch darauf eingestellt sein muss, Verluste zu ertragen als Kind. Und das ist ja nicht immer nur der Tod oder irgendwas Hartes, sondern es geht um Kleinigkeiten schon. Verluste, dass ein Spielzeug kaputt geht. Verluste, dass man was verliert. Verluste, dass man Nein gesagt bekommt. Verluste, dass man im Sinne auch nicht, ähm, immer das erreicht, was man erreichen will, auf den einfachen Weg. Dass man halt einfach mit der Realität ein bisschen konfrontiert wird. Ja, lernen, damit umzugehen, dass nicht alles... Genau, darum geht es. ... das größte Problem, wenn man erwachsen wird. Ich war immer mega sauer, wenn Sachen nicht geklappt haben. Ich hab da voll Probleme gehabt, lange, das immer zu verarbeiten. Solche Misserfolge. Aber das ist total wichtig. Ja, sowas ist wichtig. Sowas ist wichtig auch für Kinder. Kinder müssen genauso Enttäuschung erleben. Und Schmerz. Das haben die alten Serien einfach viel, viel besser, äh, transportiert, so. Wie hieß das, Momo und die grauen Männer, oder wie hieß das nochmal? Momo, ja. Das waren alles wirklich Sachen, wo viel dabei ist, wo man sich denkt, uff, unangenehm. Genau wie gerade diese Explosion hier. Hier ist ganz viel Zeug für dich dabei. Wir wollten die Kicks auch nutzen, ne? Ich hab halt ne Sniper, ich hab halt ne One-Shot-Sniper. Okay, das ist beschleuert, ne? Okay, du kannst wirklich gar nichts damit anfangen. Ähm, hier oben ist irgendwie nix. Wo sind denn die Gegner? Oben, doch, 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 oben, da stehen sie schon. Da oben steht einer, den hau ich jetzt mal weg. Da müssen wir irgendwie diese Ventile und sowas alles... Okay. Du machst das Ventil, ich baller ein bisschen... Weißt du, was es heutzutage auch nicht mehr gibt? Gute Sitcoms. Die sind alle furchtbar. Es gibt ja How I Met Your Mother. Gibt's ja jetzt nochmal neuer. How I Met Your Father. Ja, aber How I Met Your Mother ist doch die Baller. Ne, war auch nicht meins, aber... Aber sowas wie... Eine schrecklich nette Familie oder Alf fand ich super. Ja, es ist halt die Frage, ob wir einfach nur alt sind. Aber ich finde, das ist alles so langweilige... Also, einfach ganz langweilige Standardunterhaltung. Also How I Met Your Mother hatte ja schon ein, zwei lustige Charaktere, aber das war so schnell ausgelutscht. Aber... Ich meine, da machen wir uns jetzt wirklich keine Freunde, ne? Weil das hat viele Fans. Ja, es sind super viele Fans. Aber davon war ich... Ja, Tourneufman fand ich auch nur die erste Staffel geil, als es noch mein cooler Onkel Charlie hieß. Das hat er erst einen anderen Titel gehabt. Und wo Charlie Harper halt noch wirklich gesagt hat, ich geh jetzt mir ne Nutte gönnen, so auf die Art. Das war ja mal viel, viel härter. Da haben sie schnell zurückgerudert, weil es diese... Diese wirklich... Als Charles-Anfänger... Genau. Ne, ne, so ab der zweiten Staffel haben die schon zurückgerudert, zur dritten Staffel, weil sie gemerkt haben, ey, das ist ne Kinderserie eigentlich. Das gucken Kids. Das kommt bei den Kids gut an. Auch so. Also ich kenne auch Leute in meinem Alter, die es gerne geguckt haben. Aber dann fing ja auch Charlie an, langsam verrückt zu werden. Und ab da... Leider, ja. ...haben sie dann, glaube ich, auch überlegt, okay, jetzt sollten wir jetzt vielleicht nicht zu sehr an seinem echten Leben orientieren. Okay, ich drehe. Achtung, 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 Kettensägen, man, der kann nicht One-Shot zersägen. Den Schützen habe ich aber der Kettensägen, Mann. Ich hab's. Und shit, das war's ja noch gar nicht. Müssen wir mit seinem altes Briefauge schießen. Aber darf ich dir hier eine Sache, die ich mal loben will, eine Sitcom, die wirklich was anders macht und mutig ist, möchte ich fast sagen. Und zwar heißt die Kevin Can Fuck Himself. Ja, kenn ich. Kennst du wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist halt so die Antithese zu einer Sitcom basiert, ich sag's jetzt für die anderen Leute, die es nicht kennen, basiert auf zwei verschiedenen Serien eigentlich. Nämlich einer Reality-Serie, die quasi das Ganze ernst nimmt, und einer Sitcom-Serie. Und beides zusammen wechselt halt manchmal. Und dann sieht man, wie es diesen Sitcom-Figuren in der Realität eigentlich geht. und plötzlich kriegt das Ganze voll die Drama-Ebene. Fand ich sehr interessant. Hab ich jetzt auch gern die zweite Staffel geguckt. Weißt du, was ich richtig gut fand? Äh, Sick Notes. Oh shit, shit, shit! Schaffst du das da unten? Ich hab nämlich hier oben auch einen. Hier oben bei dem Kettensägen. Ich hab auch einen Kettensägen, Dude. Einen mit einer hot, heißen, engen Skinny-Jeans. Ich suche immer noch diese dritte... Scheiße, wo ist das mal? Wo ist das dritte Dreh? Da bei dir? Ich glaub, du hast es. Ja, ja, aber da ist grad ein Gegner. Oh, oh, oh. Da ist der Kopfhund. Der andere kam immer näher. Da kam die Enthauptung. Ähm, ja, nur um kurz auf ein paar Fragen mal einzugehen im Chat. Ähm, also ich find natürlich sowas wie die alten Sachen find ich auch super. Melke mittendrin ist fantastisch. Oh ja, super. Viel von... Wir haben, ich mach gerade mit Plauschangriff, machen wir gerade einen Podcast über Sitcoms der 90er und 2000er. Und da waren schon... Das war schon die Hochzeit. Äh, der guten Sachen. So, Moment, okay. Wie hieß denn nochmal die Sitcom mit diesem Häschen Floppy? Oder wie der hieß? Auf schlimmer und ewig. Genau, auf schlimmer und ewig. Ja, das war auch nicht so schlecht. Das war auch nicht so schlecht. Weißt du, guck mal... Aber dieses Sitcoms sich nicht mehr gibt. Du darfst Sitcoms nicht so sehen wie, ich setz mich jetzt abends hin und konsumier eine Sitcoms. Sondern Sitcoms sind dazu da, dass du irgendwie runterkommst. Du bist in der Küche am Berkeln, der Fernseher läuft ein bisschen und du kriegst ein paar Jokes mit. Ja. Das ist okay. Du musst nicht jede Minute mitnehmen. Genau. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich will auch ab und zu Serien gucken, wo ich eben einfach abschalte. Du weißt, das läuft einfach. Ich will einfach ein bisschen beplänkelt werden. Was war denn das jetzt? Ja, irgendjemand hat eine Granate geworfen. Warte, warte, warte. Ja. Ich will einfach nur ein bisschen beplänkelt werden. Das ist ja das, was heutzutage eigentlich Let's Plays machen für die Leute. Ich glaube, die meisten Leute gucken meine Let's Plays einfach nur so nebenbei. Das läuft da irgendwo und der Typ quatscht uns nett was ins Ohr. Aber das fehlt mir so in den Programmen. Das ist auch nicht angewendet. Das ist auch eine gute Art, sein Leben zu verbringen oder sowas zu produzieren. Tut keinem weh. Verlangt niemandem etwas ab. Ich finde das okay. Ich mache das gerne. Quasi in Endlosschleife Simpsons, die alten Folgen. So bis Staffel 6, 7 so in die Richtung. Ach so, ja. Als dann Conan O'Brien weggegangen ist, so. Die Zeiten. Da wurde es dann nämlich schlechter. Ja. Ja, ich liebe die frühen Simpsons-Staffeln. Ich gucke sogar auch noch die neuen, aber es ist irgendwie eine Hassliebe geworden. Ja, ich gucke die neuen auch noch. Ich mag die auch noch irgendwie, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt. Aber die alten, die kann ich mir einfach immer wieder reinziehen. Die sind einfach immer wieder gut, ne? So, du wolltest da runter. Dann hole ich den gleich wieder zurück. Ich würde sagen, wir bleiben zusammen. Aber ich muss sagen, lange war Brooklyn Nine-Nine für mich so eine von diesen Serien, die ich noch gucken konnte, weil da immer wieder gute Dialoge dabei waren. Schöne, ich mag die Charaktere auch alle sehr. Aber ja, es hat sich dann auch irgendwann überholt. Okay, da kommt der Kettensilgenmann. Aber ich muss sagen, die achte Staffel ist, ich habe sie zu Ende geguckt. Es gibt nochmal so eine Boyle-Folge, die fand ich besonders witzig. Der echte, wahre Boyle und so. Oh, so eine Musik, deine Friseurs alles. Ja, 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 ja. Es ist so eine geile Folge. Die war geil, ne? Da waren halt echt gute Jokes drin. Die war furchtbar, nicht schlecht, aber durch diese ganze Polizei-Brutalitätsgeschichte... Die war furchtbar, war furchtbar. Ja, es ist eine Realität in dieser Spaß-Serie. Ja, aber das... Guck mal, die freuen sich jedes Mal, wenn sie einen Serienkiller haben. Freuen sie sich. Ja, aber... Und das... Aber guck mal, das ist genau das, was bei unserer Gesellschaft so schiefläuft. Warum müssen wir denn alles hinterfragen? Es ist doch mal gut. Ja, Film ist ja nicht realistisch. Und natürlich ist es nicht cool, wenn ein Serienkiller in der Nachbarschaft ist. Aber das ist doch gar nicht der Sinn. Das ist Unterhaltung, Freunde. Na, ich geh auch noch mal drauf. Boah, das ist g's. Da auch noch mal, zack. Der kommt mir ja gar nicht mehr klar hier. Aber das ist ja auch wegstecken, ne? Das ist Wahnsinn. Ins Auge! Wir müssen ins Auge schießen. Nice. Mit Rollpunkt sogar. Aber da kann es noch mal aufstehen, der Dude, ne? Schießt noch mal rein. Blutet der? Ne. Ne. Einige stehen nämlich noch mal auf von denen. Und? Ja, das ist einfach so diese überkritische Haltung zu allem. Weißt du, alles wird so überkritisiert, aufs echte Leben irgendwie runtergebrochen. Das sind Serien, Freunde. Ich finde, es ist schwer. Es lohnt sich nicht, gegen Windmühlen anzureden. Das ist die Popkultur, wie sie gerade ist. Man muss es einfach akzeptieren. Sonst wird man irgendwann zu so einem alten, grantigen Mann. Das stimmt, ja. Der nur ständig wiederholt, dass früher alles besser war. Das bringt nichts. Da hat keiner gewonnen von. Ne, ich finde gar nicht, dass früher alles besser war. Aber ich hasse dieses, dieses, ja, dieses, ähm, zum Beispiel Silent Hill 2 ist das Nonplusultra. Und alle anderen Silent Hill Teile werden eigentlich gar nicht akzeptiert. Es gibt eigentlich nur Silent Hill 2, wenn du was anderes spielst, ist ja eigentlich ein verkenntes Arschloch. Das finde ich schon furchtbar, so Einstellung. Wir haben jetzt zum Beispiel den dritten gespielt. Da hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei, weil ich den damals bei Giga auch schon gerne gespielt habe. Und dann spielst du es und merkst, okay, da sind schon auch Sachen dabei, die sind nicht so geil. Und dann, äh, wo Total Warneker ist auch so ein Ding, wo ich eine bessere Meinung hatte in der, in der, in der Vergangenheit sozusagen, als ich dann, äh, beim neuen Spiel. Ja, aber so geht's genau, oh, da vorne ist noch einer. So ist es ja genau umgekehrt. Zum Beispiel hassen wir alle Dead Space 3 und ich finde Dead Space 3 eigentlich gar nicht so verkehrt. Verkehrt ist es nicht, ich hab's auch gerne gespielt. Aber es ist halt auch wieder ein Koop-Titel, ne? Der macht halt im Koop, ist der spaßig. Ich finde den auch alleine spaßig. Ich hab den jetzt nochmal alleine durchgespielt, so über die Feiertage. Und ich finde halt, in Dead Space 3 ist die Story halt richtig interessant. Wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest und du findest das faszinierend, dann ist das so interessant, wie die, wie diese Konvergenz halt sich immer weiter auf die Spitze treibt und diese Entstehung des Mondes und dieses Mysterium. Woher kommt das denn alles? Und das Netzwerk. Ja, aber wie dumm könnt denn bitte, wie, wie dumm sind diese religiösen Fanatiker? Ja, aber so wär's wirklich. Das ist, das wär so. Ja, aber... Wahrscheinlich wär's so, ja. Ja, es wär so. Erinnert mich immer an den Film, ähm, der Nebel, äh, von Stephen King. Wo sie in diesem Supermarkt eingesperrt sind. Mit diesem extrem bitteren Ende mit Thomas Jane. Eine meiner Lieblingsfilme, aber vor allen Dingen eine meiner Lieblingskursgeschichten. Ja, ne, es ist großartig. Es ist großartig. Und vor allen Dingen hat das Ende vom Film ein besseres Ende als die Geschichte. Und da haben selbst, äh, hat der King selbst gesagt, ey, das ist besser. Ja. Der schreibt nur schlechter. Und du weißt ja, der ist ein kritischer Mann. Bedenken wir sein Shining. Ja. Er hat ja ein übles Shining-Syndrom, der Mann. Oh, oh, Achtung. Wüten der Kettensägen, Mann. Ja, ich bin dran. Oh, ich muss nachhören. Die Idee hinterher. Ja, der ist bei mir. Der gibt's wieder zwei. Nee, ist noch ein. Nee, nee, das ist jetzt der andere. Das sind insgesamt sind's zwei. Ah! Jetzt rennt er auf mich zu. Okay, komm, lass uns den mal schön wegballern aus der Entferne. Kann ich aber auch gar nicht aberkutten, den du jetzt. Achtung, Achtung, doch, geht. Hab ich schon gemacht. Geht aber nur. Oh, ist tot. Du hast ihn? Geil. Ich hab nämlich kaum noch Muni, jetzt wird's eng. Können wir jetzt endlich mal in Ruhe einsammeln? Ist ja eigentlich so ein bisschen Salvador, ne? Der Kettensägen-Mann. Aus Teil 4 hier, Dr. Salvador, war doch der Kettensägen-Schwinger. Heißt der so, oder was? Soweit ich weiß, ja. Ich sag, Sack-Kopf. Nein! Der Kett kann's ja noch mal sagen, aber ich glaub, so hieß der. Die Shotgun ist halt böse, ne? Toll, was die alleine schon für ein Geräusch macht. Da schießt man gerne ein zweites Mal. Boah, hier ist so viel Maschinengewehr-Munition jetzt. Wir werden richtig zugeschüttet. Nehmen sie gerne. Ich brauch sie auch. Ich mein, die geht halt auch schnell weg. Aber bei mir wird's eng. Ich brauch mehr Sniper-Kram. Kommt einfach nix. Also, Prayer80 in meinem Chat hat sich grad ein bisschen in dich verliebt. Aufgrund deiner Filme und Spielografie. Dankeschön. Das ist der falsche Chat-Prayer, oder was? Lass doch mal hier ein Abo da, und dann kannst du zu Keys rübergeben. Ja, das stimmt. Kenauts Behind war auch bei Giga, ja. Also, nicht so lange, aber er war auch da. Da war ich aber schon nicht mehr da. Aber also, auf, auf, äh, hier, den Heiner, lass ich echt auch nix kommen. Ähm, der macht halt, find ich, sehr schöne Film-Reviews, die man sich auch gut angucken kann. Ähm, Schäver? Du bist alive. Du bist okay? Wie, wie warst du hier? Wir waren in der Porte, wenn wir attacken. Und dann, well, ich habe hier. Wo ist die resten der Team? Shit! Es ist nur die drei von uns jetzt. Warum nicht ihr nicht retreat? Ich meine, wir sind nicht mehr für sie. Ich habe gar nicht genug für sie. Ich habe hier einen Schausch. Die Schausch haben, auf dem BOW-Einsperiment, hat eine Bildung in der Mitte. Die Bildung war von Chris' Freund. Ein Freund? Ich bin nicht weg, bis ich nach Irving herauskennen, was da passiert. Oh, was I got on here? Let's save the chica for later Schipper, cover me! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, was ich als Kind gelesen habe, das feiere ich heute noch, weil es mich so beeindruckt hat damals und deswegen ist es schwer, da ranzukommen mit neueren Runden. Also von den Filmen her mag ich, ist mein absoluter Lieblingsfilm von Stephen Kings, äh, Finna, oder Finna, ja doch, Finna hieß es, Dünner. Ja, ja, auch ein schönes, ähm, von Bachmann, also seinem alter Ego geschrieben. Das ist echt ein Film, der hat mich als Kind total abgeholt und finde ich auch noch als Erwachsener interessant und der hat, also wie sie den da immer dünner gemacht haben, das ist cool gemacht für die damalige Zeit und auch für heute noch. Ja, ich finde die Idee auch toll, das ist so eine typische King-Geschichte. Das ist so eine typische King-Geschichte, ja. Ja, irgendjemand wird verflucht und wird immer dünner. Was für eine gemeine Sache. Halt auch noch so ein fieser Fettsack, ne? Was für eine Sache und Erd, finde ich so geil. Also weil, es ist einfach gut gemacht, es ist im Grunde eine, eine Revenge-Story. Der Film ist absolut unterbewertet, das war so eine, das war eine TV-Verfilmung auch. Ja, wie leider viele von den Filmsachen, sind dann leider nicht... Naja, es war ja auch, ähm, eine TV-Verfilmung. Ja, Teilteil dafür, fürs Fernsehen, ja. Und mein zweitliebster ist Needful Things, ja auch von ihm, ne? Der ist auch gut, ja, auch gut, der Film. Und wen ich auch immer ganz gradios finde, ist, äh, Sam Nile. Der hat ja diesen einen Film, wo er diesen Autor da aufsuchen muss. Wie heißt der denn nochmal? Den hast du bestimmt auch gesehen. Äh, aber meinst du jetzt eine King-Verfilmung? Nee, oder? Ich glaub nicht, dass es King war, ich weiß es nicht genau. Wo er diesen Autor da finden muss, der über die Welt, irgendwie so Bestseller, über das Ende der Welt schreibt da. Und all seine Sachen treffen ein. Wie heißt der denn nochmal? Oh, den kenn ich jetzt nicht, aber... Den kennst du bestimmt. Den kennst du bestimmt. Das sind echt die typischen Tropes, ne? Der Autor, dessen Geschichten wahr werden. Das ist ja auch, äh, The Dark Half. Ja, das ist mehr als das. Der ist richtig, äh, ähm... Der ist richtig, äh, wie soll ich sagen, ja, auf vielen Ebenen total undurchsichtig und vielschichtig aufgebaut. Mächte des Wahnsinns könnte sein. Ja, das könnte sein, Mächte des Wahnsinns. Ich glaub nicht, dass es King ist. Das könnte man eigentlich jetzt... Am Rande des Wahnsinns, sagt mein Chat. Wie? Am Rande des Wahnsinns. Am Rande des Wahnsinns. Vielleicht ist es das. Nee, das ist es nicht. Mächte des Wahnsinns. Es ist Mächte des Wahnsinns. Ist es? Ah, okay. John Carpenter ist das. Großartiger Film. Wenn du nicht gesehen hast, unbedingt auf deine Liste packen. Ja, mach ich gerne. Wir können uns ja in unserem Podcast dann immer gegenseitig, äh, zwingen, Filme zu gucken, die der andere noch nicht kennt. Was auch so ein total, total unterbewerteter Undercover-Film ist, der damals ein Skandalfilm war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Wo er so einen Ehemann spielt, wo die Frau irgendwie so einen Alien-Oktopus aus dem Weltall vögelt. Gott, der in Berlin spielt, der, glaub ich, sogar. Auch so ein richtig skurruler Film. Alien-Oktopus, warum hab ich dich nicht mitgeheilt? Schade. Tut mir leid, ich brauchte eigentlich gar nichts. Vielleicht weiß der Chat Bescheid. Der ist, glaub ich, sogar aus den 70ern. Der ist richtig alt schon. Wollen wir mal tauschen? Moment, können wir gleich, ja. Aber ich tausche die ganze Zeit bei dem Falschen. Ach so, warte mal, du wirst anfragen. Moment, ich heil... Ja, eigentlich ist mir egal, aber ich will dir einfach nur mein Kram geben. Moment, ich hab, äh, ich bin voll. Warte. Was war das hier? Possession, könnte sein, ja, dass der Possession heißt. Ah, jetzt hast du ihn. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Der ist der Platz. Ey, der hat eh tolle Filme, der Mann, ne? Der hat richtig tolle, skurrile Kinofilme. Ja, Possession, von 81 ist der. Den musst du mal gucken, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Der ist echt gut. Ja, und werde ich alles mal nachholen. Früher habe ich mal, ich habe einen Kollegen, Quantum heißt der auf, also ein Quantum Pro auf YouTube und Twitch. Und der ist auch jemand, der sich echt mit Filmen gut auskennt. Der kennt sogar noch so die alten, diese alten surrealen Spaghetti-Horrorfilme. Ja, aus Italien da, hier, wie El Topo und so. Das sind heftige Filme. Mount of Madness und sowas. Das sind echt richtig krasse Filme gewesen. Das waren ja wirklich total die, die surrealen Drogentrips irgendwie richtig bösartig und ganz, ganz merkwürdige Wirkung, El Topo. Oh Gott, da drüben kommt super viel. Nein, da kommen die einfach... Mann. Shit. Okay, die kommen jetzt langsam zu uns. Ja, ich versuche es hier gerade schon mal wegzuschuten, der Sliper. Der Kettensägenmann ist halt ein Problem. Warte mal, ich komme auch mal hoch. Achtung. Nice. Ich habe Minen. Ich lege die hier mal hin. Nice, aber wir sollten... Wow, wow. Okay, ist offen. Hier kannst du jetzt noch voll lange durchhalten und kannst dir da voll viel Geld noch verdienen, aber es ist nur eine Zeitverschwendung. Die Mine nehme ich mal wieder mit. Dann klaut ihr mir die Mine. Ich gebe sie ihr wieder. Nein. Ich mache gute Mine zum bösen Spiel, mir ist egal. Ja, ich denke so. Ich bin okay. Es sieht aus, dass Irving versucht, die Platz zu verbrechen und seine Gehe. Du musst ihn verbrechen bevor es zu late ist. Ich versuche, um einen Weg aus hier zu finden. Okay. Wir gehen nach Irving. Good. Okay. Jetzt gibt es ein Geheber. Das ist wahrscheinlich, wo er seine Gehe ist. Copy das. Und Josh! Was schreibst du da genau? Mein Kumpel hat seinen Sohn nach dir benannt. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, der fand den Namen einfach nur gut. Ansonsten ist das ein sehr schlechtes Omen. Welchen? Wie nach dir, Simon? Naja, also ich nehme an, er hat ihn einfach so genannt. Das ist ganz sicher jemand, der den Namen einfach nur gut fand. Ich würde nie jemanden als Vorlage für mein Kind nehmen. Dann hast du ja immer diese Person dann auch so im Blick. Stell dir mal vor, du hast, keine Ahnung, deinen Sohn Kaini genannt. Kaini, meinst du? Ja, und dann fängt der an irgendwie jetzt mit seinem ganzen Naz-Kram. Und dann denkst du dir, okay. Naja, aber... Ja, klar. Das ist echt ein dummes Beispiel, weil Kaini ist eh schon ein dummer Name. Also zumindest kein normaler Name. Ich habe meinen Sohn nach dem Spirit der 80er genannt. Ich habe ihn wirklich Jack genannt. Ja, das ist doch okay. Jack, John... Da kann er in der Masse verschwinden irgendwann. Ey, Jack ist ein super seltener Name. Ich kenne keinen einzigen, der Jack heißt. Also klar... Aber es ist schon ein guter Name. Ja, natürlich. Wir kennen alle den Namen Jack, weil er Hollywoods Lieblingsname Nummer 1 ist, so auf die Art. Ja. Aber im echten Leben kennst du da irgendeinen Jack? Ich nicht. Und das Interessante war, alle Frauen so, Jack? Und alle Männer so, yeah, Mann, Jack! Jack! Ich hätte auch nichts gegen Jack gehackt. Wäre ich auch voll dafür. Ich habe... Weißt du, wie ich das gedreht habe, dass meine Freundin da mitmacht? Ich habe ihn einfach die ganze Zeit schon so genannt, als er schon im Bauch war. Und dann habe ich das einfach in ihr Gehirn hineingebohrt. Und dann konnte sie nicht mehr anders als den jungen Jack nennen. Das ist gut. Ja, so macht man das. Vielleicht auch du merkst, dass da mit dir einfach nichts zu diskutieren ist. Nee, das war entschieden. Okay, müssen wir mit dem Boot fahren? Oder was fehlt? Nee, nee, wir müssen da drüben hin. Wir könnten... Da kommen jetzt auch gleich nochmal irgendwie Gegner. Und ich glaube, wir müssen dann so ein Zeitfenster überleben. Und dann düsen wir mit dem Boot ab. Und dann gibt es nochmal eine coole Wasserschlacht. Ja, John ist auch ein cooler Name, aber Jack gefällt mir besser. Meine Lieblingscomic-Figur ist Jackie Estacato. Der heißt ja auch Jack. Ach, ist der von Darkness? Ja. Ach, so ein guter Comic. Würdest du nicht? Hä? Ja, ist okay. Nee, ich meinte ja die Muni und so. Nee, nee, die Pistole brauche ich ja nicht. Ich habe ja auch eine extrem coole Statue von dem. Genau, das ist Pestmasken-Jill. Die lernen aber auch gar nichts. Was für ein Name ich auch ultra geil finde, ist der Name Schlomo. Aber für ein Kind ist dann, naja. Mein Kater heißt schon so, heisst. Schlomo ist ein geiler Name. Oder Chapadaya finde ich auch lässig. Chapadaya. Du magst dein Kind einfach nicht. Ja. Dass es gemobbt wird. Chapadaya. Hey, da liegt super viel Muni. Ja, ich nehme es ja. Da vorne ist noch Maschinengewehr. Kann ich das mitnehmen? Ja. Ja, nimm mal mit. Ich habe Gewehrmunition. Komm, wir müssen in der Zeit da auf der anderen Seite des Stegs... Andere Seite, okay. Was ist da hinten los? Aber das ist ein geiler Co-op-Shooter so, ne? Ich bin sehr begeistert von... Also wirklich, ich hatte nicht so viel Spaß, als ich Schöne gespielt habe. Oh nein, du musst mich heilen. Ne, was hat mich da eben gerade richtig erwischt? Schön, die Adrenalinspritze. Warte, ich mache direkt nochmal eine Heilung. Und weiter. Oh. 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 Herrgott, die Hunde. Oh, man hat einen Schatz mitgenommen. Uff, das sind, äh, Claymores. Vorsicht. War das... Oh ja, die sind vermint. Krass. Da waren die aber fleißig in den zwei Minuten, die sie hatten. So, komm, beeilung, beeilung, beeilung. Ja, ich mach Mühe. Oh, schnell. Zieh durch. Oh, drei Sekunden noch. Schnell, wir müssen gehen. Sind Sie okay? Da geht einiges kaputt. Wer das alles bezahlen muss. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie immer noch kein Resident Evil in Tokio gemacht haben oder in einer anderen bekannten Großstadt oder so. Das ist irgendwie... Ich warte schon lange darauf. Vielleicht wollen sie einfach dieses fiktive Szenario fern von der Realität beibehalten. Ja, Resident Evil im All, ob das, ob das funktioniert. Ich mein, Dino Crisis im Weltall... Hm? Ja. Ich glaub, am All hat Capcom einfach die Finger verbrannt. Ja, es ist aber auch einfach eine grenzenlose dumme Idee. Entfernen, 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 entfernen. Ich hab ein Schrotgewehr. Brauchst du die? Ich mein, weil ich brauch sie wirklich nicht. Ja, als her damit. Als her damit. Also, seitdem du mir gesagt hast, dass ich das auch nicht, äh, mache, dass ich die Waffe nicht nutzen soll, weil das ja nichts bringt, wenn ich jetzt auch noch meine Sniper gewehr, dann haben wir beide Sniper, ähm, hab ich ja, kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, später könntest du noch die Mac nehmen. Die ist eigentlich auch was nice. Ja, dann machen wir das so. Resident Evil 6 war doch Tokio, stimmt, ja. Da hat er recht. Moment. Da war eine, stimmt, da war eine Mission in Tokio, ne? Ja, okay. Okay. I stand corrected. Aber ich hab den 6er nicht so im Kopf. Ich würde echt gerne nochmal Dino Crisis 3 spielen. Einfach, ich hab das damals, ähm, Dino Crisis war ich total begeistert. Wer nicht? Und dann war dieser dritte, da gab's ja auch noch nicht so diese ganzen Werbekampagnen. Und ich hab von Dino Crisis 3 nichts gehört. Und auf einmal stand der einfach in so einem, ähm, das war damals so ein Comeback hieß der, das war so ein Laden, die hatten Schallplatten und diesen berühmten kleinen Raum, wo die indizierten Spiele und die, die Gewaltfilme und so drin sind. Und dann war das da auf einmal drin gestanden. Und ich so, what? Es gibt ein Dino Crisis 3? Da hab ich mir das geholt und damals auf der alten Xbox gespielt. Und es war nicht gut. Aber ich hab's nie durchgespielt und ich war da auch noch nicht so im Game, so, da war ich vielleicht nicht in der richtigen Stimmung. Ich würd's gerne nochmal spielen. War's wirklich so missarabel? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich glaube, es war wirklich nicht gut. Aber ich fand die Idee geil. Ja, aber wenn du dich erinnerst, der erste war noch so Resident Evil-Style, der zweite war rumlaufen und ballern und dafür Punkte kriegen. Und der dritte war dann, glaube ich, völlig, völlig woanders. Die haben sich zu schnell, zu weit entfernt von der Fangruppe. Aber ey, Dino Crisis ist wirklich... Ich hab Leute, die nerven mich seit einem halben Jahr, da ich das spielen soll. Also da gibt's schon noch Fans. Ja, klar. Ich hätt auch gerne ein Remake oder ein Remaster bekommen. Auf jeden Fall, ja. Ich find's eh irgendwie komisch, dass das allgemein so Singleplayer-Dino-Spiele, dass es da irgendwie quasi gar nichts gibt, so ne. So mit Turok ist dann auch schon der größte Vertreter gestorben. Und das hab ich jetzt auch nochmal zu Weihnachten durchgespielt, das 2008er Turok, wo auf diesem Planeten mit Dinos ist, wo überhaupt da keine Story irgendwie vorhanden ist, aber... Aber ich fand damals den, den Render... Die Render-Sequenz in Dino Crisis 3, die fand ich so cool. Die finden halt so Event Horizon-mäßig dieses riesige Containerschiff. So hab ich's zumindest noch in Erinnerung. Und dort befinden sich halt irgendwelche Dinos, die genetisch verändert sind drauf. Irgendwie so, so richtig abgefahren. Ich muss es einfach nochmal spielen. Aber der Dreier hat kein Koop, ne. Das war einfach... Nee, 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 nee. Ja, dann... Ich werd den 1er auf jeden Fall irgendwann mal anfangen. Wieder... Joa, ich hab mich mal geheilt. Beim 1er ist es leider so, dass es keine gescheiten Mods gibt. Ich hab da schon geguckt. Es musste wirklich Vanilla abdaddeln, das Ding. Capcom hat leider auch nicht wirklich viel Liebe in Dino Crisis gesteckt, so. Also, dass die da gesagt haben, wir machen mal... Weißt du, Capcom ist ja so ein Publisher, der auch alles gefühlt immer wieder rausgraben, remaked, die ganzen Automaten... Ja, aber warum nicht Dino Crisis? Ich verstehe nicht, warum sie das nicht melken. Jeder Scheiß wird gemolten. Aber Dino Crisis ist vehement dagegen, obwohl da so ein Aufschrei dafür ist. Das stimmt, ja. Das ist wirklich eine komische Frage. Vielleicht gibt es einfach wirklich wenig Leute, die noch an Dinosauriern interessiert sind. Nein, 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 nein. Dinos lieben die Leute. Genauso Videospiele, wo Dinos drin vorkommen, sind immer erfolgreich bei mir. Die Leute lieben Dinos. Jeder mag Dinos. Ich weiß noch, damals zu Jurassic Park, weiß nicht, der zweite, dritte oder so, da gab es dann auch ein Spiel, das war so mega schwer. Ein 2D-Spiel, wo du irgendwie viel immer von links nach rechts gerannt bist. Als Dino, aber auch als Menschen. Und es war so schwer. Es war zu Giga-Zeiten, Mann. Und sowas würde ich mir gerne auch mal wieder wünschen. Weil das war eigentlich echt nicht verkehrt. Achtung, Dino mit, Dino mit, Dino mit. Ich bin am Weglaufen. Da liegt aber noch einer. Du musst auf jeden Fall diese Fliege-Deats kalt machen. Ja, sind weg. Die Finisher sind eigentlich ganz nice, ne? Ich finde auch, der T-Rex an sich ist halt so ein geiler, klassischer Bösewicht. Weil er halt einfach ein Tier ist, da fängt es schon mal an und dann hat er diese Riesen-Fresse, äh, Riesen-Szenen. Einfach toll. Ein toller, ein toller Boss. Ey, Dinos, finde ich, sind total in unserer Popkultur, besonders Videospiele, total unterpräsentiert. All right, let's go! Reload! Brauchen wir unbedingt. Wir brauchen Dinos. Ja, in der Luft, sehr gut. Doppel, doppel, doppel. Wow, 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 wieder Shepard. Aber weißt du, Resident Evil 5 ist halt auch so ein Spiel, es hat keine Durststrecken, ne? Es ist durch und durch Entertainment. Also genau, muss ich auch sagen, also gerade jetzt im Coop merkt man es ja, es geht nicht die ganze Zeit weiter und immer los und auch auf einem Niveau, was gar nicht so nervt. Klar, sowas hier nervt, wenn wir dann die Garnate unter das Boot werfen können. Danke. Aber allein das, die sich so gut heilen kann. Okay, you two know what to do! Ja klar, natürlich hat es auch so ein paar kleine Frustkanten, das Spiel, ne? Ja, aber im Großen und Ganzen. Ich wollte gerade sagen, manche Sachen dauern zu lange, manche Missionen. Wow, 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 Achtung, 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 Achtung. Wie geht es? Ich rieb auch nur wegzukommen. Geht nicht! Doch, geht. Alter, wie soll ich denn da? Ich mach die weg. Warte, warte, bleib einfach mal in Deckung. Ich mach gerade noch die kleinen und dann kümmere ich mich um die MGs. Ja, ich flankiere die anderen. Ich hab aber auch null Energie mehr, obwohl ich kann mir ja holen. Kannst du hier auch an Wände annehmen? Oh, nee, jetzt musst du zu mir. Shit. Der hat da wirklich mich an der Kante getroffen. Ich versuch mal hinzukommen, es wird aber ganz schön eng. Nee, ich schaff's nicht. Einfach durch, ich zieh durch. Nee. Ja, ich mach ja, ich mach ja. Ich mach ja. Oh, das schaffst du. Dann wird es direkt hinter die Wand. Also du brauchst dringend Energie, mein Freund. Ja. Okay, MGs sind down. Gut. Das war knapp. Ja, der Sack hat mich da noch getroffen. Ich hab aber nichts mehr zum heilen, glaub ich. Nee, wir haben beide nichts mehr zum heilen. Hier ist aber ein Medi. Ich lass dir mal die Pflanze liegen. Vorne ist noch eine Route. Dann können wir die gleich noch kombinieren. Solange hält der alte Chris noch durch. Das finde ich auch eine gute Idee. Schreibt auch jemand gerade, es ist ja bekannt mittlerweile, dass die Binos wahrscheinlich Federn hatten und nicht diese klassische Haut. Hier ist auch nur ein rotes. Ja, das will ich mal holen. Und es gibt kein Spiel, wo das bisher richtig umgesetzt wurde. Das finde ich eigentlich interessant. Das müssen wir eigentlich auch mal langsam machen. Hast du die Energie geholt? Ja, komm mal her. Weil da ist auch ein roter, ne? Ja, ich hab sie schon gemixt. Okay, schnell. Okay, cool. Und tschüss. Gut gemacht. Ach guck mal, du kannst sogar noch über die Boote und da hinten auch noch Kram looten. Und schon geht er los. Naja, Loot. So, hoher Loot-Druck. Na gut. Wir brauchen es doch gerade, oder? Hinten ist eine Waffe, die kannst du mitnehmen. Ja, ich bin einfach mit wem. Der M3 ist da drin. Oh, erste Hilfesspray und Munition für dich. Kannst du nochmal hier schön den Sack voll machen. Da ist auch nochmal Munition hier, wo ich stehe. Was? Ja, das war wirklich eine sehr wichtige Ecke. Gebe ich zu. Da war sogar noch so eine fette Schrotflinte. Gib mir mal die Sniper-Munition, die du dabei hast. Ja, klar. So, ist das doch wieder gut. Maschinen-Gun. Ja, sehr gut. Wirklich gut ausgerüstet. Jetzt stehen wir doch wieder ganz gut da, ne? Und da ist noch ein Stein. Ja, die hast du nicht gerade, ne? Okay, schade. Was habe ich? Ne, ich wollte nur wissen, ob du eine Magnum hast. Ne, 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 die kommt bald dazu. So, wo müssen wir denn hin? Den Hebel da oben haben wir denn schon umgelegt? Ach, wir mussten, glaube ich, jeder auf eine Seite. Bleib mal da drüben. Okay, dann mach ich mal den einen Hebel. Ja, jeder auf eine Seite. Dann muss man es runterpushen. Okay, ich muss... Hä? Moment. Genau, ja. Ja, okay. Ah, jetzt kommen noch mal Fliegefiecher. Wow, wow. Mit der Shotgun, den da getroffen. Wie die aber auch aus deinem Rücken da kommen. Das erinnert ein bisschen an Dead Space, ne? Die hatten ja auch diese Infizierer da. Ja, da ist im Grunde alles das Ding, oder? Alles kommt am Ende von das Ding. Gibt es eine Vorlage? Eine Vorlage oder ein Spiel? Ne, Spiel gibt's, klar. Ein Spiel gibt's. Weil das Ding klingt irgendwie, auch weil der Film so alt ist, der erste, als wäre das auf einem Buch irgendwie entstanden. Naja, das Ding, äh... Also, John Carpenters... Das war der zweite. Also, der... Das war ein Remake, ne? Der erste war ja damals schon mal heiß und so. Ja, genau. Aber das war ja auch ganz anders. John Carpenters hat nur sozusagen das Gerüst aufgenommen. Das ist schon so eine Eigenentwicklung, kann man sagen. Ja, dann ist es John Carpenters-Mist gewesen. Schon, ja. Sag mal, jetzt haben die auch noch krasse Kampfboote. Ich meine, wenn die alle von den Parasiten gesteuert wären. Wer ist denn dann der Oberparasit? Der Chefparasit? Ja, passt auf. Was fährst du noch? Okay, doch. Nee, aber ich meine, wie steuert ihr? Halt mal, bleib rein! Gar nicht, bleib rein! Gar nicht, bleib rein! Gar nicht, bleib rein! Oh, die Vorlage für das Ding heißt übrigens Who Goes There? Danke, Quantex. Sehr interessant. Du willst nur von Excellus-Pleet-Thingen. Er ist deinem Meister! Das ist deinem Meister! Das ist deinem Meister! Das ist deinem Meister! Ich finde seine Augen ganz gut. Der sieht so ein bisschen wahnsinnig aus. Der sieht ein bisschen aus wie Pennywise. Ja, absolut. Ja, und jetzt indiziert er sich selbst. Aber wie... Wie steuern die das? Manche können das steuern, manche nicht. Wesker bleibt einfach Wesker. Er hier wird zum Tentatelmeister. Aber die haben auch verschwungene Viren. Ja. Er ist halt einfach nur noch geblüht. Ja, erstens sind es ja unterschiedliche Mutationen, Viren und so weiter. Der hat ja noch seinen Willen. Ja, aber wie behalten wir den Willen? Der andere will... Das wirst du gleich sehen. Da. Aber er sieht genauso aus wie in der Viro 4. Der kleine. Der Viro-Anschie. Der Viro-Anschie. Der Viro-Anschie. Der Viro-Anschie. Alter. Da ist noch ein Mensch im Maul. So. Vorhin aufs Auge schießen. Ich komme leider gar nicht auf die andere Seite. Nee, du kannst auf der Seite noch einen Granatwerfer oder sowas finden. Auf der... Nee, es sind vier Geschlüsse, ja, ich seh's. Ich geh zu Granatwerfer rüber. Dann kannst du ans... ...mit dem Knochen. Ach, ich hab so viele Zentakel in meinem Leben schon... ...bellöchert. Da kann mir keiner was. Da die Beule oben auf. Ja, das triffst du besser als ich. Das ist mit dem Granatwerfer ein bisschen schwierig. Das ist auch kein Topf, glaube ich. Das ist einfach nur... ...schwabbeln... ...schwabbeln die Mitte. Und jetzt von hinten. Ich glaube sogar, dass meine Sniper so viel Schaden macht, dass ich mit der Sniper ihn besser down kriege. Ich kann's mal probieren. Kommen wir da raus? Ja. Ja. Also jetzt gerade können wir gar nicht kämpfen. Jetzt müssen wir hier erst kommen. Na genau, man kann jetzt mal ein bisschen dodgen. Oh, der war gut. Das erinnert mich ein bisschen an Teil 6. Da kommt so völlig übertriebene, kollektivartige Militärekchen. Ja, und wie gesagt, es hat so gezündet, dass ich dann gedacht habe, okay, that's the way. Weil der Teil war richtig erfolgreich, Teufel. Ja, aber Verkunftszahlen sind ja alles. Ja, aber für ein gewinnorientiertes Unternehmen leider schon. Ja, ja, ja. Ich sag ja nix. Alter, die Sniper ballert dem echt gut eine rein. Jetzt müssen wir den killen. Würdest du sowas werden wollen, was der da ist? Nee, natürlich nicht. Aber vielleicht kann der sich ja da so entkoppeln. Wie in einem Auto. Müsste ich einfach nur abschneiden. Dann muss er da frei. Ai. 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 Alter, jetzt gerade ist er goes mad. Wenn du eine Heilung brauchst, sag Bescheid. Ein bisschen, aber noch ist okay. Ah, er geht von vorne, okay. Kannst du ihn jetzt nicht mal wegsnipern? Ich versuch's gerade jetzt, hab ich ihn wieder getroffen, ja. Weil die Sniper macht brutal viel Schaden. Cool, ich glaub du hast das gerade gemacht. Aber die haben halt wirklich so einen Lebensbalken, ne? Ja, der Ekelfaktor ist schon da bei Resi 5. Das ist wahr. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, das war nicht so gut. Excella. Uroboros wird alles verändern, was wir kommen zu wissen. Chris! Chris, du bist Chris. Was ist so lustig? Wie wissen Sie von mir? Ihre Antwort ist ein Weg zu gehen, Chris. In diese Hälfte. Wenn Sie lange genug zu erreichen können... Die Hälfte ist nicht so schlecht. Aber es wird nichts verändern. Du bist immer schuldig! Wir haben Zeit hier. Chris! Pferde Bolle. Jetzt was? Wir gehen weiter. Nicht schlecht. Das war Kapitel 3. Es sind 6 Kapitel. Wollen wir dann jetzt hier aufhören? Ich glaube, jetzt ist es gut, ja. Jetzt haben wir auch genug gezockt. Bevor es so langweilig wird, weil man es nur so durchrunnt. Ja, da hast du recht. Geil! Das fand ich voll toll. Wann machen wir es denn beim nächsten Mal? Oh, ich weiß nicht. Also du hast ja gesagt, irgendwie Mittwoch kannst du und dann Samstag, Sonntag oder so. Was hast du gemeint? Also Montag bis Mittwoch ist bei mir gut, ja. Und danach bin ich leider erst wieder in Hamburg. Also, ja. Montag, Dienstag, Mittwoch wäre auch schwieriger, weil da ist Gregor in Berlin. Da wollte ich mit ihm abhängen. Also Montag und Mittwoch wäre toll. Ja, dann schaue ich mal. Wahrscheinlich Mittwoch könnte gehen. Da werde ich ja noch ein paar Bescheid sagen. Und Donnerstag, Mittwoch. Okay.